Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat heute ein bisschen länger gedauert, alles. Schwester Kusch war vorhin im Krankenhaus. Deshalb hat sich alles ein bisschen verzögert hier. Ja, aber es ist nichts Schlimmes, Oma. Die hat nur einen sehr, sehr heftigen Hexenschuss. Und hatte sehr heftige Schmerzen. Hat ihm krank noch was gefahrenes mit Nachbarn. Äh, Fire Aussie, vielen lieben Dank für den Prime Sub am 28. Ne, Moin. Und Oma, Dankeschön für den Gifted Zapp an den Bobben 01, der übrigens jetzt VIP ist. Wegen guter Aussage, guter, wichtiger Aussage. Und Samagon, Dankeschön für die WeSend 24. Zwei Jahre Support, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Was läuft? Ja, die Konrad, ich glaube nicht, dass die im Chat kommt heute. Liegt auf dem Bett. Mit Wärmflaschen und alles. Was willst du machen? Äh, Pinsel hat uns im Stich gelassen. Wir gehen auch, glaube ich, sofort rein, oder? Gehen wir direkt rein. Loco ist wieder da und Mila natürlich. Nur Pinsel fehlt. Gehen wir direkt rein, Mila? Äh, 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 äh. Hi. Wie ist es? Ich habe auch Kürtis in Pizza gepumst. Hattest du, Alter? Egal, wir können reingehen. Ach ja, ich habe bei Ich bin der Coolste hier einen Tag gemacht. Aber warum ist jetzt zweimal hier hier? Hä? Egal. Ich bin der Coolste hier. Bei mir ist nur ein hier. Kann Mila vorher noch Zuschauer dissen? Fehlt mir ein bisschen. Disse mal. Du kannst eigentlich mal den Andi dissen, weil der Andi, der ist überall in jedem Stream, Alter. Nee. Nee. Der wie? Nee. Warum? Der arbeitet für mich, wenn ich mal arbeite. Wow. Aber der Andi ist so cool mit jedem. Weißt du, der hat keine eigene Bubble. Du hast es gefälligst, alle anderen zu hassen, Andi. Hass jeden. Leranta schreibt, er bringt Fahrrad zu verkaufen. Andi, die Mila streamt da. Ja, ja. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Auch. Ich habe Bock, weiter zu zocken. Wir müssen nur gucken, wie wir die Tür aufkriegen. Ach, aber erst mal gehen wir heute in die andere Höhle. Ja. So, Loco einladen. Töte, du musst noch on the line kommen. Ja, hurtig. Hurtig. Scheiß Pinsel. Der Penner, Alter. Einfach Stichlöss. Das tut weh, so in die Herzrinne. Ist so. Aua. Ich habe so einen... Ich habe so einen Jahrgang. Wie cool ist das? Warte mal, Chris Cross, hast du gestern? Ich habe so einen Schein geliefert. Aber Dankeschön nochmal für den Prime. Im 24. Auch zwei Jahre. Dankeschön. Das Video ist schon uralt, Mila, ne? Kannst du mich einladen? Ich habe es heute gefunden. Oma, kannst du umschalten, bitte? Was ist denn du? Ich bin offline anzeigen. Das war ich aber gestern auch. Bei mir war es online angezeigt. Jetzt bin ich online. Ich nehme mich kurz um. Ja, wenn ich das könnte. Ja. Ja, hier geht gar nichts, Alter. Du bleibst halt einfach, Evans-Love-Boy. Ich will aber nicht. Doch. Nö. Oh. Pio, Paul, danke schön für die Rieser. Ach, 14. Monat. Oh, ab nächste Woche wieder EP. Wir gehen in die Welt. Oh. Oh, ich bin bestimmt gebannt. Boah, ey. Gibt es nicht irgendwas, das wir verspielen können? Ja. Wie war denn? Hallo, Gab. We were here together. Musst man was kaufen? Ja. Momentan ist knapp. Momentan ist knapp. Ist günstiger als vorwürst. Kostet 15 Euro. Boah. Werd ich 15 Euro, würde ich mich selbst schnell nicht machen, Alter. Wir haben den vierten des Monats. Ich bin schon wieder pleite. Ja. Ja, scheiße. So eine Scheiße, ey. Ey, bauen wir heute oder ohne bauen? Nein, wir machen jetzt weiter. Wir haben voll... Aber ich will auf jeden Fall... Ah, ich weiß nicht, ob wir das neu hinkriegen. Boah, die Märty, Bärty. Ich glaube, man braucht gar nicht bauen. Das macht gar keinen Sinn, Alter. Warum wollten wir in die Höhle bei uns in der Nähe, wo wir schon drin waren? Hallo, Herr Wolfenstein. Weil da noch eine Tür ist. Wir gehen in die Höhle, die hier... Die Höhle. Wir gehen in die Höhle. Scheiß Pinsel, Alter. Wir gehen in die Höhle hier gegenüber. Ach, die da vorne? Ja. Mit dem Boot. Ich... Ich ruhe da nicht. Warte mal, stell dich mal vorne hin, bitte. Ja. Okay. Bleib so stehen, ja? Ja. Ja? Nein, du willst wieder auf mich spielen. Nein, nein, will ich nicht. Stell dich bitte dahin, okay? Okay. Was tust du? Ah, nee, war das das Falsche? Hier. Oh, nicht nicht bewegen. Aua, du hast mir wehgetan. Du musst den Streamern machen und zuhören. Schnell. Jack, Jack, Jack. Komm zurück. Komm zurück. Warte, warte, wir müssen die Szene nachspielen. Ist da noch Platz auf der Tür? Nein? Jack, komm zurück. Ja, dann stehe ich noch. Da war noch Platz auf der Tür, Alter. Die Mistmade wollte ihn einfach nur sterben lassen. Aber Titanic, guter Film, by the way. Mal mich wie eins deiner französischen Mädchen. Alter, was geht dir ab? Hallo, Teddy. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach doch, da ist eine Höhle. Ja, da ist doch einer. Oh, endlich ohne Pinsel, Alter. Warum kommen da eigentlich so Bubba-Bees hinter dir raus? Ich hab gepupst. Was ist los, Oma? Und ein bisschen Pipi. Eigentlich wirst du nur warte. Aber bevor ich da reingehe, muss ich Dings. Oh, oh gut. Oh, diese Laser hat mich so erschrocken. Heute wird alles musikalisch untermalt hier. Ein Loot-Höhle? Nur ein Loot-Höhle. Scheiße. Sag mir nicht, hier sind nur... Wow. Kann nix tragen. Wow. Oh, Munition. Ui. Noni. Ui. Ui. Uua. Schade, jetzt wird's gerade episch, ey. Und dann sind wir draußen. Ja, so schnell kann's gehen. Okay. Ich glaub, wir sollten... Wo sind wir denn überhaupt? Weit weg von zu Hause, ne? Genau auf deiner Seite vom Berg. Ist hier über uns nix mehr? Wo ist denn die Höhle mit der Tür? Weißt du... Also, ich frag jetzt nicht den Chat. Habt ihr eine Idee, wie man die aufkriegen soll? Hier links von uns sind noch... Oh, ne, da waren wir. Also, ich glaube, das ist wirklich nur irgendeine Karte, die wir vielleicht noch verlassen. Ja, aber wo? Wir waren überall, glaub ich. Waren wir da vorne? Hinten bei dem grünen Punkt? Ja. Bei der Höhle, wo wir unseren Drucker haben. Da ist noch ne Tür. Da waren wir... Ja, dann gehen wir da hin jetzt. Stimmt. Stimmt. Stimmt, da wollen wir ja hin. Oh Gott, gab's ein Update von das Spiel? Warum hab ich 80 FPS hier? Mit Stream? Ich hab damit ein Update. Wir haben schon den Dosenöffner, ja. Huhia! 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 Wart mal, kann man damit... Die Bäume kann man nicht erfüllen. Willst du das wirklich wissen mit der Hand? Nein, will ich nicht. Ich hab bei Loco und Mila gefragt. Ihr sollt nicht spoilern, bitte. Sollen wir wie die Gefährten von Herr der Ringe durch den Schneeberg? Na klar, und dann den Schlitten runter, oder? Ich habe auch meinen Schlitten. Let's go! Dann kennen wir wohl alle die Antwort. Ich muss kurz meine Winterjacke anziehen. Ist die nicht unter dieser goldenen Rüstung? Ich habe die doch ausgezogen. Kein Winter mehr. Das Ding ist, die Tür war golden, ne? Hatten wir schon die Rüstung, als wir da waren? Nee. Die haben wir dann nachgefunden. Aber, oh Gott. Oh, bergzige Kusch, Alter. Oh mein Gott, das ist doch schlecht, ey. Du kannst dir einfach straight die Wand hochkuchen. War nicht Jeff, Alter. Oh, 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 oh. Oh Gott, Junge. Jürgen, das war so ehrlich. Hallo, warum ist das Bagger, Beerus? Verstehe ich nicht. Ich habe Hunger. Das ist das klugeste Nutzen in der Spielmechanik. Oder nicht, warum? Ich habe doch nichts dafür, wenn das Spiel so schlecht ist. Ich habe nur so einen Bericht gesehen, so von wegen, ist der Hype gerechtfertigt? Und ich finde, ganz ehrlich, nein. Das Spiel ist cool, aber irgendwie ergeben die Features überhaupt keinen Sinn so. Du musst gar nicht bauen. wofür solltest du auch bauen? Oder gibt es hier so einen richtig krassen Modus, dass die dich raiden und bla bla bla. Oh nein, nein. Ich bin tot. Hör nicht. Ich laufe anders. Bitte in den Support, erst mal Warnung. Ich glaube, die haben da zu früh rausgeballert, weil der Druck so hoch war, ne? Weil alle auf der Tür gewartet haben. Die haben es ja auch schon zweimal verschoben. Early Access ist eben, aber da darf man sich nicht wundern. Das hatte ich vorher schon gewusst, bevor ich das gekauft habe. So ist Early Access. Wenn das kacke ist, das ist kacke. Fertig. Gehen wir die ab, Junge. Macht trotzdem Spaß. Ja. Aber ich glaube, die Story ist nicht so vielfältig. Da hätte man... Weiß nicht, wir gehen immer wieder in denselben Bunker quasi. Wir finden andere Items und dann hast du die Briefe. Und das war es irgendwie so. Und die Briefe erzählen von einem Cube, in dem man sicher sein soll. Und was noch? Ja, von irgendwelchen Mutanten. Lass mal hier oben... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mal hier oben Feuer mal aufschlagen, weil der Pinsel würde jetzt kommen. Boah, doch kein Schiff, der sagt. Sag einfach Dings, sag einfach, wir spielen heute nicht. wie, der kann doch einfach nachjoinen, oder? Äh, ja, aber dann ist er ja trotzdem da, wo er zuletzt gespeichert hat. Ja, dann soll er hier hinlaufen. Ja, deswegen ja warten. Ach so, hier warten, ja okay. Und Castello, vielen lieben Dank für Luis am 14. Also verständlich nicht, falsches Spiel ist ganz cool. Wir haben nur am Anfang falsch gespielt. Wir haben halt gebaut. Also ich hab gebaut, weil ich dachte, yo, du musst bauen. Aber musst du nicht. Wo ist denn eigentlich mein Schlitten? Oben, links. Ah, da. Sieht aus wie eine Pisswanne. Ja, coole sind auf jeden Fall. Oh Gott, du brennst. Junge. Bauen ist halt für Spaß. Ja, bauen macht doch Bock. Meine Rüstung ist weg dadurch. Die Gold, ne? Jo. Wie, ist die komplett weg? Nee, die ist aus, wenn du die Jacke anziehst. Ach so. Ach, ist das nur ein Kleidungsstück? Ja, genau. Hab ich ein Ghillie an? Naja, teilt's. Aber warum machst du das? Ich hab eine Rüstung an. Weil du mich auslachst. Ja, jetzt hast du nur noch einen Arm von einem Ghillie. Ja und, der schützt aber meinen Arm. Ja und ich hab voll die teure Rüstung an. Ja und wer hat dir die... Oh, soll er Schwerter kreuzen? Okay, doch. Äh. Doch nicht. Okay, da. Nee, doch nicht. Okay. Ich schmeiß jetzt mein Geld ins Feuer. Warum? Move mal eben. Komm, Pimmi. Komm, Pimmi. Ja. Wie geht der? Der beeilt sich jetzt nicht. Komm, guck mal wieder. Oh, Pimmi. Hallo. Ich hab gehört, ihr braucht meine Hilfe. Du bist ein Stichlässer. Nee, ich bin eben erst nach Hause. Wann noch schnell was holen? Altmole. Okay. Yalla. Ich connecte schon. Ich hab alles im Griff. Warum sieht Mia aus wie eine Partybanane? Das ist die beste Rüstung, die es hier im Spiel gibt. Warum auch immer die so aussieht, wie die aussieht. Irgendwie ergibt das keinen Sinn so. Ey, guck mal da. Ja, was? Ich hab auch Hunger. Ah, wie sieht denn das aus? Wie ein Raucherbein. Das sind halt Farotte. Oh, das Raucherbein, Alter. Raucherbeine farotten ja auch. Hallo, ich bin connected. Ich bin, ich bin connected und da standen vier Leute. Die haben mich direkt weggeschlachtet. Jetzt will ich down. Oh, nö. Ja, hast du wohl doch nicht so einen guten PC. Warum? Der so schlecht reinlädt. Ich bin reingeladen, da lag ich schon. Sehr gut. Du musst respawnen, wir sind hier auf dem Berg. Ich weiß. Aber da verliert man nichts, oder? Ich glaub nicht, nein. Nee, nee. Du kannst deine Tasche wieder aufheben. Wie? Ja, du bist jetzt gleich an so einem Baum oder so gefesselt, glaube ich. Ach so. Ja, ja. Und dann liegt deine Tasche da irgendwo. Oh. Ich hab da nur super viele Taschen. Oh ja, stimmt. Ich auch, die könnte ich auch mal. Oh, da war sogar Munition drin. Weiß, ich bin von irgendwas voll. Hey, Muschel. Ich hab noch nie Austern gegessen. Ich auch nicht, aber ich finde das auch eklig, Marc. Guck mal. Nur Shrimpies. Oh mein Gott. Es darf nur ein Ninja geben. Ich bin Ninja. Nee, du hast heute gesagt, ich bin Ninja. Hab ich nur gemacht, da möchte ich knutschen darf. Du kannst ja gar nicht mehr die Geräusche... Mach du? Okay, du bist Ninja. So, 13 Jahre. Pinsel, bist du am Stream? Ist full mute. Mein Gott. Hey. Ja, blöde Penner. Ich pock's den weg, wenn der hier hochkommt. Hallo Tiger, hallo Benso. Hallo alle, die ich noch nicht begrüßt hab. Bleib los, war ich nicht. Wart ihr schon... Habt ihr jetzt... Wie heißt das denn? Habt ihr jetzt schon... Irgendwie irgendwas Neues so geholt oder gefunden? Nein, wir sind seit 5 Minuten erst drin. Ja, wir waren einmal in der Höhle gegenüber von dem See, aber das war nur so eine kleine Loot-Höhle, wo es Seile drin gab. Und jetzt sind wir oben auf dem Schneeberg. Okay. Ich bin on my way. Wer will nicht den Dings spielen? Was? Na, die Armbrust. Wird die auch spielen wollen? Ah, war ja klar. Aber ich würde auch... Armbrustmeister, Ninjameister, alles willst du sein. Okay, pass auf, dann gib mir dein Schrotflinten-Munition, ich tausche. Okay. Aber ich hab 24 Schoß. Ja. Hier ist eine Höhle, die ist gar nicht angezeichnet. Die wird nicht angezeigt. Ja. Boah, ich geb dir all meine Schoß, ne? Und was gibst du mir? Mal kurz gucken. Ja, lass mich eben kurz gucken. Hier, Armbrustmeister. Wir müssen kurz gucken, ob das eine Loot-Höhle ist. Warte, du schmeißt die weg! Are you on crack or something? Man kann nur 15 tragen, ich hab alle voll. Ne, gar nicht, warte. Hä? Oh, ich hab 15 nur. Er ist noch darüber beschwerend, dass ich dir nix gebe und dann sowas. Also wirklich. Halt Mohl. Da kann man nicht rein. Halt Mohl. Ähm, wenn man rückwärts in eine Höhle reingeht, wo wir eventuell schon drin waren, ist die immer eingestützt, dass man da nicht reinkommt? Ich glaube, ich weiß nicht. Ansonsten... Pinsel, komm jetzt hier hoch! Ja, sorry. Aber hier... Okay. Mein Pinsel. Bestimm'ne super geheime, super Mystery-Höhle, die ich hier entdeckt habe. Übersteuert schon wieder. Ja? Dann ärgern mich nicht. Dann muss ich nicht so rumbrüllen. Ich mach Maniküren, Petipüren. Ich mag den Pinsel zu ärgern. Äh. Aus der super geheimen Höhle, wo du grad bist, sind wir doch gestern rausgekommen. Oh, du bist ja abgerungen. Wie komm ich von meinem Dings runter? Flitten. Hä? 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 Wie komm ich denn runter wieder? Gar nicht. Oh, mit fünf. Hä? 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 Was meinrt ihr der Schärftet heute noch? Das könnte noch gut so ein bisschen dauern, so fünf Stunden. Oh, du vergisst es, vergisst es. Hallo Pyro. Muss man sich hier hochbacken? Man muss einfach wieder so bunny jumpen und so. Schön elendig, dass Physik missbrach. Boah, ich hab grad die beste Pizza in meinem Leben gegessen. Wir haben so einen guten Italiener bei uns. Ich hatte Fikidele. Ja, Fikidele. Das Beste, die beste Pizza, die macht aber ähm, gibt's ein Losteria. Sorry. Willst du von mir? Du bist lost. Okay. Okoloko. Wir haben auf jeden Fall einen Patch, glaube ich, rausgebracht. Ich hab deutlich bessere FPS. Und das macht mich glücklich. Ich bin tot. Wie? Mit dem kann man echt nur RP spielen, ne? Weil du für RP spielen nix können brauchst. Außer rumlaufen und scheiße labern. Der Berg backt mich tot. Der Berg backt mich tot. Ich versuch hier mit aller Graf hoch. Aber der Berg sagt, ich bin ein Loser. Dann geh noch ein bisschen nach rechts weiter. Dann geh noch ein bisschen weiter rechts um den Berg. Und da ist ein bisschen leichter. Ne, links. Hallo Monster Energy. Mein rechts meinte ich. Aber dein links. Geh dein links hinlang. Boah. Meine nicht, wann der Regen fällt. Bam Bam. Bam Bam. Es gibt jemanden, der zu dir hält. Das Lied ist übrigens im Radio verbohren, äh, verbohren, ähm, verboten worden. Mila, den Loco wagt nicht im Boden. Hey, nein. Gar nicht, ich steh doch hier drüben. Guck, wie ist das verboten? Warum ist das verboten? Weil die Leute wahrscheinlich immer auf ihren Dings hauen, auf ihr Lenkrad und dann kommt der Airbag raus. Und Lars will ja, danke schön für den Prime-Summer 20. Das Lied ist verboten worden, ähm, dass es im Radio abgespielt werden darf, weil korrektes Deutsch wäre Marmorstein und Eisen brechen. Aber Eisen bricht ist doch das gleiche. Nein. Vielleicht sagen die ja Eisen bricht. Ja, das ist falsches Deutsch. Korrekt heißt es Eisen brechen. Und das hat es bei dem Radio verboten? Deswegen ist das, also ist man, ja. Haben die schon mal gehört von Hey Macarena oder so? Das ist auch kein Deutsch. Ja, es heißt Macaroni. Ja, genau. Felrion, Alter. Also das war damals so. Ob das mittlerweile noch so ist, weiß ich auch gar nicht. Imagine, du lebst in Deutschland und die sagen dir, dass so ein Lied verboten ist. Alle feiern das Lied, aber du darfst im Radio nicht aufstehen. Haben dich schon mal von Moneyball gehört? Ach, der wird eh nicht im Radio gespielt. Steig mal aus dem Bett. Doch, der wird im Radio gespielt. Ey, sein letztes Lied war gar nicht so schlecht. War echt cool eigentlich. Und Trap House Kitchen ist Kult. Notification Gang, we lit. Er sagt mir das nur ein bisschen zu langsam, weißt du? Er macht so Riesenpausen. Hat der Pinsel eigentlich auch schon? Dann denkst du... Notification Gang! Ein Schlitten? Äh, ich weiß nicht, ob der sich einen gemacht hat. Aber der kann ja auch mit seinen Büchlein rutschen. Hallo. Du siehst aus wie der Team-Typ, der Daisy erfunden hat, Alter. Ich habe Daisy erfunden, tatsächlich. Hast du nicht? Doch. Haben die Daisy gespielt? Doch. Ja, auf dem RP-Server. Nein. So, wir müssen nach Hause. Da ist nämlich eine Base-Over hinmüssen. Oh nein. Sometimes I wish I was an Angel. Als Kind wollte ich immer so einen Kantaner haben. Kantaner. 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 Ich wollte mir das immer so an die Wand hängen, weil ich das im Film gesehen habe. Und mein Kantaner. Ich auch, falls ein Zombie-Exp... Gedünschtes kommt. Zombie-Apokalypse. Irgendwie ist der Schlitten Buggy. Ist Buggy. Okay, ich nutze die Rampe da unten. Oh Gott. Kriegt man da... Aua? Wie, warte mal. Einer muss mir erklären, wie das funktioniert. Wir springen hoch und drücken die Maustaste. Oh, wow. Genau. Und du schaust auf den Boden und dann... Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, ob die Rampe gefehlt. Oh Gott. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Ich bin hier oben. Oh Gott. Oh Gott, Loco. Hallo, Scheiße. Ich kann nicht hinabsteigen. Hilfe. Jupp, alles klar. Jupp, alles klar. So eine Pissrinne ist das. Was habt ihr heute und sonst gegessen? Dramatikalisch korrekt müsste der Text des Liedes doch wie folgt heißen. Marmor, Stein und Eisen brechen. Ebenfalls fand ich das der Bayerische Rundfunk und Verbot des Heptenschlagers in den 60er Jahren. Und damals wird schon gecancelt? Ja, aber damit haben die das ja dann wenigstens durchbekommen, wenn das wirklich nicht ins Frage geht. Das ist doch scheißegal. Der Eisen brecht, sag du Eisen brechen, Alter. Weißt du, und dann kommt so... Er sagt doch, was du willst. Und dann kommt so ein Rap-Text, wo er einfach alles zerfickt. Barbarhaft. Nimm dir alles weg. Ja, aber das Lied wird verboten. Genauso wie... Fick mal, das war verboten. Ja, ob es mir immer noch so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ich noch weiß, ist, dass Teletubbies verboten wurden im Fernsehen. Ja, das ist ja Volksverdummung, Alter. Ja, aber nee, nee. Weißt du, weiß jemand den Grund? Nee. Ich weiß aber, dass die mal bei Winnie-Pooh gesagt haben, dass das irgendwie so fünf Aspekte aus dem Leben sind. So Depression, ADHS und noch irgendwas. Also diese Charakter. Also ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Also Teletubby wurde verboten. Weil die nicht sprechen richtig. Nee, also... Pipsi, Lala-Pooh. Wie heißt denn nochmal dieser Pink, der Lilane? Immer die. Ah, ne, also Power Ranger. Tinky Winky, ne? Tinky Winky, keine Ahnung, oder? Ich glaube, der Lilane heißt Tinky Winky. Hat er den gemacht? Also irgendeiner von den Teletubbies hatte, das sind ja drei Kerle und zwei Mädels. Ne, weiß ich gar nicht. Ich glaube, zwei und zwei. Zwei Kerle und zwei Mädels. Und der eine Typ von denen, der hatte eine Handtasche. Und Teletubbies wurde verboten, weil es Kinder oder Menschen dazu anregt, schwul zu werden, weil der als Mann eine Tasche getragen hat. Und dann wurde das verboten. Oh Gott, Alter. Damals. So lustig. Ich muss ja mal überlegen. Ja gut, was heißt damals? Das ist doch heute immer noch verboten. Ey, können wir hier runtersliden? Ja, heute sind wir in 2, 23. Wie die sagen, nur weil ein männlicher Charakter eine Handtasche trägt, kann er Kinder dazu verleiten, dass die homosexuell werden? Ja, weil die Tänke Winky, äh, weil die Täter, die es so gefeilt haben und dann geguckt haben und dann wollten alle Kerle natürlich auch eine Handtasche. Was für Kerle, wir reden hier von Kinder, Junge. Ja, alle männlichen Kinder eine Handtasche. Ja, alle männlichen Kinder, Kerle, Alter. Und du bist Erzieher. Ja, aber doch, ich bin privat jetzt nicht Erzieher. Mann, das macht doch nur Spaß. Genau. Hallo, Slime, wir jetzt hier runter? Oh, boah. So ein Quatsch ist das. Ja, ein Jesus-Quatsch. Bleib da vorne, Runo. Ah, war hartes du Spaß? Ja. Help me. Wusstet ihr, dass Kinder Überraschungsall in Amerika verboten sind wegen Glücksspiels? Das ist kein Witz. Nee, wusste ich nicht. Boah. Oh Gott. Das sieht gut aus hier. Oh Gott. Hilfe. Mama. Oh Gott. Macht der Vollwuck. Weiter, weiter, weiter. Ja, Mann. Let's go. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott, ich fliege über die halbe Map. Oh Gott. Cool. Es gibt auch Herrenhandtaschen. Ja, das ist total dämlich. Ja, das ist damals, die Zeit, als Tinky Winky lief, da war das noch, müsste ich jetzt lügen, dass es überhaupt sowas wie Transgender und alles gibt. Ähm, das gab's zu der Zeitpunkt. Natürlich gab es das damals. Ja, aber nicht so, wie es jetzt angenommen wird. Ja, aber nicht so verbreitet, wie heute. Genau, hat ja keiner geäußert. Genau. Deswegen haben die sich da sowieso gegengeschreift. Warte mal, wo wohnen wir eigentlich? Wo ist denn unser Zuhause nochmal? Das muss... Ach, da vorne. Ich bin tot. Da ist ein Bambi. Ich bin tot. Warum? Ich bin tot. Kann jemand zurückkommen? Ich bin tot. Ich bin sehr weit weg. Pinsel ist neben dir, glaube ich. Hallo? Ja, was ist eigentlich ein völliger Quatsch? Rette dich. Hasis! Oh Gott, ich hab die Nase gekippt. Was die Leute nicht immer alles sehen in irgendwelchen Sachen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Mina. Versuch's mal. Ähm, es gibt ja... Was war da noch? Ich glaub, es gab noch mehr. So am Disney auf jeden Fall. Da war auch irgendwas mit Disney. Wo irgendwie... Es gab ja damals Dings-Propaganda, ne? Ach, da haben irgendwas auch immer mit irgendwas, ähm, Thema Sex oder sonst was haben die da in die Disney-Filme verpackt. Was haben die Amis nochmal gegen Corona getrunken? Getrunken, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die so Entwurmungstabletten für Pferde genommen haben, Alter. Oh Gott, Alter. Ey, ich leg mich auf. Genau aus dem Grund halte ich mich davon und distanzier ich mich von den ganzen Scheiß, ne? Ich überlasse dann alles Leuten. Also auch Politik und so. Ich hab keine Ahnung davon, Alter. Dankeschön. Ich trinke und es leide. So, ich hab keine Ahnung davon, warum, weshalb und warum Menschen Dinge tun, weil sie tun, Alter. Oh Gott, Mila. Ich will einfach nur mein Leben leben. Guck mal. Stimmt, Desinfektionsmittel. Ja, ich bin in diesen Fluss, ich bin halt in diesen Fluss geraten und dann bin ich da den Wasserfall runtergefallen und dann hat die, äh, hat der den Schlitten nicht mehr ausgerüstet gehabt. Und dann war ich Ripp. Was sind wir denn? Sie sitzt, Mila sitzt so im Fluss, geht ins Inventar. Die Animation ist, dass sie sich so bückt und auf einmal slidet die den ganzen Bach da lang. Sprich, gegen die Entwurmungstabletten, gegen Corona-Sack, nicht? Ich muss schon eine Bestellung stornieren. Das heißt, Maul, Junge. Mila, drück mal B. Drück mal B. Ah, ich bin hängen geblieben. Oh, hier ist eine Höhle. Da waren wir aber schon. Ah ja, stimmt. Bis sie hat im Film Herbie mit Lindsay Lohan ihre Brüste verkleinert, weil die zu groß waren für sie. Was denn, von diesem Comic-Character oder was? Ich weiß nicht, Marcel Hero. Ich weiß nur, dass die auf diese Insel gekommen sind, um einen Millionär zu retten und seitdem alles abschlackt. Auch vor... Die Natur, die Menschen, die hier leben. Oh, hier ist eine Kiste. Menschen, die hier leben, sind auch sehr brutal. Ja, aber vielleicht ist das deren Kultur. Vielleicht töten die einfach nur die Eindringlinge. Das ist deren Zuhause. Oh, oh, oh. Mila. Ich bin schon da. Rennen. Ich mach knuskriges Eichhörnchen. Oh, der hat mich erschrocken. Erschreckt. Erschriegelicht. Erschriegelicht. Wie geht ihr denn Kulturen aneignet, indem ihr die Einwohner tötet? Oh, Twitter wird glühend gemacht. Nein, aber mit den Masken. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, können wir bitte nicht über sowas reden, Alter? Das ist mega unangenehm. Hallo, Tux. Guckt euch mal die Schrottbude an, die wir hier haben, Alter. Ja, lass mal einen Stream lang nochmal bauen. Nö, aber ich tue jetzt erstmal alles. Wir haben Kevin vergessen. Wir brauchen mehr Regale. Wir brauchen die Virginia, Mann. Ich glaube, mit der kommen wir durch die Tür. Dann lass uns doch hier ein bisschen verweilen. Bis zu dem... Sollen wir schlafen? Ja, oder? Aber ich muss... Heimachen und Speisen. Okay. Ich mach aber gleich noch meine Regale hin. Ich mach draußen heuer. Woher der Bauhaus? Also gestern hatten wir den Besten. Gestern war der Besten, finde ich. Was wir einfach erkundet haben. Statt zu bauen. Ja, wir haben halt die letzten 100 Streams immer wieder neu angefangen zu bauen. Genauso sieht's nämlich aus. Sind nämlich nie zufrieden. Ja, doch zufrieden bin ich. Kann hier gar nichts hinlegen. Ja, ich mach doch neu, Alter. Soll ich mal so einen Speckwürfel essen? Speckstück? Aber ich hab Angst, dass ich dadurch zum Mutanten werde. Quatsch. Ich hab die auch schon auf der Webcam gesehen, dass die Leute sich einfach so verwandelt haben. Ich glaub nicht, dass die Speck gegessen haben. Hatten alle Speckwürfel auf dem Teller. Oh Gott, ich hab so viel Rahmen. Oh mein Gott. Hallo, Hattie. Wer ist da ins Wasser geplumpst? Irgendwie Holz. Nicht wegschmeißen das Holz. Oh Gott, ich hab so viel Stuff bei. Wir haben viel zu viel Loot. Geht's immer Klebewand. Alles hier hin. Wir haben Granaten. Bauen ist cooler zu umrennen. Oma, ist das dein Ernst? Du verarschst mich doch schon wieder. Oh. Ich kann direkt noch eins bauen. Wir gehen jetzt gleich wieder herkunden. Wir haben halt einfach viel zu viel Stuff. Wir haben so viel Stuff, ne? Das ist halt Wahnsinn. Und ich frag mich die ganze Zeit, wofür braucht man den ganzen Stuff eigentlich? eine nehme ich mit. Eine nehme ich mit. Ist auch schon wieder voll Wir haben aber noch einen Okay Wir haben einfach einen Supermarkt Hallo Nitro Wo ist denn der Cabin, Mila? Der ist schon langsam auf dem Weg zu uns Wie hast du den jetzt geholt? Der kommt von allein zu uns Wir sind halt nur quasi den Berg so doof hochgesprungen Aber das kann er ja nicht Der sucht sich einen Weg drumherum Oh nein Warum gibt's eigentlich Heidelbeeren, wenn die nix bringen? Doch, du kannst Doch, guck mal, was ich da gebaut hab Mit irgendwelchen Bärchen Ähm Was ist denn? Hier Eine Energiemischung hab ich gebaut mit Pflanzen Ich hab noch irgendwas gebaut jetzt Warum sind denn hier keine Viecher? Warum sind die keine Viecher im See? Weiß nicht Wir sind auch keine Eichhörnchen oder Hasen Oh oh Ich glaub, wir werden angegriffen Ja, die kommen da drüben Komm, Mila, wir gehen die Ninian Die Pilze kannst du auch nur fressen Ninia, go! Da vorne hab ich grad einen gesehen Oh, sollen wir die Maske mal testen? Beide noch? Ja Okay So gucken wir, die sind dürfen nicht so nah dran Siehst du jemanden? Willkommen Ja, komm, Flex, hast du schon recht Aber jetzt wollen wir nach gestern natürlich wissen, wie wir die Dings aufbekommen Und bitte nicht spoilern im Chat Hallo Jens Ich hab doch grad hier hinten niemanden gesehen Oh Gott Da müsste so die Melodie abgespielt werden von Wenn du bei Legend of Zelda in der Hütte bist In so einem Markt Oder im Pokécenter Und dann verkaufen wir einfach unseren Stuff an die Eingeborenen Alle deine Pokémon Und ich bin nächster Oh Gott, der wollte mich tacklen Oh Gott, der wollte mich tacklen Oh Gott, der wollte mich tacklen Oh Junge, ich bin Zorro, Alter Leist das Eichhörnchen, ey Oh Gott, der ist das Eichhörnchen getötet Ich glaub ich war zu nah dran Oh Gott, der ist das Eichhörnchen Bist du nicht dein Komm her Boah, jetzt pass auf Okay, der Schwert ist absolut OP Christa und Banya Das ist die Helikopter Du Das ist so nett Danke Danke Mila, versuch du mal hier diesen GPS raufzumachen Mit diesem Haus-Symbol Okay Zehnmal Mutantenhaut haben Was soll ich? Immer den GPS in dir haben Mit Rechtsklick kannst du das Symbol ändern Und da raufpacken Ich hab auf Haus gemacht Hab das raufgepackt Und dann war es Ein Handy-Symbol Oh, mein Schwert ist wieder sauber Handy-Symbol Ich bin mal gegen so einen ganz großen Kämpfen Die mit der Keule Ist Haus-Symbol bei mir Bei mir ist Handy Auf der Karte Gut Okay Ich baue jetzt einfach ein paar Sachen Damit ich Platz kriege Bin voll der Ninja Aber übrigens Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Könntest du eben wegen den USA Überraschungseier sind verboten, ne? Ich bin als Kind fast gestorben Mal an einem Überraschungsei Das ist jetzt kein Witz Ich hab die Überraschungseier Immer in meinem Mund aufgemacht Hier ist eine Frau Die dreht durch Ich will dir doch nix Hey, hör auf zu kratzen Ich will dir doch nix Ich bin freundlich Ja, wie? Ich bin freundlich Lass uns sein Amazon Prime ist kostenlos Hast du schon Sub bei mir? Nein? Jetzt geht das wieder los Den halben Wald fragen Ob der gesuppt ist Die haben hier kein Internet Twitch.tv slash Curtis Cush Wollen wir eigentlich weiter in die Höhle? Freunde? Yes Yes Let's go Ich hab verfehlt, warte Wo ist denn das Leder, was wir gelootet hatten? I don't know Was für ein Leder? Und wo ist die Five-Seven, die wir gelootet haben? Wir haben schon ne Pistole Das passiert mit Plebs Achso, das waren dieselbe Pistole? Ach, wir hätten theoretisch dieselbe Pistole nochmal bekommen hier Kevin ist weiter I see him coming Komme Und Curtis auch Nina Schwert ist krass gut Wir machen ne Seebestattung Hey, let's go Ich speichere, ich speichere noch eben Ja, ich komm Kann ich der Nina sein? Ich bin der Ninja Kann ich der Nina Arbusmeister sein? Du kannst nicht Ninja und Armbrust Ich durfte auch nicht Du wolltest Jägerin sein Hast du gesagt, als wir angefangen haben Und ich war Baumeister Ja, aber jetzt gibt es nichts mehr zu jagen Kevin, sammelt den ganzen Fisch Hm Näh Die wollen meine Story, als ich fast gestorben bin, nicht hören Wo? Wurde er erstickt? Das hab ich doch so gehört Da hast du bestimmt im Mund genommen Ja Ich hab das nicht aufgekriegt Ich hab das mit den Zähnen aufgemacht Und dann ist mir das die eine Hälfte Ähm, in den Hals geschossen Und zufälligweise Deshalb sind da Warnhinweise drauf Dass man das nicht in den Mund nehmen soll Ja, ich hab nur auch Generell Dinge nicht in den Mund nehmen, Pinsel Ja, sagt das Mila Ja Daran kann ich es sich aber nicht verschlucken Aber an allem rum Ach so Ja Nee, ich Aber ich war halt Ich war halt klein Aber mittlerweile gibt es an Überraschungseier so ein Pornüppel Der da jetzt ist Ja, ich weiß Vorher war das Vorher war das nicht Ich hab als Kind immer auf Legosteine rumgekaut Vor allem auf die Reifen Frag mich nicht warum Dann hat man immer so einen ekligen Geschmack gehabt Ich hab bis ich elf oder so war im Daumen genuckelt Hm, ich auch Ich hatte einen Schnuller in der Grundschule Ich hab ein Dings gehabt Ein Kuscheltier Seit meiner Geburt Der wurde mir damals in die Wiege gelegt Das war nämlich der Rueva-Berni So ein Fußballhase Und den hab ich bis Ich glaub mein 16. Lebensjahr hatte ich den Also nicht ganz Weil der ist komplett zerfetzt gewesen Ich hatte nur noch Irgendwann die Ohren beide Und dann hatte ich irgendwann nur noch ein Ohr Und ich hab mir gedacht Okay, wenn du irgendwann erwachsen bist Nimmst du diesen Stoffhetzen Und lässt den irgendwie so zu einer Zu einem Anhänger machen oder so Aber dann war der irgendwann weg Den hab ich mir vor kurzem neu gekauft Wie ein Kindzeiterinnerung Und jetzt ist der auf Auf dem Regal Und chillt da Der alte Berni Der Ja, das ist so lieb Na, das war ein Scherz Ich hatte keinen Nuckel in der Grundschule Aber ich hatte auch Ich hatte auch so ein Kuscheltier Ich hab lieber einen Daumenlutscher Nein, ich nicht Anno Ich war ein Daumenlutscher Aber vor dem Herrn Ich auch Und das ewig lange Das ist doch nicht schlimm Es gibt Leute, die das machen Das noch im Erwachsenenalter Einfach weil die das beruhigt Hey, ich geb's zu Ich knabber Du knabberst am Fingernägel Mhm Oh, das hab ich auch voll lange gemacht Das hab ich nie gemacht Ah, die Klappescheibe ist Als ob du kein Daumenlutscher warst Ich hatte immer meinen Hasen im Arm Beziehungsweise in der Hand Hab einen Daumen im Mund genommen Und hab mir den Hasenohren an meiner Nase gerieben Ja, ehrlich Der Hasen durfte nie gewaschen werden Er musste stinken Jetzt hab ich einen Anfall bekommen, Alter Ich hatte als Kind aber auch so Ein Hasen gekuschelt hier Der hieß Schlappohr Schlappohr Und dann hatte ich einen Känguru Das hieß Kengi Das war so eine Handpuppe Und das hab ich dann immer Ich konnte nur einschlafen Wenn in der einen Hand der Hase war In der anderen Hand war das Känguru Wo ich meine Hand drin hatte Ich trinke ein Bier zur Beruhigung Da bin ich eingeschlafen Und chill mal Dankeschön für den Prime 4 Kassettenrekorder Und eine CD von Oder Kassette von Den 3 Fragezeichen Kennt ihr noch? Aus der Grundschule Fuhnfahrer Gab es die bei euch? Ne Keine Ahnung, was das für ein Boomer-Scheiß ist Ja, wo ist die Scheißtür hier? Ihr Lappen Ja drüben Aber lass uns doch erst mal looten Mina, hier sind Pfeile noch Guck mal, hier sind Armbrustpfeile sogar Die hab ich nur eben Aus der Map gebackt Und Connection Lass, dank für den Weezer Am 16. Ja genau, die Handpuppen Fuhnfahrer, Alter Grundschule damals Oh boy, oh boy Ja, ja Tim of Tim G Vielen Dank für den Weezer Im 49. Monat Habt ihr die Tür jetzt schon aufgemacht? Nein, wir sind doch hier vorn Ja, hier war ich noch nie Stimmt, Mila und ich Waren hier zu zweit nur Ihr seid ja Da warst du nicht dabei Der Lass Oh Gott Das sieht nicht gut aus Ich brauch mein Taschenlampi Ne Da hör ich schon irgendwas so Oh, hier ist auch ganz miese FPS Das heißt, hier sind viele Gegner Ach guck mal Das ist ein Klo Das darfst du nur dienstags benutzen Das ist kein Klo Das ist ein Trinkbrunnen, du Idiot Ja, ich pisse da rein Das ist ein Fitnessstudio Oh Gott Irgendwas kräust hier Boah Da hinten sind welche, Mila Siehst du die? Ja Lass uns erst die Gegner machen Und dann looten wir hier Ja, ich wollte nur links von mir Hört sich das auch noch an Als wäre da auch etwas Hier ist eine Wand Hey Nichts sagen, Svenskir What? Du hast hier eine Wand schüttet? Da kommt noch einer Ja Oh, das Linieerschwert ist so krass gut Das ist völlig schrocken Ich will auch einen töten Guck mal, da kotzt einer Oh, das ist wieder so ein Ding, Siney Guck mal, da sitzt einer in der Wanne Ja, genau, Sven, es ist böse Hier links, siehst du, da gucken noch die Beine aus der Badewanne raus Aus einer Musch, aus einer Mupfe Got him Oh, wer Kevin jetzt mal da raus Mach die Mucke wieder an Kurz hier Loot-Innen Geil Boah, das ist aber schon ein heftiges Fitnessstudio, ne? Muss man echt mal sagen Voll geile Wanne-Baddy Weißt du, das ist so eine Erholungs-Wanne-Baddy Da gehst du rein und dann wird der Deckel zugemacht Und dann kommt so Nee, dann krieg ich Angst Orka-Geräusche und so Nee, das will ich Oh, ich sehe Babys Warum hast du denn nur eine Axt, Doco? Weil ich die cool finde Boah, da ist so ein Zweibeiniger Mal gucken, wie schnell ich den töte Hier irgendwas noch? Nee, hier war gar nix Im Wasser ist auch nix, ne? Hast du nicht gesehen Oh Gott! Oh, hier gibt es noch Klamotten Irgend so ein Kleid oder so Ein Schlafanzug! Ich hab'n Schlafanzug gefunden Hier Okay, ich hab' grad'n Fingerer Und so'n Doppelköpfigen getötet Ohne, dass die mich einmal gehittet haben Geh' mir den Schlafanzug an Den auch an Wo habt ihr denn denn her? Seht man wahrscheinlich eh nicht unter meiner Rüstung Hier unten in der Ecke Ist auch immer egal, liegt der Der ist pink, ne? Ey, wenn's so So ne So ne Hütte gäbe Ich Wird nirgends anders mehr sein Das ist depressiv, Herr Junge Da ist gar kein Tageslicht Oh, hier oben ist der Weiße Ih, hier krabbelt noch so einer Schon cool los Bah, guck dir den an Wie der da krabbelt Kommt der hier irgendwo rein? Sieht nicht danach aus Hey, ich hab da Dings Doch nicht War nur die Wasserspiegel Hey, gehst du schon weiter? Ich bin oben Ich lauf' bisschen rum Oh, da liegen immer Leichen in diesen Wannen Ich bin Ich bin leider so, dass ich immer alles sehen muss Dafür find ich Dafür find ich aber immer Dafür hast du den Kribbelkrabbler übersehen Der in der Scheibe krabbelt Was ist denn hier los? Oh Gott Oh Gott Note to all employees Mr. Pafton All digital communication to be printed out Do not lift digital copies of your communications on any devices And discard all of communications when done with them Nein Hier oben ist etwas ganz Schlimmes passiert Oh, hier ist noch eine Tür drin Das müsst ihr euch angucken hier oben gleich Ja, da merkt ihr die hier Ich hab' eine Gitarre gefunden, Leute Wo? Hier Ich auch Wo? Mann, hier läuft immer alleine Warte, mein Hinger ist hier Du bist an mir vorbeigelaufen Wie? Ach da? Komm zurück Das hier ist eine Poolbar Geiles Totten Und es gibt's Im Saarland gab's auch ein Schwimmbad Mit Poolbar Die wollten nicht, dass es online gesichert ist Why? Doch eigentlich schick hier Die brauchen wir eine blaue Keycard Die haben wir aber Oh, hier ist ein Wow Wow Oh, ich hab' die collected Kann ich Gitarre spielen? Ja Aber kommt kein Sound Guck mal hier Alle kam Sound Warte, bevor du reingest Guck mal hier Was mit dem passiert ist Oh, der hatte Hunger, der Arme Lass mal den sein Taschengeld hier wegnehmen Oh, hier liegt ein Zettel Hab' ich schon gelesen Hat der war das? Okay Ui Bei Geld Scheinbar hat der gut gespielt Oh, hier sind noch mehr Kohle Das erinnert mich an In Forest 1 gab's immer So einen Der hatte einen Tennisschläger Und ganz viele Golfbäude Der liegt noch auf dem Boden Und unter seinen Füßen liegt noch Geld Hier ist eine Keycard, eine blaue Von Arnold Hilfe, bin unterm Tisch Arnold Grant Warte mal Wir sind unter den Tisch gekommen Arnold Grant Ich weiß halt nicht Kann ich dich rausbacken? Kann ich Und hier liegt noch ein Zettel Hank After searching The entire facility Despite having much more Impotenzials to be focused on We have managed to look at the Golfclubs Mann, die mit ihrem scheiß Golfclub, ne, Alter Die gehen richtig auf den Sack Geh du raus? Hier hinten liegt die Keycard, eine lehre Oh nein Aber die anderen geben Fick auf dich Was passiert? Ich bin unterm Tisch gefahren Komm nicht hier runter Ui, warum tötest du den? Ja, der backt du dir fest Ja, nee Töte den nicht Wir müssen den noch rausbacken Das hab ich schon versucht Warte mal Mach dir aber nicht richtig Geh mal weg, Pinsel Das bin ich, du Arsch Kannst du da irgendwo einen Stock drunter legen? Die Ecke ist rot bei mir Die andere Die andere komme ich nicht ran Warum ist denn das so? Scheiße, wie komme ich denn hier nicht mehr raus? Ja, warte, stimmt Das ist eine gute Idee Warte, vielleicht kann ich dir einen Rucksack Jetzt? Ich weiß, wie du da rauskommst Soll ich dir sagen? Ja Mach mal Kannst du hier ein Feuer machen? Ja, du musst ein Feuer machen So weit weg wie möglich Warte, oh Ich bin raus Und dann hättest du das anzünden können Sagt er einfach, siehste Ja, aber der hätte das anzünden können Und dann wäre der nach vorne teleportiert Ein Stück Hier ist noch eine Tür Ja, ich hab eine Keycard gefunden Dann mach ich die hier auf Aber wir haben da Die vorne dran ist auch noch eine Tür Oder hier ist die Keycard Ja, ich hab die schon Aber das ist, glaub ich, ein Loot rum hier Oh, hier ist wieder ein Zettel Ähm Boah, schwer zu lesen Ich das Virginia Puffin ist die Tochter Ich kann das schwer lesen hier Und weggelegt müsst ihr mal eine versuchen So weit dafür Das ist aber auch viel Text Ja, dann soll Mila lesen Nee, meine Augen sind zu schlecht dafür Ich kann das auch nicht erkennen Dann soll Loco lesen Ich hab's schon weggeklickt Ach komm, Alter Ihr könnt einfach alle nur kein Englisch, Alter Das ist halt euer Scheiß-Problem Ich hab die letzte Zeit die ganze Die ganze Zeit vorgelesen Und euch das noch übersetzt Okay, Lazarus sagt er war ein Testament Hier ist auch noch eine Tür, ne? Hier links Ich kann's nicht Ich kann kein gut Ich kann's nicht gut lesen Ich mach die Tür jetzt auf hier Bla, bla, bla Das ist, ähm Oh Gott Testament Oh Gott Ich will auch einen töten Weil die sind so schnell Ja, dann komm, Pinsel Oh, da hat sie nur nicht alles angeguckt Ja, Mila, lass mal auf Pinsel noch warten Wir brauchen mal ein bisschen länger Da nehm ich mir aber auch die Zeit Ganz schön krass, was hier passiert ist, ne? Komischerweise liegt hier immer derselbe Tote Die haben immer das gleiche Modell benutzt Super helles Licht Ich bin selbst dadurch blind geworden Moini Ich muss mir auf jeden Fall ein Schwert kaufen In real life Falls er mal wirklich zu einer Zombie-Apokalypse kommt Was ist dann? Wo ich mir ein Schwert kaufen Ihr müsst mir gleich nur zeigen, wo der Schlafanzug ist Ja, da sind wir schon lange dran vorbei Ja, da geh ich doch wieder hin Und meckerst du mich eigentlich die ganze Zeit an? Hä? Na, du waschst zuvor und dann Ja Ich bin nicht vorgerusht Willst du gleich wieder zurückwaschen Um wieder zu uns zu rushen Ja, und selbst wenn ich da hin Na und, dann geh ich alleine da hin Dann warte, dann lass erst das Ding holen Bevor wir weitergehen, oder? Weil hier gibt's schon wieder 44.000 Räume Wohl erst das Ding Ja, dann soll Loco mitkommen, auch Dann kommt alle Okay Kommt Hm, ich warte hier Nö, du kommst mit Ich warte schon Nö, ja, dann geh ich auch nicht da hin Mir egal Dann rushe ich jetzt die ganze Zeit vor Alle kommen mit aus der Mila Wieder extra Wurst Hört auf, ich zu beschweren Ich bin die ganze Zeit hin Weil ich in jede Ecke gucke Hier ist ein anderer, Artifakt 2 Hi Oh Kino Ja Mit Besuchern Hier ist ein anderer, Artifakt 2 Irgendwelche Artefakte Hilfe Oh Oh, hier Hier ist ein anderer, Artifakt 2 Guck mal, was hier steckt Babys Boah, Kettensäge Boah, eine Kettensäge Boah, jetzt soll der nochmal kommen mit dem Dings Ist ja Mini Motorboot Ach, die läuft mit Energie Die läuft mit Batterien Boah Heftensäge Aber das bringt uns auch bei der Tür nicht weiter, oder? Oh, hier ist noch ein Weg Hä? Gar nicht, laber Hier geht's doch durch Was ist denn mit ihm hier? Guck mal Was ist das denn? Ja, der hat einen Zappel, Philipp Da vorne ist Exit, ne? Ja, Exit this way Das sind Babys Die gehe ich diesmal fetzen Ich habe die ganze Zeit Spaß Ich laufe jetzt zurück Wo ist der Schlafanzug? Na, bei den Sauna-Dingern Ja, alles klar Zeig dir Ich spiele nicht mehr mit Mila Guck mal hier Hier, Mila Die ist noch Ja, ja, aber wir müssen eben warten Die gehen doch gerade zurück Aber ich bin so neugierig Du bist gemein, Mila Boah, ja, deswegen warte ich auch Ihr seid schon wieder alles am erkunden Hä? Nee, eben nicht Immer am heulen Ich ertrage das nicht mehr Ich gebe mir die Spritze Wo ist denn denn in dem Inventar Das Fell, was man gefunden hat Danke Davon zubringt es aber auch nicht weiter Ich bin nicht grumpy Ich bin immer grumpy Halt mol Ih, was ist das denn? Das ist dein Spiegelbild Wie läuft aus da? Macht ihr richtig satt? Ich bin sauer Die Gruppe bricht auseinander, ja Weil Mila mich ärgert Dabei hat die heute Fikidellen gegessen Eigentlich müsste die super happy sein Ich bin super happy Wer macht den super happy Davy Boogie Dance? Den siehst du jetzt eh nicht Doch Ich wollte den gerade abstechen hier Moini Hallo Warte, Pinsel fehlt noch Wie ich fehle Ja, wir warten auf dich Hier ist überall dieses komische Gestein-Dings, ne? Aber ich glaube, der Pinsel hat recht Das ist Gold Ja, warum sollen sonst so viele Bergarbeiter da drin sein? Weiß nicht Dass kein Gold ist Gold ist immer so eine Sache, was sich lohnt danach zu gucken Das hier sieht aus wie Gold Das hier sieht aus wie Gold Sind das einfach nur zwei Wege? Ja, das sind einfach nur zwei Wege Bestimmt im Kreis, oder? Vielleicht ist er dir auch Crack, sagt die Oma Leck mal dran Könnte sein Crackity Crack Dann müssen wir Piep fragen Der Piep hat noch nie in seinem Leben Crack gesehen Hm Ich auch nicht Doch, hast du bestimmt Das stimmt Der ist ein 40 braver Boy Oh, hier geht runter Oh, geht runter Hier Da vorne ist Da war ganz kurz Licht, kurz Da war kurz Licht, da war kurz Licht Licht am Ende des Tunnels? Wir wissen halt immer noch nicht, wer die Frau ist mit der Alufuole Ach, das Ende hier Ja, und was haben wir jetzt gefunden? Eine Motorsäge Ja, und da frage ich mich jetzt Kann man mit der ganz schnell Holz haken? Versuchen Das werde ich jetzt auch tun Zwei Keycards haben wir gefunden, oder? Und eine blaue Keycard Wollten wir nicht noch bei uns in der Nähe in die Ach, das war doch die Base jetzt, oder? War die, ja Hinten, hinten dir Keckensegen Massaker 3 Oh Äh, Gegenstände außer Hand nehmen, Gegenstände außer Hand nehmen Warum? Ah, nee, doch nicht Jetzt wird die Ah, da kommt Virginia Da ist aber noch ein Monster Ja, ich schau mal Vielleicht will die ja was von mir Oh, da hinten läuft auch noch einer Die will uns irgendwas zeigen, oder? Ja, den Typen, der angreift Virginia Nicht näher, komm, nicht näher, komm Und Gegenstände außer Hand Deswegen läuft die immer weg Spät Loco steht da mit einer Axt Sie geht immer näher Und glott sie richtig an Mit einer blutverschmierten Axt Was willst du denn, Loco? Ich hatte eine Fremdensegel an Und bin dann mal auf die Züge gegangen Aber hier steht ja den blauen Punkt davon Also entweder kann sein, dass wir die brauchen für die Tür Oder das hat irgendwann mit unserer Goldrüstung zu tun Hier ist jemand Ja, aber die geht normalerweise auch nicht Die geht normalerweise auch nicht Äh In In Höhlen mit rein Okay, dann hat das vielleicht mit der Keycut zu tun Die wir gerade bekommen haben Ja, vielleicht gibt die uns ihren Bein Boah, hast du mal die Sterne gesehen? Das macht richtig cool aus Ja So einen Sternenhimmel habe ich in GTA auch Aber ist das ein Kind? Das war brutal Sind das Kinder? Nein, das war ein Crumpy Kann absolut nichts sehen, ne? Loco hat reingeschissen Das Licht am Ende des Zündes kann auch ein Arschloch mit einer Kerze sein Ja, aber die kommt doch wieder, oder nicht, Mila? Ja, klar, die kommt immer wieder Wenn wir so irgendwo sind Dann kommt die da irgendwann hin Ja, dann sollten wir vielleicht doch die Base ein klein bisschen weiterbauen Vielleicht kommt die da hin Sollen wir hier einfach ein eigenes Zimmer machen? Die darf bei mir wohnen Du willst doch nur knutschen mit der Ganz anderes Hauptsache nicht der Ede Ganz anderes, Junge Boah, ich kann überhaupt nichts sehen Das ist völlig krank So, die Augen auf Au Stop Ja, sollen wir jetzt gleich nochmal dahin mit der neuen Keykarte? Welche Keykarte? Warte mal Wir haben gerade eine neue bekommen Ja Ich habe die nicht gekriegt Ja, wir aber Wir aber Ich würde jetzt hier Ich habe das zweimal gesagt Dann muss ich ja wieder anschließen Nee, du hast dich da Ganz anders Wir haben auch dich gehofft Hallo, schlafen Man, ey Benimmt euch wie kleine Kinder Böse Pinsel Wo sieht man im Inventar Ich habe Nee, ich habe nur eine gelbe und eine rote Keykarte Ich habe eine gelbe, eine blaue und eine rote Ja, jetzt muss ich da wieder reingehen Alles nur wegen euch Wie waren die Keykarten? Über dem Kreuz Achso, da Ich habe auch gelb, lila Ich habe auch drei Oder gelb, blau, rot Ja, oder braun Das wird keine Ahnung Die pushenden Schweine Immer das gleiche mit euch Aber du brauchst die doch jetzt nicht, Pinsel Wir haben die doch Ja, ich muss das auch haben Ich sehe das Wenn du den Stream guckst Nee Guck mal, das halbfertige Haus hier Da blute ich Da blute ich Oder du baust das Dann bau doch das Haus fertig Ich hole kurz die Karte Und dann gehen wir weiter Ich soll das Haus fertig bauen? Ja Weißt du, wie lange das dauert? Da kannst du wieder drei Streams warten Aber jetzt haben wir die Hakenpistole Zeigen wir uns Wo ist denn diese Höhle? Wo wir gerade drin waren Welche Höhle ist denn das? Die hier oben Bei dem grünen Punkt Loco, sollen wir in der Zeit Mal die Hakenpistole machen? Zeigst du mir, wenn das funktioniert Geh mal eben Kevin Wie bei dem grünen Punkt Okay Heavy Rüste die mal aus Ja, wir brauchen noch so ein Dings dafür, ne? Nee, ich glaube Anfangs hast du eine drin So, dann musst du den Endpunkt setzen jetzt Irgendwo Was heißt der Endpunkt? Na, da wo die Stämme dann ankommen Oder wo Ja, das machen wir hier Hier oben Schießt das da ran Dann drehst du dich oben Ah, wie weit kann man damit laufen? Ja, das hab ich noch nicht rausgefunden Das geht auf jeden Fall ein ganz schönes Stückchen Dann schießt du irgendwo an den anderen Baum ran Dann Let's go Also noch funktioniert es Wo lag denn die blaue Karte ungefähr? Äh, da wo die Gitarre war Hinten der Ecke Neben dem Raum, der mir noch aufging Ja, jetzt ist es vorbei Jetzt ist es vorbei? Ja, also müssen wir das irgendwo hier machen Am besten, wenn nichts im Weg ist, oder? Ja, hier an dem Stein irgendwo Ich hab Kevin den Anzug gegeben Warte, ich rede nochmal runter Echt? Ja Der ist jetzt schick Danse, vielen lieben Dank für den Resub Vielleicht kann ich dem auch den Pizzer machen Kannst du am 37. mit Trine Bis zurück Warte mal, Kevin Ich hab ne Idee, Loco Seit wann kannst du ihm den Pizzer Du musst mal ihm einen Baum fällen Du brauchst zwei Baumstämme Die hauen wir dann im Bohnen Und die benutzen wir dann als Endpunkt Ich teer den Pyjama Teer den nimm Ja Pyjama Oh Kevin, ein Pyjama Okay Kevin, komm mit Wir gehen zurück Folge mir Wie siehst du aus, Kevin? Schäm dich nicht vor den anderen Komm mit Ach Kevin Kannst du die hier im Boden reinhauen? Irgendwo? Ja genau Und dann noch ein Ah ne Noch ein drüber geht nicht, ne? Äh Das geht gerade nicht, ne? Egal, mach mal so Jetzt kann man da runter Oh, wie cool Oh, wie cool ist das denn? Könnt ihr das eine Ende vom Seil nicht auch in so einen Lockbehälter machen? Oh, wir können sogar hoch Oh Gott Wir können sogar hoch Wart, Mila Hallo Könnt ihr das eine Seilende nicht auch in so einem Lockbehälter ähm dran machen dass die straight up da rein fliegen? Ja klar, natürlich Oh, warte Ich hole mal ein bisschen Holz Kevin, kommst du hier nicht über den Fluss? Ist das Musst du jetzt echt rumherum laufen? Okay, mach Der eine Baum, den ich geschickt hab der lag hier oben Ja, das Wir machen ja doch eine Wand hin dann fallen die hier runter Wart mal, wie sendet man das jetzt runter? Einfach eh Muss aber gucken in welche Richtung du schaust Also wenn du nach oben schaust fährt er nach oben Voll cool zu Kevin hol mich anfallen lassen Bongo Heben ist so hübsch was wir haben ja auch ein bisschen in die Richtung wasser wir können die Richtung das ist so hübsch ist so hübsch wasser ist so hübsch und das ist so hübsch das ist so hübsch das ist ein cooles feature ich warte mal eine Zeit Vielen Dank. Nein, theoretisch zwei davon machen, ne? Ich hatte zwei Zip-Lines, meinst du? Ja, ja. So viele machen, wie viel, so viel wir haken wie du hast. Und die Haken können wir ja im 3D-Docker bauen, also. Zwei war, dann kannst du direkt zwei hintereinander runterwerfen, so. Jetzt musst du halt immer einmachen und dann warten, bis der runtergleitet ein bisschen. Wo soll das Ding sein? Da in dieser Disco. Da hatten wir doch diese eine Tür aufgeschlossen mit der Karte. Ja, aber wie kannst du nun mit der Karte die Tür aufschließen? Wir haben zwei gefunden. Oder vielleicht ging die Tür auch mit einer auf, die wir schon hatten. Und daneben in diesem Raum, in diesem Raum, den wir aufschließen konnten. Ohrwand. Die Karte. Ich habe eine gelbe oder eine rote. Der Disco. Fünf Stöcke fällt. Kevin, wo willst du? Schick mal Baumstammen, guck mal, ob die da reinfallen direkt. Da kommen jetzt zwei Stück auf Eimer. Aber das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine steckt jetzt in der Wand hier. Nicht so cool. Ich habe eine wieder gelöscht. Hast du Stöcke? Oh Gott, ich bin schnell, jetzt der Baum. Oh, hier ist ein Zombie. Ach, nimm Dings. Ui. Die fallen da rein. Ey, die ist übrigens lila. Die ist nicht blau, die Karte. Ja, ich habe eine Farbschwäche jetzt. Die habe ich sie jetzt. Wie cool ist das, bitte? Tanzzäpfle, vielen Dank für die Primes ab dem 34. Liebe zurück. Ah, Buch, okay. Nee, die ist lila, glaube ich. Sieht aber lila aus. Als ob wir nicht so eine Seilwände bis oben auf den Berg ziehen können mit Holzstämme. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst, Alter. Boah, darauf hätte ich richtig Bock. Also, Loco, ihr habt jetzt auch drei Karten, ja? Wir haben drei Karten. Okay. Danke, Bexy. Scheiße. Ganz schnell E drücken. Ja, stimmt, dann kommen zwei. Ist einer unten und guckt, ob die reinfallen? Ja, machen die. Manchmal bleiben die in der Wand stecken. Aua. Irgendwas passiert, wenn du jetzt nachher checkst. Naja, ist ja egal, ob die stecken bleiben. Hm, Twitch-Card. Ist halt nur blöd, dass du jetzt immer bis zur Zip-Line laufen musst. Ich müsste mir eine zweite Zip-Line bauen irgendwo. Ich gehe in so einem dichten Waldstück und dann holzen wir dann ab. Komplett. Das kann man auch machen. Oh, hier ist die Virginia. Ja, ich gehe mal zu dir ohne Waffe jetzt diesmal, okay? Oder wir benutzen den See. Funktioniert der wieder? Achte auf, was die für ein Zeichen zu dir gibt. Nimm die Arx aus der Hand. Wir haben doch gesagt, ich habe keine Waffe an. Die ist aber, als du jetzt weggegangen. Ja, aber bei dem Gesicht... Vielleicht ist es so... Ich habe einen pinken Schlafanzug an. Das ist doch voll cute. Ja, aber die denkt... Oh Gott, da kann ich... Der will mich ins Zimmer locken. Ich glaube, Mila muss das vielleicht machen. Ach, die muss einfach mal... Manchmal ist es auch so, dass die einfach so ein bisschen dieses Fang mich spielen möchte. Und außerdem hat die Edel die schon ein bisschen verprügelt. Ja, der Edel hat die verprügelt. Ja, aber irgendwann muss man ihr auch so aus der Ferne zugucken. Einfach so ein bisschen. Und dann tanzt die vor allem. Und das ist dann auch so ein Zeichen, dass ihr Frauen größer wird. Aber die kann nicht sprechen. Aber mit der Ketten... Die Säge geht das super fast, Alter. Los! Ich glaube, der D ist aber immer noch schneller, Loco. Ja, ich glaube, die Säge... Dann sind's... ạiaudant. Okay. Ich glaube, der D, der D, der D, der D, der D! wir müssen uns an dem seewart einfallen lassen wir müssen immer gucken wo die hölzer hängen bleiben und da irgendwas hinbauen hier ist sie wieder kann nicht hauen kommt zu loko loko macht deine waffe weg ich habe nichts in der hand kommt hier zu euch beobachtet jetzt nicht genau nicht nicht ganz hinrennt die wächtet ihre beine lasst sie nicht sich selbst erschlagen mit dem holz bitte 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 ein rasgar ist schon mal doch gott ich habe den namen immer noch nicht noch vorsichtig für den freundschaft im siebten wie cool ist das denn ich habe kein glücker so lange gescheuert dankeschön in wald käsik fahre sieht fahre dass ich habe hier aber oben in den see gepinkelt jetzt in dem fluss nicht schlimm vor geht hat schnell mit dem ding alter sieht aus wie ein mordor hier was ich hier veranstaltet und bei sajax dankeschön für den freundschaft und herzbekommen nein dunkel loko du musst die kettensäge benutzen ja mach schon muss die einfach so reinhalten und da ein bisschen nach rechts und links machen das geht fucking fast das ist schon oh gott wir haben hier alles abgeheizt hat sie jetzt gemacht einen fisch getreten ich glaube ein kaninchen getötet das geht super schnell oh gott das geht so fast wer hat jetzt gegessen ist weg wir kommen in der hochgut ey einer muss an der base beim nicht dass der holz desbund sind an der base jetzt müssen wir warten bis die wieder kommt und dann wieder bisschen beobachten aber lass nicht den loko die hat angst vor loko wenn dann hat die angst vor dem edel aber der edel ist ja nicht mehr da zum glück kann man ja gucken ob das holz unten ankommt von euch ja ja ist unten wie cool ist das bitte und calvin vielen dank für den we saw im 13 schicken kannst du das und kannst du es hochschmeißen ja loko ich glaube das reicht erstmal ja 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 was soll ja 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 Guck mal, hier bleiben die zum Beispiel mal hängen. Da müsste man irgendwas bauen. Kein Wunder, dass die Inselbewohner so mad sind. Ja, wäre ich auch mad. Gucken, wie viel Holz wir jetzt da unten haben. Ach du Scheiße, Alter. Warum schmeißt du das denn da oben rum? Darf ich das mal fragen? Na, damit du das gleich da oben schon hast zum Bauen. Ach so, ich dachte, ihr macht wieder alles kaputt. Weil ihr werdet ja nie erwachsen. Ah, das war das. Das ist doch so. Das war's für heute. Du kannst das... Wie heißt das? Du kannst das bauen. Du kannst... Nee. Egal. Junge, was? Ich sieh's aber ein bisschen nicht. Geht's dir gut? Allergie. Du kannst nicht immer alles auf deine Allergie schieben, Junge. Doch, kann. Siehst du doch. Das gefällt dir, oder? Die schmeißen mir jedes Mal zwei Stämme in die Fresse. Und gleich dauernd. Was soll ich sagen? Allergie. Allergie. Nee, warte mal. Muss ich hier so ein Fenster lassen. Ja, okay. Wie viel Holz haben wir? Nicht mehr viel hier unten jetzt. Haben wir's gleich. Du brauchst einfach 20 Stunden, um eine Base zu bauen. So viel Holz, wie du brauchst. Aber du baust halt auch eine Villa. Naja, das ist eine große Holzhütte, ne? Ja, und wir brauchen ja auch ein großes Lager scheinbar. Muss man das noch auf Stein upgraden? Nein. Fertig? Naja, wenigstens haben wir ein paar Wände gezogen. Oh. Ja, das sind die letzten zwei. Damit hast du einmal auf mein Auge Apfel gezielt, ne? Ja. Calvin, du warst Jahre nicht da. Wir zocken doch, Herr P. Wir haben gerade nur einen kurzen Ausdruck in einem anderen Spiel. Kann nicht lange genug gehen. Und Herr P. ist auch nicht mehr das, was das mal war. Soll ich dir von vornherein. Wenn du jetzt halt nicht wusstest. Bist du da hochgekommen? Junge, ich bin auf dich drauf gejumpt. Okay. Was sagt er? Sagen wir jetzt gleich zu der anderen Höhle? Ja, nein, vielleicht. Ja, ja, ja. Super Idee. Warum machst du unseren Wald kaputt, Milo? Na, ich sammle hier ein paar Stöcke. Du schwannst. Du schwannst. Du schwannst. Ja, Ron, wie lange hast du davon kein AP geguckt? Oder hast du woanders geschaut? Oh Mann. Fertig gebaut. Hat er es fertig gebaut. Die Milo hat hier nur so ein Trocken gestanden. Achso. Wie sieht denn der Kevin aus, Alter? Ja, nein. Nein, der sieht süß aus. Gut. Eigentlich hat er dafür einen verdienen im Ninjaschwert. Nein, lass ihn in Ruhe. Okay, wann wollen wir los? Hier, lass mich hier noch eben den Fisch aufrücken. Okay. Okay. Wo ist denn das Fell? Ach, schmeiß dann vielleicht irgendwo rein. Weiß nicht. Ich will damit was bauen. Ich finde dieses blöde Zell. Wo ist Fell? Ach, hier ist es da. Woher ist denn man nicht so ein Bimpfig? Ja. Wo ist der Bimpfig? Bimpfig. Okay. Jetzt können wir. Ab und zu. Okay. Unsere Bude sieht echt kacke aus. Das sieht echt scheiße aus, Alter. Naja, wenn du unten noch Fenster reinmachst. Aber ich kenne noch niemanden, der außen die Fenster hinbaut. Sorry. Ja, naja. Ich sag mal so. Es ist halt wieder zweite Duisbuck. Ja, ich mach die Fenster gleich nach innen. Okay, sag mal los. Das sieht aus wie ein schielender Tau. Das weißt du, das kannst du halt auch nicht bringen. Ja. Dann bau du doch, du Wichser. Ja, nee. Ich denke, es gibt Leute, die können das. Manche müssen es halt lernen. Deswegen würde ich da halt... Duisbuck, Burg, Ostblock. Ostblock, duisburg. Ja, dann kommt. Du bist gemein, Mila. Nein. Aber es wird jetzt gerade dunkel, oder? 15 Uhr. 15 Uhr. Aber wir haben auf jeden Fall noch zwei solide Stündchen, bis es dunkel wird. Ja, übertreib nicht. Ich hab die doch gar nicht getroffen. Ja, coole Knarrepinsel. Egal. Ja, sollen wir schlafen gehen? Oder unterwegs? Jetzt können wir auch noch durchschlafen kommen. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Was passiert denn, wenn ich... Schau mal auf mein Schwert jetzt. Was passiert denn dann? Zumal schlägt jetzt mal hier. Kann man jeden Hieb von den Monstern dodgen? Ja, ich glaub schon. Da kommen wir die Krankenhäuser. Komm, schlaf, meine Kinder. Hi, Bubu. Und nochmal. Nochmal. Speichern. Speichern. Ein bisschen Viech holen. Stimmt, speichern. Diele auch speichern, bitte. Ja, ich speichere das noch. Mal gucken, ob wir jetzt mit der Karte da reinkommen. In welche Höhle wollt ihr jetzt gehen? Na, da, wo wir gestern die Tür nicht aufbekommen haben. Diese goldene Tür. Mit dem Arm. Aber ich glaube nicht, dass... Halt muhl. Genau, halt muhl. Kann man die Karten kombinieren vielleicht? Keiner, vielen lieben Dank nochmal für 3,33 Uhr. Gestern schon. Was hältst du von Lucky V? Wäre es für dich oder euch? Die kannst du nur ausrüsten. Halte ich viel von. Aber momentan noch keine Dings gehabt, mal da vorbeizugucken. Hinter dem Eis. Beim Handy rechts. Aber ich bin mit Kuba zum Beispiel, der da da Crime-Lighted in Kontakt. Achso, ich habe auch schon mit dem Heidel-Trott mal in den Stream geschrieben. Wir werden da bestimmt irgendwann mal vorbeikommen. Wir gehen diese grünen Kreise nicht weg, wenn du die schon gesehen hast, wenn du da schon warst. Nee. Kommt, Freunde. Let's go. Ich habe bei The Way immer noch keine Trinkfläche. Aber die Base bauen wir trotzdem Ende, ne? Ja. Unbedingt. Ja. Oder Mila, Lucky, wie gehen wir bestimmt mal vorbeigucken? Irgendwann mal. Wo? Lucky. Da war ich schon drauf. Ich weiß. Aber ich war halt ein Alien auf dem Server, sag ich dir ehrlich. Ja. Ich glaube, wenn da so ein paar Leute, die so sind wie Meinscher, dann hätte das richtig cool werden können, weil die sowas vielleicht eher weniger gewohnt sind. Stell dir mal vor, mit der Truppe von... Ja, aber Pinsen, nur weil einen so ein blöder Cop gesagt hat, dass du ein Troll bist, ne? Heißt du noch lange nicht, dass du wirklich ein Troll bist, so. Du spielst halt einen verrückten Charakter. Ja, lass dir so Blödsinn nicht an. Nee, das meine ich nicht. Nein, mein Problem war, du musst dir vorstellen, denn die haben mich alle angeguckt, die wussten nicht, mit mir umzugehen. Ja, eben. Ja, weil du halt ein RP-Charakter bist. Genau, die wussten halt gar nichts. Das große Problem ist auf den meisten Servern einfach, dass die Leute sich selber spielen. Oder die wollen diesen stereotypischen, coolen, weißen Typen spielen, so. Ja, wir hatten das ja auch ganz oft auf Unity, so. Das stimmt, da war ein Typ, der hat gesagt, ja, der macht halt RP, aber ist halt Moch. Das hat er so gesagt. Ist halt kein Moch, die haben halt keine Ahnung von RP. Weil die spielen meistens immer Second Life. Second Life, ja. So Real Life RP machen die. Das heißt, ich bin stereotypischer weißer Typ, ich hab einen gut bezahlten Job, ich fahr ein dickes Auto, ich hab eine Karre, ich cringe im RP und ich geh in eine Bar abends. So, das wäre ein RP. Mein Problem war, weil viele dort auf dem Server, die konnten mit mir als Charakter nichts anfangen, weil die das nicht gewohnt waren. Weil die überfordert sind. Weil das wirst du noch so oft erleben. Natürlich, aber ich, deswegen, ich hätte mich gefreut, wenn da jetzt, sag ich mal, jetzt auch. Aber diese Art von Spielern, die kommen auch mit Crime RP nicht zurecht. Weißt du? Weil du hast uns doch letztes Mal eine Story erzählt, wegen dem Motorrad, was du rumgeschubst hast auf Sektor oder so. Wo der Typ ausgelockt hat einfach. Der hat mich Honson beleidigt. Ja, überlegt. Und hat dann ausge... Also, die Story, kurz zur Zerklärung, da ist einer, der hat halt die Kurve geschnitten und ich hab den Fass mit meiner Karre über den Haufen gefahren. Der war auf dem Bike. Und später hab ich den wiedergefunden. Da hab ich sein Motorrad leicht angestupst, damit es umfällt. Um ihn zu ärgern aber, ne? Um ihn zu ärgern und dann eine Ansage zu tropfen, weil ich spiel ja Pinsel momentan, oh gee, warte, warte, warte. So. Das war alles. Dann ist das Motorrad halt umgefallen. Allerdings gegen ihn und dabei ist sein Charakter umgefallen. Und er haut nur raus, oh verdammt witzig, du Honson. Und hat instant ausgelockt. Du darfst nur in so einem Stream sagen, ne? Ja, aber ich mag das Wort nicht. Ach so, okay. Ja, und das ist die Art von Spieler, die sehr oft vertreten ist. Und dann dachte ich auch so. Ja, das klingt traurig, aber das ist so. Das muss man leider sagen, das hat Dings auch schon damals gesagt. Auf Alternate haben wir das schon gesagt. Das ist der, das glaube ich sogar mal richtig kommuniziert. RP lockt halt Menschen an, die sich da sehr reinsteigern. Deshalb gibt es ja solche Memes wie gefangen im RP und blablabla. Das ist halt, das ist Second Life halt. Wer Second Life kennt, weiß, weißt, was wir meinen. So, es gibt halt Leute, das ist jetzt zweites Leben halt. Die locken da ein und da sind die irgendjemand in ihrer kleinen Bubble und da haben die einen gut bezahlten Job, da haben die ein dickes Auto, ein Haus. Die verstecken sich, die verstecken sich in einem Online-Game. Ja. Online-Game. Während so Charakter wie Pinsel oder Piep oder die ganze Brickscrew, alle, alle, weißt du, alle, die wirklich einfach nur einen Charakter spielen und ja, das sind halt einfach RP-Charakter. Ja, wir wollen einfach nur Spaß haben. Nein, ist ja nicht schlimm, wenn du das noch ein bisschen ernster spielst, mache ich ja auch gerne, ne? Ja, ja, das ist ja okay. Aber trotzdem muss man halt auch so Charakter wie, sag ich mal, andere von uns oder so akzeptieren und Ja, dann brauchst du eine gute Mischung. Du brauchst du eine, ich hab damals dazu immer gesagt mit Dings, ich glaub mit State zusammen so, du brauchst halt auch Statisten, weil sonst ist der Server leer. Boah, ich hasse das, wenn man Statisten sagt. Ja, aber das ist so, das ist, darf ich ein Beispiel sagen? Ich hasse das so. Ich war, ich war ja auf Lucky und auf Lucky, da waren Leute, die mussten arbeiten gehen, Die hatten bewusst gesagt, oh, ich hab heute keine Zeit mit dir, irgendwas zu reden, weil ich arbeiten gehen muss. Soll ich dir sagen, was die gemacht haben? Bei Klamottenläden liegt alles dort aus. Ja, ja, Dann standen die bei Klamotten als Security da und kein Witz, die standen da vier Stunden. Ja. Einfach nur da, damit Leute nichts klauen. Aber ich sag ganz ehrlich, also nicht nur auch Mila und so, es hat auch seine Daseinsberechtigung. Statist klingt natürlich ein bisschen übel, ein bisschen so negativ, aber das ist gar nicht böse gemeint. Es hat auch seine Daseinsberechtigung, weil jedes LP hat seine Daseinsberechtigung. so jedes normale LP, ne, außer du spielst irgendwie so Rechtsradikalen oder so ein Scheiß, Alter. Aber das gibt es ja eh nicht. Also nicht in Deutschland, in Amiland gibt es das. Aber ich, weißt du, selbst, ich glaube so, so mal, ausnahmsweise mal sowas machen wie Türsteher oder so, würde sogar ich machen. Ich hätte damit gar kein Problem, einfach ein bisschen quatschen und dann, mir wird halt schon was einfallen, aber dass ich dann auch mal die Möglichkeit habe. recht gestalten, als die Leute, die da vorne rumstehen. Richtig, aber das Problem ist, wenn ich onstream bin, onstream würde ich das nicht so gerne machen wollen, so Türsteher, weil das langweilig ist. Genau. Aber wenn es jetzt dazu käme, dass ich offline bin, du würdest das doch onstream machen, weil das einfach lustig wäre, wenn du da stehen würdest und du müsstest die Leute durchsuchen und du könntest entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Ja. Ich würde einfach zu jedem, der so einen Gangster-Charakter spielt und denkt, der wäre voll der Harte, sagen, ja, du darfst heute nicht rein. Weil guck mal deine Schuhe an oder so, weißt du? Ja. Naja, aber wie soll man denn der P lernen, wenn ich jetzt Whitelist hätte? Dann würde ich ja auch erstmal Ziehwis ein und Schaunobobach primär. Ja, deshalb sage ich, das hat doch seine Daseinsberechtigung. Das ist, das kommt halt darauf an. Naja, es ist ja auch, aber es ist doch auch kein Problem, ich sag mal so, wenn du so ein verrückter Charakter bist wie Pinsel, den sofort raushängen zu lassen, weil damit zeigst du ja auch Offenheit und gehst besser auf andere Leute zu. Ja, du musst aber natürlich auch ein gewisses Händchen dafür haben, ne? Das ist halt ein Schmallerkrapp zwischen Trolling, zwischen Fail-App, Trolling und... Nicht nur das, weil, guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Sektor zu den 44 gehen, zu Six und seine Truppe, jetzt mal abgesehen davon, dass die vielleicht wissen, ja, das ist ein Streamer und so, aber wir bringen die halt zum Lachen, also wir ärgern die quasi und wir beleidigen die vielleicht auch, aber wir bringen die halt zum Lachen und das wird dann akzeptiert. Aber wenn du, ne, wenn du kein gewisses Händchen dafür hast, gehst du halt hin und machst das gleiche und dann knallen die dich ab, weil die denken, jo, ich will nämlich verarschen, Ja, du musst halt gucken. Aber jemand, der im Real Life auch verrückt ist und lustig und so, der wird das auch ein RP schaffen, weil das ist nichts anderes aus, oh, 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 weil das ist nichts anderes wie 3D-Teams. Nichts mit Tal gehen. Nichts mit Tal gehen. Ich meine so, selbst wenn das passiert, dass die dich halt abschießen, so, dann ist halt so, dann sei aber wenigstens nicht straight up mad. Ja, aber es gibt einfach Leute, die dat mad machen, das ist das Problem. Es gibt halt viele, momentan, das ist mir so aufgefallen, ich finde, es gibt halt viele, viele, viele neue RP-Anfänger, die das erst verstehen müssen, Weil die noch gar kein Händchen dafür haben. Da treffen so viele, ich nenne das mal, Skills aufeinander immer auf den Servern. Aber das pendelt sich irgendwann ein. Aber ist man so ein Char wie Pinsel gleich von Anfang an? Wenn du im echten Leben auch so bist und das handeln kannst, ja, warum nicht? Klar, warum nicht? Was hat er gefragt? Ob man so einen Charakter wie du deinen Spielstrick von Anfang an spielen sollte, wenn man jetzt neu wäre. Soll ich dir ehrlich sein? Pinsel hat das auch erst gelernt. Ich hab das auch gelernt. Ich hab meinen Charakter damals, soll ich nicht sagen, wie ich ihn gespielt hab? Ich hab ihn ganz normal gespielt. Der Charakter hieß, sag ich jetzt einfach mal, Ronny Hobbs, so wie er halt heißt. Und hab ich halt... Oh Gott, das ist so schlecht, was wir hier gerade machen. Ja, das ist halt echt. Egal. Ich hab halt immer, ich hab nur die Stimme, noch nicht mal am Anfang die Stimme verstellt. Ich hab einfach so gesprochen wie Hallo, ja, mein Name ist Ronny. Und ich hab dem in RP, weil ich ja auch noch neu war, hab ich den dann verändert. Am nächsten Tag hab ich dann... Am nächsten Tag hat mein Charakter dann Hallo, mein Name ist Pinsel. Und das wurde immer mehr in Dollar, bis ich diese Stimme, ich sag mal, perfektioniert hatte. Ja, und bis du irgendwann das Gefühl hattest, okay, du kannst das, was du da machst, du übertreibst halt immer weiter, weißt du? Genau. Und dieses Übertreiben führt dann dazu, dass du irgendwann keine Angst mehr vor Konsequenzen hast und dann fängt das richtig harte Kicken an. So, und dann, das ist zwar lustig für den Moment, dieses Rumgekicke... E. Okay, haut rein. Das ist zwar lustig für den Moment, das Rumgekicke, aber auf Dauer ist er ziemlich beschissen eigentlich. Es kommt immer drauf an, in welcher Bubble du bist, weißt du? Ja, aber du nimmst dir selbst, durch dieses Rumgekicke hast du kein... Du hast halt keine Angst mehr so vor. Weiß ich nicht. Auf Alternate hätte sich das keiner getraut, Alter. Mir war das aber am Anfang auch super unangenehm. Aber ich hab auf Alternate auch gekicke. Nee, du sagst, das ist gekicke, aber es gibt ja so einen gewissen Rahmen, den man nicht sprengen sollte. Weißt du, so lustige Andeutungen mal machen, ist ja okay. Aber so wie das auf Unity angefangen hat, mit den Rumgekicke, und das auch auf Sektor ist... Ja, aber das war ja wirklich anderes Level. Das waren aber auch... Das war aber auch ein Server, der nicht so war wie Euthen. Auf Sektor ist das aber genauso. Vielleicht nicht Rumgekicke, aber dieses Rumgemime. Ganz viele machen das. Ja, ja. Super viele. Du musst halt gucken, wie du... Und das ist ja okay, aber du darfst halt den gewissen Rahmen nicht sprengen. Ja, wie du es verkaufst. Und manchmal sprengt jeder den Rahmen, Alter. Selbst ich mach das. Und hallo, der Nix. Ich hab da auch schon reingehen. Meistens haben wir da schon für jeden was geboten. Bestes Beispiel war ja Baker und Killbox. Ja, das stimmt. Deshalb ist ja auch Sektor so ein unfassbar guter IP-Server. Weil du kannst so viele verschiedene Sachen tun. Überleg mal, wenn du da auf Sektor eine Idee hast und sagst, jo, ich will... Keine Ahnung. Ich will sofort angeln. Ich will meine eigenen Schuhe haben. Dann kriegst du die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch. Was ist Rumgekicke? Selbst Oma könnte damit anfangen. Rumgekicke ist so, wenn du so ein bisschen übertreibst mit so OOC-Geschichten oder Anspielungen außerhalb dieses Universums. So. War das ein gutes Beispiel? Hast du Parfüm? Ja, ja. Das finde ich schon... Das ist schon sehr cringe. Das ist schon eine gute Andeutung, dass es gleich losgeht, dass die Leute dann OOC... Ja, Oma, vor allem ich. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kick nur rum, wenn mir langweilig ist, Alter. So, ich bin... Ich fühl mich halt... Da bin ich auch teils selber schuld und vielleicht teils auch nicht. Aber wenn du nichts zu tun hast im WP und sich einfach nichts ergibt, so, dann wird das halt langweilig. Oh Gott, Junge, Alter. Da finde ich das immer cool, wie Dings... Oder was? Das bewundere ich eigentlich so, wie ein Stay einfach die Ruhe weg hat. Ein Stay chillt in seinem Motorraddings da und die setzen sich da auf die Bank und die trinken Bier und unterhalten sich und so. Und weiß ich nicht, der hat keinerlei Anzeichen davon, dass dem irgendwie langweilig ist. Für mich ist das langweilig. Vielleicht bin ich auch einfach verdorben von der ganzen Action, die wir über die Jahre hatten, ne? Wie viele Schießereien und alles, Alter. Drohne, bitte. Wenn einer fragt im WP, hast du eine Drohne dabei oder so, heißt das, bist du am Stream. Aber das ist schon richtig ekelhaft eigentlich. Ja. Aber, Kai, du weißt ja... Ich hatte echt am Anfang super viel Spaß, weil du eben Lucky sagtest. Ich hatte echt Spaß, aber wie gesagt, nach und nach, das war für mich so, du musstest... Du hättest... Drei Wochen musstest du warten, bis du einen Führerschein bekommen hast. Du musstest hier warten, da warten. Am dritten Tag auf dem Server wurde mein Char fast hingerichtet, weil ich, so wie ich bin, so, ah ja, scheiße, ich brauche mal eine Abholung, steige in ein fremdes Auto ein. Das war halt einer von der Mafia tatsächlich. Da hat er mich an den Strand gefahren und wollte mich hinrichten. Und, ähm... Ich glaube nicht, dass du einfach so hingerichtet werden kannst. Nee, nee. Es war halt einfach... Das war halt so der Crime-Char von dem Server. Da bin ich eingestiegen. Am dritten Tag wurde mein Char fast hingerichtet. Überleg dir das mal. Und... Und ich glaube trotzdem, dass du auf Lucky Spaß gehabt hättest, wärst du nicht so alleine unterwegs. War alleine. Hättest du deine eigene kleine Bubble gehabt und ihr werdet losgezogen, so zum Beispiel mit einem Piep oder so, dann... Piep oder auch mit euch. Ich mit mir und dir. Ja, aber ich hatte keinen Bock auf das Wildlisting, Alter. Also es hat sich... Dreivierteljahr, ne? Das Server geht ja live. Komm nicht... Hier, hier, Luca. Hier sind Steigen. Das geht ja live, aber auch nur so gut, da darf man auch nicht vergessen, wann das ja der erste Server war. Und verdammt jeder, verdammte Streamer, den es in Deutschland gibt, hat auf diesen Server gespielt. Und jeder Streamer hat dafür gesorgt, dass, äh... Ne? Viele Leute auf den Server kommen. Und auch viele andere Streamer... Ach, das war... Das war insane, Alter. Das wird es auch so nie wieder geben. Da hab ich noch gar kein RP gespielt, als das Alternate gab. Wo hab ich dich gehauen, Mila? Ja. Ja, Alternate war am Anfang so Hardcore-Server, aber wurde dann gelockert später. Ja. Ähm... Gab auch super viele coole Sachen. Es gab aber in meinen Augen auch... Also für mich... Nicht so coole Sachen. Jeder hat versucht, Pinsels... Da hatte Zett... Da hatte Zett... Oh, Scheiße. Jeder hat versucht, Pinsel auf Lucky zu erziehen. Das stimmt halt auch. Ja, aber das ist doch nicht... Das hier speichern kurz. Das ist nicht die Höhle, wo wir hinwollten, ne? Wir wollten zum Strand. Hau ab, gib die Gobbler. Ne, das ist doch hier die... Nein, der komische Eingang da. Da, wo man die... Wo das Goldtor ist. Ich glaube, das ist... Nein, das ist die nicht. Das ist doch dieser Bunkereingang. Ne, das war dieser Bunkereingang. Der war da unten am Strand. Das war der erste und alle Streamer waren da, aber das hat, denke ich, auch den Hypers ausgelöstert. Stimmt. Ich glaube auch, das war... Ne, ich glaube, das war hier, Leute. Nein! Sag mal, seid ihr besoffen? Nein, das war ein... Der Eingang, da lag ein toter NPC rechts daneben. Wir wollten doch nur die Hand abschneiden. Links, hier, wenn wir in diese Richtung gehen. Ja, das ist irgendwo da, Mila, genau. Ja, da, der grüne Leuchtenpunkt. War der NPC nicht beim Ausgang? Du hast mich gehauen. Ja, aber du hast mich von auch gehauen, also gleicht sich das irgendwie... Ach, als ob euch beide das stört. Schläge ist doch gut. Ich hab so auf das Schlüsselloch... Boah, ich hab doppelt viel gemacht. Mila, ich hab so auf das Schlüsselloch geguckt, ich bin abzudächtig. Hey, Junge, du bist so krank, Alter. Ich weiß auch, dass jedes Mal, wenn der MRP ausloggt und wir zuerst ausgelockt sind, dass der immer unterm Türrahmen steht und sich dann auch einfach ins Bett legt. Zockt der Willi eigentlich auf Sektor-Pinsel? Ja. Aber aktiv? Das weiß ich nicht, aber öfter mal. Und der hängt mit Pi... Also, wenn ich mit den Bricks unterwegs war, kommt Willi immer dazu. Der verpetzt uns halt immer, den Snitch, weil er keine Probleme haben will. Aber im Endeffekt... Mir ist das ja egal. Mir ist das egal. Ja, klar. Würde ich auch machen. Mann, der Kim und so haben das auch immer gemacht. Die machen das immer noch, jetzt wo Roya wieder zurück ist. Aber Kim und Mila macht das schon immer. Ja, ja. Aber ist doch gut, lockt für EP. Und bestimmte Leute auf einem Haufen auf dem Sektor-Server, 90 Minuten Kickers Best-Off, absolut geil. Das ist halt echt so. Was? Bestimmte Leute auf dem Sektor-Server auf einem Haufen, das ist wie 90 Minuten Kickers Best-Off. Du weißt auch, wenn der Joe dabei ist, also der Taka-Junge. Der rastet ja auch manchmal komplett aus eigener Projektleitung. Weißt du noch, wo war dein Pity? Hast du ein Event eigentlich schon gemacht? Das Köchter-Wir haben wir gemacht. Echt? Und? War gut? Ach ja, stimmt. Gut, dass du euch erinnerst. Ich brauche noch das Geld von euch, das Gewinnergeld. Ich habe gesagt, du kriegst das. Das ist doch kein Gewinnergeld gewesen. Obwohl. Doch, du hast gesagt, 100.000 für die ganze... Ja, für Essen und so, dachte ich. Und DJ bezahlen sind schon. Aber können wir... Ja, ja, aber das ist alles schon. Wie, du hast das Event gemacht, dass die Leute immer noch nicht ausgezahlt? Ah ja, stimmt. Ich habe ihm gesagt, melde mich, du kriegst das noch. Wenn Curtis wieder da ist, habe ich gesagt. Da hat er gesagt, ist okay. Oh, ich habe einen Pack gefunden. Oh, geil, seid ihr im Boot? Ich habe einen Fehler. Ich habe einen Pack gefunden. Ich bin Schlitten. Ich will auch schwimmen. Willi hat doch schon mal versucht, Kontakt mit dir im App hier aufzunehmen. Du hast ihn abgewiesen. Den habe ich nicht. Ah, nicht. Achso, ach du. Ich habe dem geschrieben, dass wir immer da in dem Park sind. Das war noch zu der Zeit, wo wir mit den Obdachlosen waren. Was ich gesehen habe, ist Sandro, dass Sandro seinen Soko-Charakter spielt. Aber was macht denn dann jetzt der Fretto und so? Oder Jay hat die Truppe jetzt wieder übernommen. Wusstest du, dass ihr mit dem Schlitten schwimmen könnt? Wie geil ist das denn? Machen wir doch gerade. Ja, aber wusstest du das, oder war es jetzt Zufall? Nee, das habe ich vorhin auch gemacht, auszusehen, weil, äh, und dann bin ich ja diesen Wasserfall runtergeflogen. Boah. Boah, ich bin fast down. Ach, Fred ist auch beim PD? Ja, der hat jetzt... Ey, ich brauche Hilfe, ne? Ich bin fast tot. Der hat einen Charakter jetzt neu gemacht. Oh, du bist aber weit weg, ne? Tauabunga! Ja, hier ist das Dorf mit den Leuten am Strand. Jetzt müssten wir hier über den Fluss und dann da der grüne Punkt. Wo ist eigentlich Peanut hin? Nee, der chillt. Den haben wir noch nicht ausgepackt. Ach, Jörg ist... Ach, die sind wirklich alle mitgegangen? Wow. Gut, wenn die so eine eingespielte Truppe sind. Sag doch mal. Ah, stimmt schon. Können ich auch mit mir kommen, wenn ich sage, ich will was anderes? Du, außer es ist gerade trinkt. Nee, nee, du hast schon recht. Aber dürfen die denn hier Soko-Zeug da durchziehen bei dem PD? Oder kriegen die so ein bisschen Vitamin B? Damit die da einfach machen können, was sie wollen. Das gibt es nicht. Du kannst die Schläge von denen gar nicht dodgen, Curtis. Doch. Du musst einfach nur rechtstrick gedrückt halten. Habe ich? Der ist mir angesprungen. Ja, die hauen rein und gehen die Regen schon, Wessel. Aber sorgt ja auch wieder für Dings, ne? Alles Sergeant Obi. Bist du in der Nähe von mir? Warum bist du tot? Jo. Warte, ich komm. Aber ist Dings, ist Roy-El jetzt wieder zurück oder spielt der nur ab und zu mal? Er war vor kurzem wieder da. Er war aktiv. Ich glaube, der war täglich da, ja. 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 Schaffst du das? Der Totenkopf ist halb voll. Ja, ja. Ich bin gleich da. Okay. Was ich ein bisschen schade fand, so, wir waren nicht da wegen Hogwarts. Und dann komme ich wieder und dann sind die Karren, die wir gekauft haben, vom Henning wieder komplett anders. Das fand ich echt ein bisschen mies. Die haben an den Autos, an den Autos, an den Autos, ich gehe eben Pimipause machen. Danke. Das ist gold. Die haben an den Autos ganz viel umgestellt, tatsächlich. Oh Gott, Pinsel, warum haust du mich, Pinsel? Das war ich nicht. Das sah so aus, als hättest du mich geschlagen. Ich muss mich aufheben. Wie läuft noch so ein Typ rum? Wo ist er hin? Da oben sind ganz viele. Jay spielt auf, Horace, okay. The fuck? Ja, ja, aber, also. Aber ich glaube, der hört auch wieder öfter. Das ist so frech einfach. Du musst Rechtsklick gedrückt halten. Habe ich sogar. Hast du mich gehauen? Aua. Komm, lass erst mal zu den anderen. Man kann hier mit acht Leuten zusammenspielen. Okay, komm. Und hallo, Kuba. Kuba war ein Crime-App hier auf Lucky. Lektor, wollte ich gerade sagen. Das sind aber noch voll viele. Ne, hier vorne. Da, guck mal, der mit der goldenen Maske. Der kriegt jetzt ist meine. Den habe ich geköpft, Junge. Was ist denn? Da ist noch einer. Hallo? Bist du schon sub bei mir? Warte mal, die hat Brüste. Darf ich da hingucken? Ich will es auch sehen. Bleib stehen. Die Frage ist eher, war ein LP-Talk. Ach, stimmt, ne? Junge, ich habe ein Postwoche in meiner Discord-App. Da sehe ich keine Nachricht von dir. Ich bin momentan nicht in den Pommes unterwegs. Und ich glaube, da macht dir keiner voll. Als Russalot war, haben die alle ihren Char-Nak gehabt mit Pimmel und allem. Und haben das auch gestreamt. Alle bei Russalot. Ja, da gibt es auch keine Probleme. Ich hatte mal eine Geburt gesehen im Stream. Oh Gott, ich will nicht dran denken. Ich habe voll reingeschaut. Oh Gott. Und das Baby habe ich rausgezogen. Wie keine zweite. Ja, bist du ja schön mit dem Loko am Strandhändchen am Halten. Jetzt ist das mit einem Liniaschwert auf dem Arschwatter ab. Ich habe dann auch Händchen gehalten, aber ich möchte auf den Arsch. War ein RP-Talk mit Kuba, Alter. Ach, worüber sollen wir rinden an den Reden, ey. Das hört doch eh keine Sau mehr zu. Vielleicht gebe ich dir was, okay? Ey, lass sie in Ruhe. Was ist das? Da, bitteschön. Meine Frau. Sag mal. Mein Pfeil. Gib mir den Pfeil zurück. Gehirnstück? Ich will mein Pfeil zurück. Das ist, äh, au. Au. Das ist eine Lüge für den Lutscher. Okay, weiter geht. Warte, Lokus verstauen. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt, Mann. Der wurde angegriffen. Warum? Der wurde angegriffen vom Umsparren. Die Ballers hatten da oben wieder in den Haken. Ja, die Ballers haben da oben durch die Wände geschossen. Ja, oder wie Pinsel sein würde. Das war Loko. Die sind alle gebannt, ne? Ja. Glaub ich. Ich weiß nicht, ob die ausgereist sind, aber ich glaube, die wurden gebannt. Laut Sektor-RP-Chat. Ich habe da jemand gelesen mit. Wir haben lila Lichter entfernt und so. Ja. Aber die hatten im RP vorher noch geschrieben, hallo, wir haben uns dazu entschlossen, die Insel zu verlassen. Und allen viel Spaß machen. Ja, oder das ist klar. Eine Gang, das schreibt in Social Media hier oben ja oben ab. Hä? Wo rennst du hin, Mila? Bist du richtig? Na, zum grünen Punkt. Guck auf die Karte. Okay. Ich vertraue dir schon. Ich sehe euch da schön in der Sessel komische Geräusche beim Hinsetzen und rumpöbeln. Ach, uns wird doch keiner mehr zu. Ja, es ist erst noch nicht mal 22 Uhr, da sind noch ein paar wach. Nee, davon, ich meine von diesen ganzen EP-Leuten. Hier ist es. Okay, da gehen wir jetzt rein. Genau hier wart. Er hat ein Klebeband. Mann, meine Attachments sind gekippt. Mila, warte doch mal. Du rutschst immer vor. Das ist doch der Richtige. Ja, du bist Erster, ich bin Zweiter. Ja, vorhin warst du Erster und bist auf dem Vorgerand. Jetzt hört auf zu heulen. Ich mache einen Speedrun draus. Danke, Pinsel. Kein Problem, wenn ihr euch... Oh mein Gott, ey. Ihr euch zankt, ja dann... Na, tu ich einfach mal nicht. Ich glaube, hier kann man schwimmen. Das leckt aber ein bisschen, ne? So. Loco ist nach oben. Ja, mein Laser ist verschont. Nein, ich habe noch eine Taschenlampe. Schattenbund, halt, Mool. Halt, Mool. Liebe Mitbürger, wir werden diese Insel verlassen. Unsere Straße steht Ihnen nun zur Verfügung. Viele Klamotten und Wagenfarbe stehen Ihnen ebenfalls wieder zufrieden. Außer grüße die Ballers. Dass die Leute das heute noch machen mit der Full-Color-Bang. Ich kriege das nicht in meinem Kopf, Alter. Was? Hallo, hier ist Rutschig. Hier ist Munition. Ja, du bist schon 500 Meter weiter weg von uns. Ja, ich bin Speedrunner. Und deshalb zocken wir auch nicht mehr mit dir. Ich bin gerade zum ersten Mal vorgelaufen. Ich bin immerhin direkt in den Muni holen. Die Pumpe nicht genau. Weicher am Bett. Money, money, money. Speichern. Ja, speichern. Rato ist schon wieder besoffen. So, mal gucken, ob wir da reinkommen. Ja, ja, geht. Ja. Womit denn? Was machst du denn? Keine Ahnung, der tut die Hand jetzt da drauf. Oh. Ah, Meno. Ha, ha. We did it on purpose. Also, also, musste man die dritte Karte haben? Oder habe ich vorher, kam ich vorher ohne Karte nicht auf die Idee? Warte mal, ich habe meine goldene Rüstung an. Das hat was mit der Rüstung zu tun. Ja, eins von beiden ist es. Ja, wahrscheinlich beides. Habt ihr die alle an? Nee, ich nicht. Ich habe die auch an. Also, ich habe die automatisch jetzt angezogen beim Türaufmachen. Vielleicht muss man die hier anziehen. Warte dann, warte kurz. Oh, warte dann. Raka macht die Creme im Wald, man hört den Zischen von Katana, was die... Oh, Rato, hör auf zu saufen, Alter. Ehrlich, erst macht er seinen Stuhl kaputt, dann fängt er wieder an zu saufen. Habe ich die an? Ja. Ja. Das ist Lava. Lava. Da, pass auf, da kommt so einer. Wie war das denn für ein Vieh, Alter? Das ist Gollum entlang. Ernten wir den? Ja. Kann man gar nicht. Ja, doch, kannst du wohl. Auf drei? Warte, ich habe mal noch eine Frage. Könnt ihr jetzt noch die Monsterhaut darauf machen? Eins, zwei, drei. Okay. Ich glaube schon. Nein, keinen Tipp geben. Die Rüstung ist auf dem Ding. Ja, deswegen. Weil ich habe schon zehn Monsterhautrüstung. Bei den Monstern ziehst du es die Goldene weg. Was machst du da unten? Ich habe gewartet. Das ist Lava, Junge. Ja, war ein bisschen heiß. Gott, ich habe einen Verrö... Boah, hier ist alles voller Lava. Geht ihr schon ohne mich weiter? Hm, ich warte hier. Also ich stehe hier vorne. Ja, er ist weitergerannt, Mila. Halt's Maul. Hallo. Guck ihm, wie du dich guck immer nach hinten, wo ihr seid. Oh, ich bin ausgerutscht. Zum Glück, Eliex. Oh, umgeknickt. Oder unten ist einer? Ja, ich will aber scheiß auf den. Wo denn? In der Lava. Aber denkst du, da unten ist noch irgendwas? Weiß ich nicht. Irgendwas safe. Warte, mach mal meine Taschenlampe neben mir. Geht der so nett. Oh, oh, oh. Ey, nicht schubsen. Oh, hier kommt gleich bestimmt so ein Ballrock. Das war Edward, der Vampir am Endstadium. Warte kurz. Oh Gott, ich höre was. Nee, das ist falsche Mucke. Ah, das Lava auch. Da muss man so was springen. Hier hängen Skelette. Mille, ich bin straight hinter dir. Okay. Ach, Platz. Der Skelett. Bisschen ist das die Minen Morias, habe ich das gesehen. Ja, ich dachte, hier kommt Ballrock. Oh, da hinten sind Krabbeviecher. Gott. Da ist auch noch so ein... Da sind zwei Stück. Der so schnell... Oh, die kommen. Ich fetz den hier. Oh, ihr müsst mir helfen. Wir sind zu zweit. Ey, der ist in der Lava. Der soll sterben. Warum haust du mich denn? Wer? War das nicht? Du, der Pinsel war das. Ich? Ja, du hast mich gehauen. Ich habe gar nicht gehauen. Achso, wohl. Habe ich nicht. Guck mal, wie du die für zehn. Oh Gott. Ja, hoffentlich verpreckst du im Spiel. Gibt's mir, doggie, gibt's mir, doggie, gibt's mir, doggie. Warum geht's durch den Stütz? Aber ich guck mal, ob hier noch was ist. Die liegen verbrannte Leichen. Wir müssen auf den Pinsel warten. Der findet uns gleich nicht mehr. Wir wollen nur gucken, ob auf der Seite noch was ist. Ihr guckt ja wieder keiner. Bevor du findest ein Plasma-Gewehr. Kato, ich habe keine Ahnung, ob wir bald durch sind. Der Decent-Abgrund des Grauens? Ich kenne das nicht. Ich habe das Gefühl, gleich für ein Ödi-Mama. Die haben wir das schon getötet. Die war schon tot. Die hat doch der Opa da so getötet. Nee, der Papa war doch tot. Nein, der Asiator, der da kam mit der Glanzfolie. Das war eine Frau. Die Frage ist, war das wirklich emotive? Man, der Juri hat gespoilert, Alter. Hä? Ja. Der hat gesagt, viele sind nicht mehr. Von der Story. Da, Mann. Juri schuldet 10 Euro jetzt. Juri schuldet 10 Euro. Ganz einfach. Kommt auch auf meine... Boah, was geht denn hier ab, Alter? Wir wollen aber das kreuzen, ich benutze ihn, wir wollen nicht abschlachten. Junge, was ist mit ihm? Ja, ich war schon, jetzt wurde das sacht. Boah, der lebt immer noch. Oh, da kommt irgendwas. Was war das? Was kommt denn? Was kommt denn? Das hat sich angehört, als würde irgendwer auf den Zugrand kommen. Oh Gott, der Juri donatet sogar einen Zehner. Mir hast du auch gespoilert, Juri. Nee, du. Ich hab euch gespoilert, ihr Idioten. Ja, voll nett eigentlich, danke. Ich schulde euch jetzt 10 Euro. Aber dann sind wir Quitpinsel, weil du schuldest mir 10 Euro. Da ist noch einer hinter mir. Nee, du hast meinen Juri nicht geguckt. Halt, Mohl. Ich hab's, ich hab's nicht gemacht. Oh Gott! Bis. Wir werden sterben. Da ist er. Da kommt noch einer. Unten ist auch noch einer. Hinter dir, Curtis. Aua! Aua! Wir sind überall in der Lava. Mir reicht es. Jo, wo sind wir hier in der Hölle, Alter? Oh mein Gott! Oh, Loco hat ihn abgeknallt. Stimmt. Mila, denk an deine Shotgun. Ja. So sieht das in meinem Magen aus. Sieht mir im Arsch doch aus, wenn ich... Da, 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 da. Da, da. Wo denn? Geh! Geh! Was ist das? Hier kommt doch gleich bestimmt so ein Ballrock, Alter. Oh! Der brennt, der brennt! Mein Dings zu dem Strecke. Dein Popo? Ja, guck! Das Kreuz? Ja! Dann fängt er an zu bringen. Ich mach linksklick, mein Kreuz und dann brennt er. Boah, der ist voll Flammenwerferkreuz. Ich hab fünf Kippen in der Hand. Nicht so schnell! Wartet auf mich, ich hab Angst! Oh, hier steht ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Okay. Cube activates every eight cycles. Alle acht Zykl... Dingswurms. Zyklun, wollte ich sagen. Okay, der Cube öffnet sich alle acht Zyklen. Das ist eine coole Information, mit der wir nix anzufangen wissen. Ja, wir wollen kling... Mit Zyklen kenne ich mich aus. In einem Zyklen wurde ich geboren. Ich bin die Jungfrau. Ich bin Zwilling. Oh, der Gott. Wir gehen immer tiefer in den Boden, ne? Merkt ihr das? Ja. Der Gang ist echt lang. Wenn wir Pipi-Pause machen. Nein. Wir ziehen jetzt durch. Piss in eine Flasche. Hol die Pipinella. Ich will nicht mehr so ein paar Zyklen. Alter. Die Linkzelle. Insel lief es diesmal vor. Out, Dämonia. Out, Dämonia. Stay in the Cube. Mit dem Kreuz. Okay, kein Ding. Mit dem Kreuz zusammen. Ich habe das Kreuz in meiner Hand gehabt. Jetzt nicht mehr. Ja, aber wo ist der Cube? Das ist ja die Frage. Vielleicht kommen wir dahin jetzt? Oh, Loco hat alles im Griff. Loco hat alles im Griff. Der hat die Pumpe draußen. Ich glaube, der Loco hat... Ich habe keine Munde mehr. In our mini part of the yet, filly to Santi. Loco hat die Pumpe und wir haben das Kreuz. Okay? Okay, der ist ausgetrieben. Oder so. Keine Ahnung. Mit dem haben wir getrieben. Ja. Links geht's auch. Hier ist er. Yo, Loco, voice crack. Was war das hier? Oh Gott, das geht noch tiefer. Du Scheiß, wir gehen in die Hölle, Alter. Wir sind gleich bei... Wie heißt nochmal der griechische... Warum, Pinsel? Harvest? Wie geht's? Pinsel ist so ein Anti-Mate for real. Nee, der macht das extra. Nö, ich wollte den... Der versucht wieder Content zu machen. Ich wollte den... Hör auf mich zu hauen, du Wichser, Alter. Aber aus Versehen war das. Du hättest ein Maul, Junge. Ich wollte den Slap hauen. Können wir den bitte droppen? Boah, ich wäre der mal nicht gekommen. Hätte ich mal einfach vergessen, Bescheid zu sagen. Oh Gott, oh Gott. Aber ich eh gestreams, Night. Mama. Geht das noch weiter runter? Das geht... Ja, das sieht so aus, als geht es noch weiter. Okay, die kreuzten von der Loco nach vorne. Okay. Komm, wir machen... Ah, das ist genau. Pumpgun-Line-Up. Ich hab keine Money. Ich hab ganz viel Money. Boah, wir sind sowas von das A-Team einfach. Da kommt drüben. Da kommt drüben. Da kommt drüben. Brenn! Brenn! Kommt noch einer, rechts. Muss man das benutzen, das Kreuzminer? Linksblick? Ja, ja, linksblick. Fuckl up! Die müssen relativ nah dran sein. Den können wir ganz... Ja, ja, der ist stuck. Noch. Hm. Der ist immer noch stuck. Drüben ist noch einer. 30 Euro-Game. Komm, der ist auch noch stuck. Können wir mal essen und trinken kurz? Boah, ich hab voll Durst. Ja, mein Charles. Boah, ich bin mein Red Bull-Fetzen, Alter. Noch halb tot wegen Pinsel. Und noch einen. Ich hab nur ein bisschen Munition, guck. Ich hab nur... Sieben Schuss. Oh, oh. Der ist fein, der ist fein. Der brennt. No mini... No mini Patri. No mini Patri. Ach du Scheiße, guck mal, was da unten ist. Oh Gott, da geht's noch weiter. Aber da der gute Herr Juri uns eh schon gespoilert hat. Penner. Wo? Müssen wir hier lang? Nein, hier geht's nur drumherum. Wir sind gekommen, um euch frohe Kunde zu bringen. Amino. Amino, Dudi. Da vorne ist noch einer. Da vorne ist auch einer. Putsch. Dudi geht nicht so weiter. Ich gebe auf. Oh. Nein. Oh, ja. Amino. Renn. Links von uns. Renn. Boah, hier sind super viele. Ja, da hinten hüpft auch noch einer. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr keine Leichen gibt? Das heißt, hier war noch keiner. Vor uns. Hier geht's links noch, ne? Da rechts ist einer. Oh! 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 Amino. Amino, Dudi. Oh, da kommt einer. Loco ist ganz alleine. Oh. Ich hab nur geguckt, ob es da noch hinten weitergeht. Aber ich weiß. Das ist so ein Grundding wieder. Oh, da sind Leute. Okay, geht scheinbar. Warte, ich will den abfackeln. Immer so'n Prime. Immer so'n Prime. Immer so'n Prime. Ah! Brenn in der Hölle. Boah, die machen auch mit dem Bein so eklig. So. Denen läuft noch einer. Oh. Immer so'n Prime. Alle gebrennt, Mark. Da kommt noch einer von rechts. Oh, der macht eine Handschuh in. In der Lava. Jetzt geht die Mucke aber her ab, Alter. Welche Mucke? Wie? Ich hab Musik an. Der Musik-Alarge. Nee, ich hab die Musik aus. Fürs Feeling. Ich hab ja epische Musik an. Die ich jetzt wieder ausmach. Wieder so'n langer Gang nach unten. Ey, wir sind doch gleich in der Höhle. Wir sind gleich wieder in den Fluss, wo wir reingepackt sind. Springen wir auf meinen Kopf. Ich sag' euch, wie lange die Höhle noch geht. Hä, hier ist ein Ausgang. Nein. Doch. Das ist nur ein Eingang zu nem weiteren Ding. Ich seh' das schon. Ey, da ist der Cube. Da ist der Cube. Das ist der Cube. Die Wand von dem Papier. Da steht einer. Da ist der Cube. Hier ist einer mit nem Laptop. Ja. Amazon Prime? Oh Gott, ich laufe in den Cube. Da ist ein Timer auf dem Laptop. Da ist ein Timer auf dem Laptop. Der geht zu. Kommt rein. Oh Gott, der eine mit der Silberfolie wollte rein. Ja, besser. Der bleibt draußen. Der wollte uns... Warte mal, Kevin ist hier. Warte. Kevin ist reingekommen. 13, 12, was? 12, 11. Sind das Kreuz in der Hand? 10, 9. Was? Wie viel Kevins? Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Wir sollen in den Cube gehen, ne? Hier sind wir sicher. Was ist denn jetzt los? Wo sind wir? Das ist mit dem Desktop hinterher. What the fuck? Üstburg-Marxloh. Oh, können wir da hin? Wie geil ist das? Voll Futurama. Guck mal, Kevin ist bei uns. Der hat uns die ganze Zeit verfolgt, um uns zu beschützen. So habe ich mir als Kind immer vorgestellt, wie die Zukunft aussieht. Ist das ein Dimensionsportal? Okay, ich... Stimmt, Dimension, da meint ihr irgendwas. Ja, ja, genau. Oh mein Gott. Oh nein, Mutter. Oh nein. Dafür braucht ihr... Oh Gott. Ih, der Kopf. Ih, der Kopf doch. Es ist ein Schwung, hören. Gehen wir zurück. Oh, oh. Helikopter? Quad? Helikopter, Helikopter. Ich will hier nicht weg. Wurde der alte Mann nicht erschossen? Warte mal, wer ist der Typ? Warte mal, lass mal gleichzeitig eh drücken. Äh, ich sehe gar nichts mehr. Oh. Wer ist das? Ist das nicht dieser Millionär? Aber wir haben Virginia vergessen. Hier liegt irgendwas hinten. Rucksack? Unser Rucksack liegt hier. Wir haben Virginia vergessen. Hey. Ich glaube... Ich habe den Rucksack aufgehoben. Ich auch. Und jetzt ist es dunkel. Und jetzt hau ich ab. Nein, nicht abhauen. Hey, dann kann ich noch mitfahren. Wieler, nimm den mit. Deinen Rucksack meine ich. Hey, die hauen ab. Ich erinnere mich, weil ich die Rucksäcke genommen habe. Nein. Bei mir steht die hier noch. Ich glaube... Ich glaube... Wenn du den Rucksack nimmst, bleibst du, glaube ich, hier. Und du kannst mitfliegen und abhauen. Ja, bye, Leute. Nein, Lila. Macht gut. Ich will raus aus dem Rucksack. Nein. Ja, oui. Ja, oui. Hä? Ciao, Kakao. Hier steht jemand. Unsichtbar. Ja, das war echt. Das Projektleiter. Wir sind uns am ghosten. Jungs, danke, danke. Das habe ich so gebraucht. Es ist gar nicht so schlimm, dass es mit diesem Pinsel war. Hä? Das war das Schlimme. Du hast uns im Stich gelassen. Du Verräterin. Ja, ich habe Endcredits. Hier sind Endcredits. Ja, wie? Hä? Und was mit mir? Oh, zum Glück bin ich den Lauf. Oh. Hä? Hä? Du hast uns jetzt nicht ehrlich hier zurückgelassen. Ja, doch, klar. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Warte mal. Geht dann jetzt nicht der Server zu? Weißt du, mal schnell. Mach mal ein Zelt. Luku. Nein, lass uns zum... Oh, nein. Fick dich, Mila. Endlich bin ich euch los. Ey, das war die Hölle. Ey, Opa, keine Ahnung, wer du bist. Die ganze sinnlose Abgemetze, nur damit Mila am Ende abhauen kann und wir hier auf der Insel bleiben, Alter. Und dann ist auch noch Pinsel hier, Alter. Okay, warte mal. Ich glaube, es gab zwei Entscheidungen. Entweder entscheidest du dich für... Ja, ja, wahrscheinlich. Entweder entscheidest du dich abzuhauen oder du nimmst deinen Rucksack und bleibst weiter hier auf der Insel, um weiter irgendwelche Kannibalen abzufetzen. Ja, weil du süchtig danach geworden bist. Aber nicht ich, na-ah. Ich verstehe... Ich verstehe das Ende nicht. Warte mal, was war denn das für ein schwaches Ende? Du bist in den Cube, du siehst einen Riesenmonster, ja und, wo ist der Endkampf oder so? Wo, hä? Und wer war der Typ mit dem Laptop? Ja, das ist irgendwie alles ziemlich schnell gewesen. Wer war der Typ mit dem Laptop? War das dieser Paften, den wir retten sollten? Hä, man weiß gar nicht, was jetzt mit den Menschen hier ist, die wir suchen. Warum werden die krank? Warum ist die Story erst 50% fertig? Ich bin abgehauen. Wir haben den Golfplatz immer noch einmal wohlgefunden. Kommt noch, EA-Story bekommt... Ach so, die Story ist noch gar nicht fertig. Wie schlecht ist das denn, Alter? Aber jetzt bin ich schon abgehauen. Ich komme noch nicht wieder zurück. Hä, ja, aber wie geht dann die Welt weiter oder das Ende? Wir konnten nicht mal dieses letzte Monster töten. Das war viel zu schnell, das Ende war viel zu schnell. Hä? Wir haben die Story gestern in einem Tag durchgespielt. In 5, 6 Stunden. Hä? Also, da muss was kommen. Dann nehme ich den anderen Ausgang. Oh, ich muss nachlampfen, so warte. Ich erlöse uns. Oh Gott. Look out. Ich erlöse uns. Warte mal, wenn ich euch erlöse, bedeutet das, ich bin alleine. Ich brauche helfende Hände. Steht auf. Steht auf. Das war dann die Welt am Moria. Warte mal, Mila, du kannst echt nicht zurück. Ich bin noch in den Credits. Aber ich glaube, ich bin jetzt... Sponsor hängt ja bestimmt gleich. Spul die mal. Warte mal, lass mal schlafen gehen. Wo ist das Zelt hin? Trippi, Mila hast disconnected. Mila ist aufgegangen. Gezeiht nicht unsere... Unser... Nee. Nee. Dann sind wir wieder zurück da beim Bett. Nächstes geplantes Update. 4 Tage und 20 Stunden steht bei mir im Spielmenü. Ja, aber dann werden die die Story noch nicht weitermachen. Dann kommt wahrscheinlich... Ich dachte, das geht halt nur den ganzen Tag. Wir haben ein Save-Game. Wir haben gesaved, bevor wir die eine Tür aufgemacht haben. Aber wir müssen quasi durch diese ganze... Ja, nee, müssen wir nicht, weil wir kennen ja das Ende. Eigentlich könnten wir zurück zum Haus gehen, weiterbauen und... Ja, es war jetzt auch nichts Großes. Es war nur, du steigst in den Helikopter. Die ploppen auf einmal alle weg. Und dann kommen die Endcredits. Oh Gott, ich hab... Oh Gott. Also, tut mir leid, aber ich bin enttäuscht. Das ist ja richtig wack. Ja, wollen wir noch weiterbauen? Ja, klar. Okay, dann mach ich wieder. Wir wollen ja noch gucken, was für Monster uns angreift mit der Zeit. Was es hier für das Server gibt. Das Deutsche Reich. Ja, nee, legst das nicht vor, Alter. Oh, bitte. Und guck da auch nicht hin am besten. Sind die so irre hier? Also wirklich. Ich verstehe gar nichts mehr, Alter. Wir waren... Was? Gibt es da im Internet eine Geschichtskurzfassung oder so? Das ist The Forest. Nee, das ist dann The Forest. Aber wir haben... Wir haben... Wir haben einen Erfolg bekommen. Ja, ja. Irgendwas mit Demon. Weil wir den... Weil wir den... Das Paket aufgenommen haben. Oh, das hab ich noch nicht bekommen. Ja, du bist ja abgehauen. Wir müssen wieder zurück. Ja. Ich geh da jetzt nicht nochmal durch. Oder sollen wir da durchrennen nochmal eben? Nee, oder? Was passiert denn, wenn man im Helikopter steckt? Mir dann nix, oder? Ich würd... Nee, kommt nichts mehr. Wie gesagt, die Personen ploppen irgendwann weg. Und dann kommen die Endcredits. Die kannst du auch nicht überspringen. Ähm. Ja. Ich dachte, wir kämpfen am Ende gegen so einen riesen Mutanten oder so. Ja, da wird auch safe sowas nochmal kommen, weil das hatten die damals auch. Ja, ja. Dann würd ich sagen, machen wir weiter, wenn da irgendwann so ein Story-Update kam, oder? Also, wir bauen jetzt einfach, machen dann irgendwann so die Story weiter. Hm. Ich kümmere mich jetzt um eine dreibeinige Frau. Ich werde die heute erobern. Okay. Vielleicht können wir die ja einsperren. Wollen wir versuchen, die einzusperren? Warte mal, wir sind am Strand. Warum einsperren? Wir sind am Strand. Dann habt ihr hier nicht im Bett gespeichert. Und wo bist du? Ich, doch, wir haben, ich hab hier gespeichert. Ja, ich bin am Bett gespeichert. Wir haben hier gespeichert, Mila. Echt? Waren wir alle aber da? Ja. Du bist weg, pass auf, du bist weg, du bist weggeflogen, Loco hat ein Bett gestellt und dann haben wir gespeichert hier. Haben wir jetzt aber irgendwas Neues im Inventar? Nö. Finde ich mal zu euch zurück, schnell. Du bist gar nicht weit weg. Hast du einen Erfolg dafür bekommen, dass du wegfliegst, Mila? Äh, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber bestimmt. Warte, kann ich das nicht bei Steam einsehen? Äh, Four Demons, leave the island. Hab ich bekommen. Ja, hä? Oder was wir machen können, ist, wir gehen nochmal schnell durch, dann kriegst du den Erfolg. Also dann fliegen wir weg und joinen dann einfach wieder. Bist du ein Archivement Hunter da? Nö, eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist wie sie. Ach, da seid ihr. Moinchen. Hä? Hat der mein Klebeband da liegen? Mann, ey, schade. Ja, da müssen wir spielen, wenn die Updates kommen. Aber Kevin war, ja, Story ist durch. Aber Kevin war bei uns. Der hat uns anscheinend die ganze Zeit verfolgt, um uns Rückendeckung zu geben. Ja, dann ab nach Hause, ne? Weiter bauen. Aber die hätten noch wenigstens noch den Boss, wenigstens den Boss dahin spawnen können. Whack. Ja, aber dann hat der Boss vielleicht noch irgendwelche Fehler. Oh, ein Schildkröte. Imagine this und dann ist auch Kacke mit Boss. Ja. Da gibt es Pilze, die heißen Shit-Take. Shitake, Junge. Shit-Take. Shit-Take. Shit-Take, Alter. Gott, Pinsel, Alter. Heute sind wir in der Löwengruppe des Kindergartens in Saarbrügen. Meine lieben Kinder, isst niemals diese Shit-Take-Pilze. Wir sind nämlich güftig. Kurz pissen. Oh Gott. Shit-Take, Alter. Lernt ihr sowas nicht schon im Kindergarten? Obst und die Müsse und sowas alles? In meiner Umgebung von 500 Kilometer gibt es nicht einen Wald, Alter. Guten Shit-Takes. Ja, wenn du Shit-Takes frisst, dann musst du Durchfall machen. Oh Gott, ich hab Bauchschmerzen, Alter. Leute, also wirklich, wenn ihr euch keine Ahnung von Pilzen habt, dann labert mich nicht voll. Hier gibt's Pilze, die heißen Shit-Take. Oh Gott, Pinsel, Alter. R. Oh, jetzt hab ich Auerbauch. Guck, hier sind sie. Äh, Dieter, danke schön übrigens für den Prime-Star beim 41. von einer Stunde. Hab ich leider überlebt und tut mir leid. Beziehungsweise nicht mitbekommen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wenigstens irgendwelche freshen Monster kommen, die Base angreifen. Irgendwas Starkes. Ja, ja, ja. Ja, aber kommt da so eine richtige Horde an, an, an Kannibalen? Äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich mein, wir sind auch schwer. Da muss ja irgendwas kommen, ne? Ja, ich hab jetzt wirklich keinen Unterschied gemerkt zwischen normal und schwer. Bin ich ehrlich. Ja, die haben ein bisschen mehr ausgehalten, das schon. Äh, wollen wir Haie machen? Mir ist ja nur ein bisschen hell. Muss trinken. Mann, ich bin enttäuscht. Klickflack, Florian. Ich auch. Haben wir jetzt schon alle Items, wie man so finden kann? Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite. Items. Danke für den Primes ab im 54. Gib bitte kurz was von den Shit-Takes. Ach, die guten Shit-Takes. Boah, ich mag die. Wollen wir hier schlafen? Kann man hier schlafen? Weiß ich nicht. Ja, hier kann man nicht schlafen. Ich renne zu Mila. Ja, oder wir bauen hier. Ja, wir bauen hier eben. Loco macht. Wir bauen jetzt auch, Oma. Halt, Mohl. Wir werden jetzt sehen, wie krass die Base verfeinert. Ah, warte mal. Richtige Villa und dafür wird der Wald abgeholfen. Jetzt mal, hier, pass auf. Ich habe gefragt, ob das so das Ende erstmal ist. Und er meinte, ja, das ist das Ende. Aber wisst ihr eigentlich genau, wer Virginia ist? Ja, das ist die Tochter. Ja, aber was auf der Insel gemacht wurde. Ja, Menschenexperimente. Und was der Cube ist. Was der was ist? Was der Cube. Naja, der Cube ist ein, der, da stand ja, alle acht Zyklen öffnet sich eine andere Dimension. Genau. Genau. Und die Geschichte um Virginia soll wohl auch nett sein. Ja, das ist halt die Tochter und an der wurde wahrscheinlich auch rumexperimentiert. Sonst hätte die nicht drei Beine und drei Arme. Sind das ganz normal? Ich weiß nicht, was dieses Arm- und Beinshaming jetzt soll. Kann ich mir ein Bein klingeln? Ich verstehe aber immer noch nicht, warum die sich zu Mutanten verentwickelt haben. Hat dafür Zuständige. Ich verstehe die Speckwürfel. Einzel? Die haben die alle auf den Teller gehabt und die haben sich alle verwandelt. Aber ich hab die auch gefressen. Die haben da irgendwas reingetört. Hast du das Stückchen Gehirn gegessen? Welches? Ne, hab ich nicht. Mach das bitte gleich erst. Warum gibt's hier eigentlich nur männliche Charakter? Gibt's bei First 1 auch. Aber why not female? I don't know. Oder die Wurst? Willst du Lore haben? Hau mal raus. Da bin ich mal gespannt. Obwohl, ne. Aber ich glaub nicht, dass wir das nochmal spielen werden irgendwann, oder? In Zukunft? Also ich safe. Nee, besser nicht. Besser nicht. Kann ja sein, dass wir das nochmal auspacken für ein, zwei, drei Tage. Das landet bei Twitter. Ich kann ja essen. Essen. Ich hab meine Hand geopfert für die Tür. Sag mal, wo wohnen wir eigentlich? Na, guck auf Korde. Alter, der hat es ja noch voll weit weg. Ach, das geht. Boah. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Aber auf jeden Fall haben die was an der Performance gemacht. Es ist aber auch eine Early Access. Ja, kaufe ich nie wieder sowas. Bist du maßlos? Körte, spiel Story-Spiele. Spiel mal so ein Dangleus. Spiel ich das? Dann gibt's nicht mal am Ende einen Monster. Nee, gab's ja schon. Sogar mit einem süßen Köpfchen. Ja, wackeldacke. Seien wir mal ehrlich, wir werden eh hundertmal dran gestorben. Nee, wenn wir nicht. Wir sind profi. Ey, wenn wir nicht. Doch, weil Pinsel uns immer schlägt. Das stimmt nicht. Der haut uns und dann mutet er sich im Stream und sagt, haha, die sind so doof, die merken nix. Lol. Ruffel-Mau sag ich auch immer. Das ist ein Ruffel-Mau. 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 Deck dir heute leer. Alle haben Holz hacken und Baumhäuser bauen. Alle Clubs heute im Teambuilding. Ja. Wenn nix los ist. Perfekter Dodge-Tag. Perfekter Dodge-Tag. Deswegen Mau. Wie haben die alle jetzt erst Horrors entdeckt? Nee, spielen sie jetzt alle. Line hat 900 Zuschauer, aber Stay ist heute auch gar nicht da. Ja. Die sind aber noch lange nicht so weit wie wir in der Story. Eigentlich müssten wir da rüber gehen und spoilern. Ja, jetzt sind wir wie Juri. Wer geht zu Line rüber und spoilert? Also, hast du schon das Laser-Street von der Mutter? Es gibt einen Laser-Street. Ja, baue lieber. Ja, komm. Wir haben das aber auch gemacht, Alter. Also, wir haben auch gebaut am Anfang die ganze Zeit. Bis wir gemerkt haben, jo, eigentlich ist das sinnlos. Ja, weil wenn du nicht da bist, dann passiert ja nichts. Nein, mach da nicht. Nicht spoilern, spoilern, das kacke. Ich geh jetzt holzhacken, wie ein Verrückter. Warum? Ja, wir bauen jetzt die Base. Wir wollen gucken, wie viele Wellen da kommen. Die greifen uns ja an. Ja, du kannst gucken, dass du Virginia irgendwie auf deine Seite kriegst. Nee, Virginia gehört mir. In mein Loot-Room kommt die. In mein Loot-Room, Alter. Virginia ist mein Girl. Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Die kann mir am Arsch kratzen und mein Ohrläppchen streicheln. Was? Dann hat die aber immer noch eine Hand frei, ne? Nee, ich hab zwei Arschbangen. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, dass deine Freundin und Leute... Dann mit mir Kuchen und Kekse backen. Warte, ich mach's los. Ich hab drei Beine. Ja, die ist nicht da. Nee, ist sie nicht. Sonst hätte ich keiner so... Da war ja einmal mutig. Aber zum Glück gibt es auf Twitch die Clip-Funktion. Ja, ich würde es... 5 Euro, da wird gepostet. Auf Twitter. Auf Twitter. Mein Typ kommt leider am Pumpen. Ich hab Hunger. Du wirst... Guck mal, der Loco, Alter. Mit einem Arm, zwei Holzstämmer. Boah. Ja, aber was willst du machen, wenn du jetzt den Schlitten brauchst? Outlast 2. Wenn überhaupt, spiel ich sowas nur mit Mila. Weil ich hab Angst vor Horrorgames. Und das klingt nach einem Horrorgame. Ist es auch. Ich will nicht. Oh Gott. Das leide ich aber rein hier, Alter. Versuch jetzt eine Seilrutsche bis dann auch. Oh Gott. Ohi Gott, ich hab eine Rampe erwischt. Da hat einer geschrien. Die hat mich gesehen. Die hat mich gesehen. Oh, das geht ja mal weiter. Geht's nicht, Loco? Darf wahrscheinlich nur kein Falsschaden kriegen. Aus dem Weg, Gipi-Gobla. Aus dem Weg. Armer Guffi-Gobla. Oh, ich bin tot. Mir ist ein Guffi-Gobla. Geh weg jetzt, Loco. Junge. Ach, fast zu Hause. Ach, nö. I'm coming home. Loco hat mich tot geblockt. I'm coming home. Du bist ein Betrüger-Cheater. Oh, jetzt ist es abgerissen worden. Ja, was machen wir denn jetzt mit der ganzen Munition und so? Ja, was? Wir rasten richtig aus. Also jeder, der uns raidet, kriegt sofort einen Brennt, oder was? Jo, das war der Erste. Wer will noch? Kommt doch. Wo hatten wir denn den Laser gefunden? Ja, den muss ich auch nochmal holen. Und wir haben immer noch nicht für die Armbruchs-Sack-Vesir gefunden. Da soll er wohl eins geben. Das heißt, es gibt bestimmt noch irgendwo einen Loot-Hühle. Das geht nicht so weit. Täusch. Was ist denn meine Energie so im Arsch? Ey, sollen wir so richtig schöne Dings machen? Regale. In den einen Regal kommt nur das und das rein und so. So richtig alles schön sortieren. Ja. Eichhörnchen kriegt auch eine Strohladung. Ja, die übertrefft richtig. Ich bin verrückt. Oh mein, boah. Schindel die hoch. Donnie. Glück gehabt, Eichhörnchen. Ich bin in dem Zeltlager, wo es die Axt gibt. Ich wäre jetzt mal Kevin hier. Ja, Ludi. Wir haben die Karte geholt und dann sind wir nochmal da hingegangen. Aber ich glaube, das hatte nichts mit der Karte zu tun, sondern mit der Rüstung. Aber wir waren doch nicht in jeder Höhle und an jedem Spot, oder? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne mich hier nicht aus. Und was ist das hier hinten, Curtis? Guck mal rechts von dir. Beim Fluss, auf der anderen Seite, das Rote. Siehst du das? Das ist Kevin, glaube ich. Das ist Kevin. Nein. Kevin ist auf jeden Fall irgendwo bei euch. Nee, Gewitter ist. Ach so. Erwarte, wenn Kevin bei euch ist, dann nimm den mal hierhin mit. Ich bin nicht bei uns. Er ist schon weg von euch. Scheiß drauf. Boah, ist das kacke. Den Colt haben wir auch, ja. Du kannst nicht mal sprinten. Ich glaube, wir haben so gut wie alles. Okay, ich finde, du darfst leben. Ja, eine Riesenrampe bauen wir auch noch für einen Schlitten, ne? Mila? Da sind sogar Regen-Tropfe auf meinem Ninja-Schwert. Ah, wir müssen aber Meta-Screen reinmachen, wenn wir gleich bauen. Nicht, dass der Gronkh uns wieder klaut. Ich habe voll die Mammutaufgabe. Wir ziehen um die ganze Insel. Ziehen wir eine Wall. Dann hast du hier gar keine Bäume mehr. Ja, und? Was meinst du, was passiert, wenn man hier die ganzen Bäume abholt? Ja, dann hast du keine Bäume mehr. Ey! Weg von meinem See! Abhauen hier! Weg! Ihr denkt, ich habe Angst vor euch? Mir ist es egal, ob man einen End-Boss-Fight hat oder nicht. Ich finde, das Ende war schwach. Und einfach so, da hat was gefehlt. Das war nicht fertig. Weil gar nichts aufgetrüstet wurde. Man weiß nicht so richtig, was... Ja, das ist auch eine Early-Test. Daran müssen wir auch immer denken. Komme ich denn hier über den Fluss? Ich habe keine Angst vor euch. Und die arbeiten echt viel immer an diesem Spiel. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich bin zu Hause. Hau da ab! Hallo, Katis! Ich bin hier am Freiten hier. Ja, eff! Zack, Junge! Kiele durch! Zack, zack! Das ist direkt dein auf dem Arsch, Junge! Und noch einen! Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halte dich fest. Ich bin mit einer alleine aufgenommen. Absoluter Fan von... Sabina Nidu. Alter, das ist voll der Schwurbler, Junge. Oder das war einer. Ein was? Ein Schwurbler. Verschwörungstheoretiker. Hab gar keine... Ich hör doch keinen... Hör ich überhaupt nicht. Er hat richtig hart reingeschwurbelt, bis er es selbst hatte. Keine Sorge, ich höre kein Sabina Nidu. Das würde mich interessieren, was passiert, wenn man hier jeden Baum abholzt. Sorry, das hat aber nichts mit Earl XS zu tun. Die haben gesagt, dass die Story fertig ist. Wenn man die Story nicht versteht, dann ist das absurd. Wir haben auch in einem Interview, das habe ich gestern gesehen, in einem Interview gesagt, dass das Wetter nicht von einfach von jetzt auf gleich sich wechselt, sondern da so einen richtig smoothen Übergang gibt. Du denkst, du bist hier der Endboss, ne? Warte, ist. Wie cool ist das, bitte? Ist das nicht Fortnite und Rekord? Leerbar, aber nochmal. Komm mal, meine Kantana-Schule, Junge. Ja, das war schon gut. Ja, das kann ich auch. Warte, Sido, hä, Sigi? Sigi Smalls ist der Illest. Ries. Ah, ja. Du darfst nicht aus der Deckung gehen. Hier bei mir ist dein Laservisier. Ich kann es auch nützt. Ah, du brauchst, du bist so... Ah, genau, du bist so langsam. Zack. Jetzt hast du einmal getroffen. Wah! Und dann kriegst du halt... Und dann hast du dein Bein ab und dann... Na, ich könnte dir jetzt helfen. Aber du hast mich mit deinem Knochen gehauen. Gib mir dein Portemonnaie. Uiuiui. Oh, war das dein Mann? Entschuldigung. Du siehst aus wie dieser Sim, den ich mal erstellt habe. Weißt du was krasses? Was denn? Der Regen läuft dir ins Gesicht. Und vom Gesicht laufen die Regentropfen das Gesicht runter. Ja, dir auch. Aber das... Er wartet auf sowas. Bist du sicher, dass du dich mit mir anlegen willst, Kollege Koczu? Und deine Klamotten, glaube ich, auch. Wo ist unser Pyjama, Kevin? Geht das Ganze noch nie. Hallo? Hallo? Hallo, Chat. Die greifen mich die ganze Zeit hier an. Komm, ich mach uns Platz zum Kämpfen. Die dürfen die Enten aber nicht füttern. Davon werden die Enten krank. Ganz einfach. Man soll keine Enten füttern. Bei mir waren mal Wichser in der Stadt. Die sind zum See gegangen und haben Enten getasert. Darf man nicht. Darf man auch nicht. Dann soll die auch nicht füttern. Glaub ich. Ja, irgendwo hab ich mal gelesen, man soll keine Enten füttern mit Brot und so. Weil davon werden die dick. Und irgendwas anderes. Außerdem hab ich nur mein Dorf verteidigt, ja. Ich muss ja auch gucken, dass meiner Familie hier gut geht. Wir machen die Fenster hier. in der Mitte. Guck mal, Mila. Sieht so schön aus. Ich kann jetzt nicht, ich arbeite an unserer Küche. Was für eine Küche? Na, unsere Küche. Es ist Kitschentime. Es ist Kitschentime. Es ist Kitschentime. Es ist Kitschentime mit Byron. Warum kann ich das... Das ergibt keinen Sinn. Dann mach ich hier kein Fenster. Dann mach ich hier... Hä, warum kann ich das denn... Warum kann ich das denn hier nicht abmachen? Dann kommen hier Fenster. Eins aber nur. Und da haben wir einen. Ne, da hängt das Seil drin. Was? 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 hallo warum wohin mit dem dings wir haben holzpack doch nicht what are you doing sehr mila ich mache unsere kirche okay und die schildi hasiach kommt hier warte mal hier können wir eigentlich auch fenster lassen ich weiß hab mit der axt hat auch geht aber so spart man sich halt dings ne holz und ich finde die art von fenster cool aber die sind so groß ich glaube wir brauchen heute gleich was ist denn hier gebastelt was ist das hier mila na warte doch erst mal machst du auch einen kühlschrank dahin in form eines regals ja geht das denn Sind wir einen Zaun bauen? Äh, nun nicht. Ich dachte, das ist ein GPS hier. Ein Pinsel, du bist gemütet, falls du redest. Äh, nee. Warte mal, was macht ihr hier? Was machst du hier? Da mach ich die Köpfe drauf, das Abwehrsystem. Ja, aber du, hä? Aber du, nicht so viele. Doch, dass die richtig Angst haben. Nee, das ist doch hier zu... Ja, Pinsel ist aber sinnlos eigentlich, was du da machst. Ja, ich hab das Game durch. Jetzt mach ich nur noch sinnlose Kacke. Jetzt ist es ein Maul, Junge. Wir wollen doch gucken, wie viele Wellen wir kriegen. Können sie... Können wir doch. Wenn sie sich trauen, zu kommen... Da vorne ist doch einer. Oh, sein Kopf, wo ist er? Hier. Bei mir. Er ist tot. Mein Kopf liegt hier. Ja, wir brauchen ein bisschen Holz, ne? Ja, das ist klar, du. Der hat ja keinen Kopf. Ich hatte den Kopf. Oh, das käme mit einem Schlafanzug. Nee, der hat ja keinen Kopf. Boah, holz'n wir da weiter, oder auf der? Eigentlich können wir hier mal ein bisschen. Guck mal, warum bin ich fast rot? Guck mal, wo habt ihr den Kevin hingeschickt? Walsch. Mila hat schon gesagt, wir sind durch, Kevin. Hau ab. Du bist frei. Hab ich gar nicht. Doch. Nö, hab ich nicht. Soll eine Familie können mit dem Dreibein aus der Lübe. Oh, die Axt-Gehäusche, die sind doch da. Oh Gott, ist das schlecht. Guck mal, mein Küche. Hier, hier haben wir Abendbrot, hier Kuri und hier tranken wir und das ist unser Kuhschrank. Das hier? Nein, hier. Das ist unser Bett unter der Lobbytreppe. Da darf hier nur Essen rein. Ja, da darf auch nur Essen rein. Wer da was anderes hinmacht, den hasse ich. Kevin. Hol Stämme und. Cool, einfach Stämme. Guck. Das ist noch ein bisschen... Da brauchen wir noch ein paar Köpfe. Boah, ist das entspannt. Ist Wasser das die ganze Zeit leicht? Nö, hier das Holz abzuhauen. Ich brauche nur gleich mal eben einen oben, der mit mir die Stämme in den Fluss wirft. Guck, das wird ein Abwärtszaun. Da laufen die nicht mehr durch. Natürlich laufen die da durch, Junge. Nein! Doch, die laufen da durch. Nicht, wenn da eine komplette Familie hängt. Believe, believe. Aber irgendwie sind hier keine. Wo sind die gerade denn? Die kommen gleich erst. Dann haben wir eigentlich den zweiten Winter. Kevin, what are you doing, Alter? Ähm, in acht Tagen. Acht, neun Tagen haben wir den zweiten Winter. Kevin! Oh, Junge, geh angeln, Alter, komm. Oder folg mir einfach, komm. Hör auf. Lass es einfach sein. Bitte sei nicht so zu unserem Jungen. Wie, das ist unser Junge? Der gibt sich echt Mühe. Ja, der ist so ein bisschen schwer vom Griff manchmal. Ja, der hört ja auch nix. Und wenn wir ehrlich sind, war der auch nie der Beste im Lesen. Nicht dem Tutorial geben? Oh, wieder, pass auf. How to talk in Englisch? Kevin! Kevin! Oh, Gott. Der Team. Ah, mich. Kevin! Kevin! Oh, Gott, Kevin, Alter. Sido, vielen lieben Dank für den Wieslapen 26. Und Hannah GX, danke für den Prime 33. Danke, Sido. Bleib, wie du bist. Macht gute Lassons. Jupp, schlagartig dunkel. Haben sie, haben sie gefixt. Und wieder hell. Sehr gut. Ja, wir haben eben tausende Gegner gesehen. Jetzt nichts mehr. Hier sind doch wieder Weltschirpins. Was hast du denn? Boah! Junge. Ey, du redest irgendwie. Das hört laut. Sorry. Wie habe ich das gemacht? Du redest immer noch in ein Game. Immer noch? Wookie, tuki. Hallo? Jetzt besser. Nee, jetzt nicht mehr. Danke, Mila, fürs Helfen. Bitte gerne. Tido, nicht Sido, genau. Und Tido, danke schön für 100 Bits, aber du hast mich nicht erschreckt. Oh, schöne Küche. Wir brauchen aber noch ein, zwei Regale locker. Au, ab, Eichhörnchen. Ja, der Fisch darf ja auch nicht vergummeln. Ich will aber hier noch ein Küchenfenster hau- Ich mach mir das auch einfach. Ich mach mir das vielleicht doch nicht. Vielleicht von außen. Hey, die haben Kevin getötet, die Schweine. Ähm, wo hab ich den denn her? Oh Gott, das ist... Das ist der Stützpfeiler gewesen, Mann. Das ist doch so kacke hier. Ich mach mir das. Ich hab mir Fenster in der Küche gemacht. Sieht gar nicht so gut aus. Scheiße. Eine hätte tiefer sein sollen. Äh, höher. Ist das noch da dransetzen? Ähm, scheiße. Äh, scheiße, wir haben ein hässliches Fenster in der Küche. Entschuldigung. Ja, was hast du gemacht? Ich wollte ein Fenster... Du bist nicht der Baumeister. Warum tust du das? Na, weil ich ein Fenster wollte. Und du hast mir keins gemacht und auch nichts dazu gesagt. Du hast gar nicht gefragt. Doch, ich hab die ganze Zeit jetzt gesagt, ich will ein Fenster haben. Hast du nicht. Du bist eine Lügnerin. Wohl. 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 Oh, oh, hier ist so ein Großer. Egal, ich mach, ich mach neu. Warte. Aua. Wo ist ein Großer? Haha. Haha, guckst aber doof aus, du bist schön, ey. Gib mir seinen Kopf. Den kannst du seinen Kopf nicht nehmen. Hab Fenster neu gemacht, jetzt ist schön, guck. Ja, dafür hast du Holz von mir geklaut, ne? Nee, ich hab das nur da rausgenommen. Ja, voll ugly, das Fenster. Hä, warum voll ugly? Ja, weil das irgendwie ganz quer ist. Das ist auf derselben Höhe wie die anderen. Das ist nicht quer, du bist quer. Dann komm mal hier rein, guck mal von hier drin. Mofucker, du machst mir das hier jetzt nicht schlecht. Halt, Mohl. Nee. Hä? Ich hab gerade extra nen Kopf gebraten, um rauszufinden, dass du die Köpfe nicht braten kannst. Okay. Pinsel, was du da machst, reiß ich sowieso wieder ab, ne? Warum? Weil ich der Baubeauftragte bin hier. Das haben wir von Anfang an gesagt. Ja, das ist null schief. Ist das Fenster? Ja, fürs Haus. Ich darf das hier. Nein, du baust da nur Scheiße. Ja, Winn, komm mal her. Kann ich. Folgt mir mal. Die Köpfe bringen überhaupt nix. Ja, dann lass mich doch stehen. Wir müssen hier richtig rein sweaten, Alter. Wir hauen uns alles kaputt gleich. Sweaten. Sweaten gar nix, sweat ich. Wo ist denn der Logo eigentlich? Ich hab hier im Holzfällerlager aufgeschlagen. Ich schick die gleich alle in die zweite Etage dann. Ah, der Plant, okay. Jo, seh ich, cool. Verdammte Axt hier. Gibt's schon wieder dunkel. Vielleicht dann am nächsten Tag, dann. Bescheid, wenn es los ist. Ich hab jetzt vier Lager voll. 6, 12, 18, 24 Stimmen. Warum kann ich... Komm nach Hause. Ja, wir müssen schlafen. Kann man das hier nicht machen? Wir fetzen da nicht vorbei. Wir müssen kurz schlafen. Mila, warum ist denn kein Feuer? Boah, meinst du, du kannst so ein Feuer auf den Tisch legen? Damit das so aussieht wie eine Küche? Ähm, ja. Bestimmt. Vielleicht. So, du meinst hier auf diese Fische? Ja, ja, ja. Komm mal. Und dann mit so einem Dings, wenn das geht. Nee, geht nicht da drauf. Geht nur da drunter, glaube ich. Nee, nicht mal da drunter geht das. Nee. Okay. Äh, Loco, dann warte ich, bis du die schickst. Ich guck mal eben wegen den Fenstern. Ah, ich wollte... Ah, ich hab ne Idee. Boah, ich hab voll ne Idee. Boah. Boah. Nein, Kevin, fine. Warum geht das hier denn nicht? Oder sag Bescheid, wenn ich schicken kann. Du kannst schicken. Ich baue kurz was anderes. Müssen erstmal sowieso gucken, ob die nicht übers Ziel hinausschießen vielleicht. Schick mal zwei. Ja, die fliegen, die fliegen dran, aber ist nicht so schlimm, wo die hinfliegen, glaube ich. Ich baue das so, aber... Ich baue das so, aber... Ich baue das so, aber... Ich bin der Verteidigungsminister dieses Hauses und ich baue das. Äh, hier geht das so mit dem Distanzmesser. Voll der Quatsch. Warum nicht hier vorne? Voll der Quatsch, sag ich dir. Voll der Quatsch. Egal, ob der Pinsel hat seine Beschäftigung. Oh, Mila, ich habe eine volle coole Idee. Ich baue deine Küche nur ein bisschen schöner. Dann können wir daraus nur ein Wohnzimmer machen. Boah, wir sind wie Mutter, Vater, Kind hier. Guck dir an, was der Pinsel da macht. Weißt du, was du eigentlich damit machst, Pinsel? Die kannst du anspitzen und dann sind das so Fallen, wo die reinrennen und sterben. Anstatt die Köpfe, das wäre eine Idee. Das könntest du da machen. Aber das ist eigentlich immer meine Aufgabe gewesen. Ja, aber du bist jetzt... Du machst doch jetzt die Küche. Dann baue ich die davor noch, die Fallen. Dann baue ich davor die Fallen und dahinter... Hab uns noch eine Lampe hierhin gemacht. Ein Kopf, eine Spitze. Dann baue ich davor die Fallen und dahinter die Köpfe. Dass wenn sie sich trauen, da durchzulaufen, werden sie aufgeschlitzelt, aufgespießt. Aber vorher überlegen gerade... Der dreht schon wieder komplett durch. Ja! Fackig. Wo sind denn nochmal Seiler? Keine Seiler. Okay, jetzt klappt das. Aufhands. Boah! genauso man erst eine reihe mit köpfen dann kommt eine reihe mit verteidigungsabwehrgeschütze ich bin da mir ich bin am verhunger warum sagt mir das denn keiner aus dem chat mannometer haben wir noch wie kevin meine freundin draußen jaja kommt sonst macht er auch immer weg hat jemand skelettschädel ich brauche ich brauche die alle warum für meine küche aber das geht nicht doch das geht ich habe überlegt ob ich zwischen menschlichem körper und skelettkopf abwechsel ja wir können ja die angreifen auch noch verbrennen aber jetzt geht die küche erstmal vor deinem hässlichen zaun vor ich habe meine reingemacht und die leuchter danke nila kannst du die verteidigung hier abbau nehmen ähm oh das war gar nicht die verteidigung warum geht das hier nicht von dem stock was die habe ich am back gefunden die 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 Ich brauche mehr Stöcke. Mila, gib mir mal noch Stöcke. Dann gib mir deine Schädel. Hier brauche ich. Holzstöcke. Ich habe einen Schädel Lack hier. Gute mal hier dran. Danke. Ähm, warte. Warte, kann ich die dir so geben oder muss ich die... Warte. Warte. Komm, ich zeige dir das. Das Problem. Ich glaube, ich kann die unendlich hochbacken. Diese Stäbe. Warte, komm her. Wir sind nie dankeschön für die Wiese im 67. Monat. Mila, wie hast du die Verteidigung abgebaut? Mit C. So nicht. Kacke hier, Alter. Dann muss ich die so eben hierhin stecken. Dann kannst du die mit C abbauen. Dürfen keine Hasen im Fluss sein. Ja, sorry, Chef. Okay, das war's. Oh boy, oh boy. Mila, du weißt es zu schätzen, oder? Die müssen auch Respekt kriegen, ehrlich. Ja, Caro. Oh Gott, Loco, das hast du hier gesendet, Alter. Oh, oi, oi, oi. Ah, geht nicht. Scheiße. Ach, Mann. Wir brauchen Enemies, die müssen angreifen. Oh, die Lampe ist ja cool, Mila. Ich hab die Ende gebaut. Oh, danke. Nee, ein Knochen fehlt noch. Knochen fehlt noch. Das Problem ist, weil das hier runter geht. Buggy-Kack-Spiel. Wenn nicht nach oben vielleicht ein Knochen. Du Buggy-Kack-Spiel. Meine Knochen, oh. Nee. Da muss ich trotzdem eine Tür dehnen. Nein. Down. Du bist down? Jo. Die haben mich beim Holzfern in den Rücken geboxt. Vier große. Also zwei rote und andere noch. Kommst du, Mila? Mhm. Okay. Ich nehm den mal mit, ja. Ach, schade, kann ich nicht für Seilrutsche machen. Noch ein Trockenfet, ne? Nein. Jetzt hat der... ...Fixer. Oh! Warst du da, Pinsel? Nee. Der Dicke hat einen Bodyslam auf dich gemacht. Ich war nämlich noch nicht geheilt. Die Wichse, ey. Kann man gar nicht wegtragen, ne? Nee, leider nicht. Die großen nicht. Ich verbrenne hier schon einen. Von dem brauche ich nur einen Knochen. Du kannst den Rest dann haben, Pinsel. Braucht nur Köpfe. Warum, Oma? Hier kannst du den Kopf nehmen. Ich hab... Okay, das ist ein bisschen... Ich glaub, man kann die gar nicht anders bauen. Aber ich glaub, das ist eh scheiße, was ich hier grad mache. Weil man kann da nicht wirklich... Fertig. Okay, ich hab hier voll die sinnlose Scheiße gebaut. Warum? Dann lauf mal da durch. Ja, das ist wirklich... Ja, das muss noch ein höher. Hast du noch was? Ich brauch nicht mehr. Ich brauch nicht mehr. Ich brauch nicht mehr. Ich brauch nicht mehr. Aber das geht nicht noch höher. Aber eigentlich müsste das ja doch gehen. Hallo, Brot. Guck mal, Brot. Bis gleich. Bis gleich. Dann müssen wir das so machen. Aber das sieht ja dann auch kacke aus. Mit dieser blöden Zielscheibe, die ich hier hab. Ach, krass. Shit take. Da ist er wieder. Noch ein Zahn. Aber das sieht auch ogli aus. Oder, Mila? Ja. 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 Es sei denn, du machst vielleicht... Guck mal, wenn du das fertig machst, ne? Aber dann kommt man wahrscheinlich auch wieder so schlecht da durch. Wenn du dann hier so einen... Nein, da hinten nicht. ...Mittelbalken machst und so eine Unterstützung, so dass diese vorderen Balken hier vielleicht wegkommen können. Dann könnte das vielleicht... Guck, so wäre das dann mit Mittelbalken. Ja, und dann... Ja, und dann... Warte, guck mal. Man war einfach von hier vorne. Geht der? Warte mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Der ist aber doch zu kurz. Ja, das kennst du, Pinsel. Nein, hier wird nicht geklopft. Und dann gucke so, dass da dann die Holzbalken gar nicht mehr so nach vorne hin müssen. Ja, aber dann... Warte... Müsst du doch gucken, ob das hier auch geht. Wir haben mal hier noch so ein Heim. Haben wir noch hier ein Heim irgendwo? Ich glaube, das war der Einzige. Warte doch auf der anderen Seite. Wollen wir noch halber rumstehen? Hier. Ich glaube, das ist wieder einer, der zu kurz ist. Nee, die sind alle zu kurz. Warte, dann machen wir einfach den hier kaputt. Die Steine, die ich hier alle loote, die wachsen um mich herum nach. Furchtet die ganze Zeit einsam. Wachsen instant um mich herum nach. Oh, jetzt fehlen. Oh. Oh. Wobei der Äußere hier könnte eigentlich bleiben. Nur die Änderung dann weg. Weißt du? Der hier nervt. Hier kann man das Einzige keins Dings hinstellen. Ich kotze. Du bist zu kurz, Mito. Ja, du bist wirklich zu kurz. Ich erkenne das nicht. Guck mal auf die Spitze. Ja, ja, der Äußere noch. Dann haben wir so ein Vordach, ne? Genau. Boah, der Loko sind nicht hier aber Holz, Junge. Das hier ist saunnervig. Ein Einzelner. Der jetzt hier rumbackt. Du kannst aus den kleinen, Mila, die ich da aufgestellt habe. Mila? Ja, ich höre dir zu. Ah, ne, passt schon. Alles gut. Oh, hier ist so ein Flickflack-Dude. Ja, wee. Ja, wee, wee. Oh, Flicky Flacky. Jetzt schon? Ja, wee. Flicky Flacky, nah bei Sacky. Aber der ist an mir vorbei. Geht einfach weiter. Aber kommt der in unsere Richtung, oder? Ne, der geht flussaufwärts hier. Okay. Jetzt geht er rüber. Zu eurem Fluss. Er soll bitte abhauen. Kann gut sein, dass der hier... Jetzt kommt er in eure Richtung. Ja, okay. Ich knall den ab. Der kommt straight zu euch. Jo, ich seh schon. Wo ist der? Der kommt hier. Der geht überquert den Fluss. Das macht mein Mord, das Trigger. Das ist ein Flickflack, Florian. Das ist ein Flickflack, Florian. Das ist ein Flickflack, Florian. Das ist nicht mal so schlimm, wenn da überall so Balken sind, wenn du hier dann noch so zwei Balken dazwischen legst. Ja, das können wir machen. Machen wir ein schönes Haus. Schönes. Ja. Ja, aber ich kann jetzt hier keinen Zwischenbalken mehr machen. Ja, okay. Dann egal. Dann lass. Ja, ich konnte den nicht machen, weil da keiner war. Ja, warte. Na, wenn machen wir das richtig? Hä? Boah, jetzt greift mich eine harte Babys an. Was ist jetzt hier los? I don't understand. Mila, versuch du mal. Hier, den hier drunter zu machen und dann so einen Querwalden. Flickflack, Florian. Flickst du hin? Sonst müssen wir nochmal abreißen. Nee, der will da irgendwie keinen dazwischen setzen. Der will so eine Schräge nach da hin machen. Keine Ahnung, ob man dann da hin bauen kann. Guck mal eben. Guck. Ich halt. Na, geht nicht. Ah, ne. Hä? Nee, hier muss ja auch erstmal einer stützend hin. Ja, aber ich krieg da ja keinen hin. Warte, warte. Äh, machen wir so und dann guck mal, ob du den da drunter setzen kannst. Willst du hochstützen? Ja. Hey, du bist voll schlau. Warte, nicht, 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 nicht. Ich hab hier die Dinger, die Duff-Dinger. Nee, ich wollte nur, ich auch. Ja, aber dann nerven die Dinger hier, wenn du durchläufst, wie hier. Ja, dann kannst, jetzt kannst du die ja auch wieder abmachen. Machen wir die. Einen hier. Und einen hier. Mila ist Baumeister auch, ja. Genau wie ich. Ich steh nur manchmal mit Rad und Tat zur Seite. Hör zu Seide, Alter. Seide. Der Loco sorgt die ganze Zeit für Holz. Aber ich mach gleich auch mit. Da fehlt noch einer. Bin ich wieder und bin auch dabei. Der will mich doch verarschen. So. Oh mein Gott, Mila, ich bin geniode, ich rede mit ihr die ganze Zeit. Achso. Ja, was? Das passiert dir öfter, ne, Pinsel? Ja. Ich hab gesagt, nimm mal so einen Stock in die Hand. Ähm. Warum hast du das gemacht? Nein, ich sei den Stock in die Hand. Gibt's doch nicht. Okay, pass auf. Guck mal, hier, genau, bei manchen kannst du hier so einen Zaun, also so, dass das da hin... Ich weiß nicht, wie du die manchmal in so einem Zaunabstand quasi setzen kannst, dann sind die so... Äh, haben die beim Setzen, wenn du die schon auf den Boden setzt... Ja, das hab ich dir erzählt. Ja. Achso, okay. Das ist das, was ich dir erzählt hab, dass manche, wenn du jetzt zum Beispiel bei denen hier guckst auf den Boden, da hast du hier so einen perfekten Abstandmesser. Hier unten. Ja. Aber bei manchen geht es nicht. Ähm, doch, aber dann bist du entweder zu nah oder zu weit weg. Oder die... Der Boden ist so weird, das hatte ich auch schon mal, dass der Bodenunterschied... Okay, dann willst du mir helfen bei Stacheln? Ich hätte jetzt ganz vor die Köpfe einfach Stachel gepackt. Boah, das könnte... Die musst du aber auch so ein bisschen versetzt machen, weißt du? Also, oder nicht unbedingt versetzt, aber auf jeden Fall nah aneinander. Also. So? Yes, das ist schon ganz gut. Ja. Ja. Die müssen halt wirklich... Oh. Ich reinlaufe. Also, die müssen echt nah aneinander sein, sonst kommen die da halt immer wieder durch. Ja! Dann. Ich bin steinig. So, immer so ein guter Stein in Abstand, das ist eigentlich echt gut. Chat, wie geht's euch? Ich bin jetzt voll in meinem Element. Du bist zu nah, oder? Das ist okay. Ich hab keine Steune. Die spawnen immer wieder hier. Mann, das geht nicht kaputt. Ich sag dir, bei diesen Fallendingern gibt's einfach keinen zu nah. Nur hier hinter. Milo. Ja? Geht nicht kaputt hier. Hilfe. Warte. Ich... Ja, ich komm. Bist du? Ja. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Wurrschaden aus? Was ist da aus? Ah, das kann auch sein von meinem Single-Player. Ja, ist noch aus. Oh. Anwenden. So. Der hier ist auch schief. Guck mal, oben das Dach, kann man das so lassen? Mit denen an der Seite, das? Kannst du die nicht abschneiden? Doch, kann ich. Aber ich mag Dinge nicht abschneiden. Deshalb hab ich auch ganz lange Fußnägel. Ja, aber auf die stehe ich auch. Ich weiß. Hey, die Küche sieht echt gut aus. Scheiße und Matze, danke für die Wüste am 56. Trotzdem, dass die Fenster schief sind, ja? Die Fenster sind schief? Du gesagt. Nein, nicht schief, aber du hast das ganz links gemacht, das Fenster. Aber sieht cool aus. Von innen sieht cool aus. Nee, das ist nicht ganz links. Das ist ein Abstand von ganz links. Oh Gott, ich muss essen, trinken. Bin sie komplett beschäftigt da drüben? Was denn? Ja, Beschäftigungstherapie. Ja. Okay. Die Veranda in Sivillia ist fertig. Sogar mit Dach. Soll ich die oben echt ab... Oh Gott. Hallo. Das hat Spaß gemacht. Oh Gott. Soll ich die echt oben kürzen, Mila? Ah, oder das sieht doch blöder aus. Oder du machst da halt noch so ein... Das sieht so dann auch so... Nee, nee, mach das wack. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, wenn man die kürzt, ne? Was soll ich weg machen? Nee, nee, nicht du. Nicht du. Ja, mach einfach mal. Dann guck ich. Ich guck. Ich hab Auge außen... Mila, wir müssen Köpfe sammeln. Kannst du mit mir Köpfe sammeln gehen? Aber ich glaube jetzt... Du musst jetzt hier Auge haben. Loco, komm... Ich kann mich hier nicht bewegen, Alter. Loco, was machen wir? Kannst du mit mir Köpfe sammeln gehen? Wir brauchen ganz viele Köpfe. Wo hab ich denn die jetzt her? Also es kann ja nicht schlimmer aussehen als jetzt. Das ist doof hier, ne? Sie rauskommen. Ja, ja, da kümmern wir uns ja jetzt eben noch. Hey, Mr. Brother, I'm stuck. Boah, weißt du, was ich hier aufführen würde? Kann die nicht da drauflegen? Oh, ich kann nicht hoch. Kann die nicht mehr da drauflegen? Ui, ich kann leider nicht hochkommen. Was ist denn ein Jagdunterstand? Ich räum schon auf. Ey, das ist so ein schnell-Zwischenspeicher-Ding. Und Jack, du hättest auch Stühle bauen können, ne? Und Lukas K, danke schon für die Wiese ab 31. Stühle aus Stöcken hättest du bauen können. Ja, aber ich hätte keine Lust, Stöcker zu sammeln. Oh, Tango. Ich kann das hier nicht platzieren. Ja, der ist ja auch zu kurz. Wenn nicht, musst du nicht so einen halben nehmen? Hä, Mila Kusch tippt ein Euro. Als was würdest du eigentlich arbeiten, wenn du nicht Twitch machen würdest? Was? Was bin ich? Ich bin nicht ich? Wer war das? Ich weiß genau, was du machen würdest. Ähm, wahrscheinlich würde ich Cannabis growen und dealen. Versuch du, den mal hier hinzuwerfen. Also da draufzulegen. Ja, ich glaub, der ist zu kurz. Nein, zu kurz gibt es nicht. Gibt nicht zu kurz. Guck, der ist ganz klein und den kann man hier hochwerfen. Hier draufmachen. Wenn ich will. Guck, der ist ganz klein und den kann man da hochwerfen. Wahrscheinlich muss das in der Mitte irgendwo. Das geht leider nicht mit dem Balken. Na klar geht das. Ist das eine Hälfte von den Balken? Ja, ne? Guck mal, ich leg den hier hin. Und dann lege ich nämlich die Hälfte und kann... Hä? Das ging doch mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ging. Ja, egal. Dann lassen wir die auf. Außer einer. Oh mein Gott, was ist denn hier auch los? Der Loco war arbeiten. Im Gegensatz zu dir. Eigentlich macht er mal was für sein. Komm, ich nehme hier raus. Dann lass mal die Seiten auf. Aua. Oh Gott, was ist hier los, Junge? Mila, wir müssen eh schlafen. Kommt mal runter dann bitte. Ja. Ja, lass mal auf. Sieht auch cool aus. Ja. Lassen wir so. Die kommen da ja eh nicht. Ich habe aber gleich noch eine Idee. Und Speicher nicht vergessen. Das L in Loco steht für Lumberjack. Einer fehlt noch beim Schlafen. Hä? Will ich? Der pennt schon in Real Life. Ich schlafe doch. Das ist Loco. Ich stehe am Bett. Ne, ich stehe am Bett. Dann drück doch nochmal alle. Oh Mann. Lass mich durch. Komm da nicht rein. Drück. Ja, ich schlafe auch. Oh Loco schlägt sich. Du darfst nicht da weglaufen. Ich schlafe. Bei mir steht doch. Loco ist das. Ich schlafe hier draußen doch. Jetzt. Mensch, Loco, raff dich doch. Junge. Ich schieße gleich den Kopf. Zeig mal. Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. So, ich dachte, ich soll mich in den Kopf schieße. Ich finde gut. Das ist hübsch. Was? Was? Sieht schön aus. So, jetzt müssen wir das Dach noch machen. Ja, ja, den habe ich gerade getötet. So. Er hat unser Haus angegriffen. So, hier. Da saß den Kopf. Wo ist der Kleine? Ich probiere mal was. Oma Sandra, 1,11 Euro. Ich finde es schön, wie man Kürtis verwehren kann. Das war nicht die Oma. Die Oma gibt mir kein Geld. Jetzt selber nicht so viel Rente. Ähm, der Arm hier drinnen im Haus am Trockengestell gehört mir, ne? Ich will nicht, dass mir jemand den weg ist, wenn der fertig ist. Ah, Mila, ich weiß, wie es geht. Okay. Jemand aus Chat hat mir gesagt. Aber dafür muss ich ein paar Hölzer killen. Scheiße. Ich muss auf die Regale aufpassen. Und danke übrigens für den Euro. Der wird in Casino investiert. Oh Gott. Guck mal eben. Guck der raus. Aber ist nicht so schlimm, oder? Nee, ist nicht so schlimm wie vor. Wieso? Wieso gehen die Köpfe ab? Der muss jetzt schmoren. Der geht nicht. Doch. Guck mal jetzt. Ach, der ist zu kurz. Warum kann ich den nicht hier platzieren? An der Seite. Wo kann man spenden? Mach die beiden Spenden auf schwarz. Der Bruder, ich kann das nicht auf schwarz machen. Das geht nicht. Das ist alles verbunden mit Konten. Mit Geschäftskonten und so. Guck mal, Mila. Das sieht cool aus, oder? Loco, sind wir bei dir nochmal solche Typen? Ja? Ich hab eben nen Schrei gehört. Aber ich seh noch keinen. Ach so, setzt das Geld. Ach so, Shorty. Das kam von dir. Das meinst du? Wollt schon sagen. Du willst, dass ich das irgendwie vom Finanzamt unterschlage, Alter. Das geht leider nicht. Dafür kommt man auch ins Gefängnis. Und in die Hölle. Und in die Hölle. Und in die Hölle. Okay, Stöcke hab ich. Nee, Steine hab ich. Stöcke brauch ich. Habe ich jetzt so einen kleinen? Nee. Habe ich jetzt so einen kleinen dahin gemacht? Und Shorty Killer, Dankeschön, nochmal für 2 Euro. Boah, da geh ich auf. Nee. Ach Mann, ich bin so einen. Also manchmal, ne? Hallo, completely lost. Aber ich spiele gar kein Casino, Shorty. Den einzigen Gambling, den ich betreibe. Ja, sonst gäbe es auch Ärger. Ja. Den einzigen Gambling, den ich betreibe, ist, es kennt schon Jogi. Ach, ich bin schon wieder am Verhungern und am Verhungern. Alter, ohne Witz kannst du mir erzählen, was du willst. Aber ich geb alle Gegner tot weg. Das Zielspiel ist auf schwer, einfach popeln. Müsli, Müsli, yum, yum, yum. Puggy. Danke, Kevin. Das Haus gefällt mir viel mehr als unser erstes. Wer darf leben? Hast du Stecker, Mila? Äh, nee, ich mach nur die Baumstämme kaputt. Hm. Ich hab voll die gute Idee für das Dach schon. Wie cool ist das bitte? Und Simon. Dankeschön für den Preis auf den 48. Bitte? Können Totenköpfe? Äh. Dankeschön, Simon. Ich hab vorhin alle in den... Nee, braucht ihr. Brauchen. Boah, ich hab aus Versehen ein Eichhörnchen getötet. Ein Eichhörnchen? Ja, ist mir einfach in eine Axt gerannt. Hupala. So, boah, jetzt baust du das Dach, Alter. Jetzt wird's richtig wild. Das werden wilde Pommes jetzt hier. I say what it is, Alter. Aber wie mach ich das? Das wird erst mal... Ja, warte, warte, warte. Okay. Genau, it's the flick. Da sind endlich Gegner. Oh, ja. Geile Idee. Wiederhaut er mir. Ich glaub, ich hab eine richtig geile Idee. Ii, bui. Ui. Hi, bin seit heute in WoW Retail Pommes. Ach, du Kacke. Fängt das schon wieder mit dir an, Kollege? Riehst du schon wieder durch? Oh, mein Gott. Ich weiß jetzt, wo diese scheiß Köpfe immer hingehen. Die klitschen unter die Karte. Hab's jetzt gesehen. Oh, no. Der Frage jetzt, Chat, ist... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja wee Ja wee Warum machst du das sein? Warum machst du das? Da sind welche, Mila? Vorsicht hinter dir Krank Alter Keine Money mehr Nein, guck guck Gib mir seinen Kopf Ich habe den abgeschossen, ich weiß nicht, ob der noch da ist Boah, du hast den abgewehrt Findest du hier so neue Leichen? Köpfe, ich brauche Köpfe Hier Hier liegt schon mal ein Kopf auf jeden Fall Hier ist nur Leiche nur Aber kannst ja den Kopf abhacken Hier ist auch noch eine zum abhacken Da ist ein Kopf Jetzt passiert das doch noch Traumstimme jetzt Ich werde uns ein Traumhaus bauen, okay? Hm Okay Okay Aber ich brauche mehr Holz Ja, Loco sammelt schon fleißig Hier kommt gleich wieder eine Ladung 1, 2, 3 36 Stämme habe ich hier schon bereit Das macht mich glücklich in meiner Hose Hm Das ist eine Lüge Just Exploring Wir haben nur neu angefangen Wir haben nur neu angefangen wegen Pinseln Ich schwöre sogar Gibt es denn im zweiten Spiel schon eigentlich noch Mila oder muss es Ja, den gibt es noch Ja Aua Auch Oh, der ist wunderlich voll Aua Aua Jens, ich habe noch zwei Köpfe für dich Mal gucken, wie das von außen aussieht Boaaa Boaaa Boa, das wird eine richtige Blockhütte, alter Hallo, ich komme hier nicht mehr hoch Hilfe weil die holzladung gerade ankommen ja oh gott die nur ein kopf guckt euch das dach an was ich gebaut habe bisher wieder gemütet ich wusste die ganze zeit danke milan ich wollte fragen wie man trockengestell baut was hier unten auch noch holz gehört ist ein trockengestell auf im buch dass in der lagerung da kommt kein holz mehr du hast hier unten ganz viel und auf der treppe ich weiß noch nicht ich muss überlegen wie ich weiter bau und zwar bauen ja so weiter machen wir hier ein flachy hast du pinsel wirst du gern dass man da durchblättern kann und kurs zurück und chris dankeschön für die wiese am fünften danke für deine unterhaltung am abend ist sehr entspannt bei dir hier bei kreativen bauen zuzuschauen dankeschön und kampf und dankeschön für die wiese am 25 ich liebe bauen ehrlich nila ja hier unten kannst du bitte schon mal speichern ich habe ein bisschen angst oh wenn wir nicht speichern und die hölzer nicht irgendwie im lager sind oder so dann die spawnen ja ja aber nur zwischen speichern falls sie verschwinden ist egal jetzt jetzt ein crash kriegst du da so kommt ja erst ein paar minuten haben noch zeit ach mann aber manchmal snap das nicht dann hat sich mein leben da fällt das wieder gut oder sind einer media ja auch schon gerade schießen wo ist der hingefallen wir sind jetzt relativ häufig welche eben hatte ich so ein häupt oh mein gott er ist doch irgendwo ach da drohen hier machen wir flachdach wir könnten jetzt eigentlich eine treppe hier hinbauen wieder ne dann könnte man da oben so einen balkon haben ja ein dachbalkon doch trasse loko hast du einen kopf für mich ich glaube ich habe einen oder noch sechs oder sieben tage bis zum nächsten winter ne doch leider nicht loko ich muss deine seildings abbauen ja muss ich er muss das kann das fenster nicht nur offen bleiben verschwinde kust du da los hier das fenster muss offen bleiben ok das war scheiß was ich jetzt gemacht hab Vielen Dank. Aber wie weit muss das offen bleiben? Besser nicht. Mal testen. Ach, das ärgert mich aber. Also wirklich, das nervt ja wirklich. Wann denn? Mit den Köpfen meinst du? Die buggen immer unter die Map. Du musst die Leichen vielleicht eine kleine Plattform bauen, wo du die rausnimmst und dann zerschnitzelst. Wie baue ich denn eine kleine Plattform? Du kannst, wenn du die spaltest, die Bäume direkt. Ich habe mal einen. Den hier, der liegt gerade. So längs. Nee, ich mag Ard nicht. Ach du mal. Was sag ich mal? Stell dich mal hier hin, dass der nicht wegfallt. Ach so. Ich finde auch, Ard ist so ein bisschen zu crazy geworden. Wenn du den gespaltest, kannst du den eigentlich... Ich mochte so das Konzept mit Dinosauriern, aber irgendwann war das nur noch so eine Laser-Shit-Show. Ich glaube, das ist zu schräg. Ja, das stimmt. Okay. Gut. Gut. Das war natürlich intelligent, was ich jetzt gemacht habe. Gut. So, jetzt legst du die dann mal da rein und dann bei den nächsten... Oh. ...wird das jetzt hier den... ...Kampfstation. You make me un poco loco. Oh ja, hier kommen gerade welche, sogar. Ich will ja nichts sagen, aber wir brauchen heute gleich. Wir kämpfen gerade. Aber Lager sind gleich voll. Da fehlen dann, ja. Aua. Was ist los? Boah, ich hab selbst einen Fisch gejagt. Hast du noch eine? Echt? Ja, mit meinem Sprich. Ich schliff, er kurz. Da ist noch ein dicker. Also voll. Kein Kopf habe ich. Wie einer hat mich zerberstet. Einfach hochgesprungen, hat mir ein Brett gegeben. Schön. Ich habe zwei Köpfe. Ich habe zwei Köpfe. Ja. Der hat noch einen Kopf, wie es aussieht. Der liegt auch noch einen Kopf. Oh, warte mal. Und die Station ist noch nicht durch. Noch mal kurz zu erlösen. Ach, das ging ja nicht. Scheiße. Da müssen wir oben... Da kann ich das nicht anders machen als Dings. Ah, die Frage ist nur... Dann muss ich das halt hier quer machen. Egal. Dann haben wir einen Schönheitsfehler im Haus. Der hat noch einen Kopf. Hier liegt noch ein Kopf. Oh, kann sie denn nicht? Egal. Nee, man kann irgendwie immer nur einen Kopf. Oh ja, dann ist es der, den... Du musst halt nur aufpassen, dass du den nicht... Egal, Oma. Gumm schon. Lass die kurz liegen. Wen soll ich liegen lassen? Köpfe? Nee. Hä, wo bist du hin? Ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal gemacht haben. So, da liegen wir im Kopf. Willst du kurz hierbleiben, dass der nicht diespawnt? Ja. Braucht auch Arme und Beine, Loco. Ach, stimmt. Mit der Wirtklammer. Ich hab was Krasses jetzt vor. Mila, kannst du dann den Strukturschaden kurz ausmachen? Äh, ja. Wir haben uns hier nämlich eine Köpfungsstation gebaut. Ihr habt recht, Shad. Okay, ist aus. Köpfen, dann zerstören wir die Strukturen. Oh, Mila, kannst du mich holen? Hätte die Stachel später bauen müssen. Boi, boah. So klar, dass mir sowas wieder passiert. Dankeschön. Bitte. Jetzt können wir den noch wegmachen. Das ist ja schon wieder einer, ey. Ich komm mir nicht dazu, das Holz zu senden. Komm, Loco, keine Ausreden jetzt. Wir haben Samstag. Heute wird bis 5 Uhr gemacht. Oh Mann, hier ist es zu flach. So, was sagt man? Ich klinge. Nee, hier ist es nicht flach genug. Das ist das Problem. Hier ist es... Oh Mann. Mila? Ich muss einen Boden bauen. Warum? Komm mal her. Guck mal. Ich muss... Ich baue ein Abwehrmechanismus, dass die sich hier... Was baust du, Junge, Alter? Ein Abwehrmechanismus, so. So komplett gesoffen, Alter. Als mir eine Rotze im Hals... Loco, ich hab die Seilbahn kaputt gemacht. Warte kurz. So, guck mal. Okay. Da will ich so im Hintergrund die Gestelle aufbauen, dass da noch der Rest vom Körper hängt. So richtig makaber. Und jetzt hab ich aber folgendes Problem. Ich kann hier kein Dings hinstellen. Keine neuen Gestelle. Also, was brauchen wir? Ja, aber du musst auch nicht komplett übertreiben. Sonst haben wir ja gar keine Gegner mehr oder gar keine Probleme mehr. Weißt du? Wo soll ich denn die dranhängen, Loco? Der muss ja nicht überall dranhängen. Das kann ja ruhig so einen Abstand haben. Ein bisschen hoch, oder? Nicht, weil sonst wird das irgendwie zu easy. Dann kommen die ja gar nicht mehr bei uns rein. So, dass ich aus dem Stand noch rankomme. Aber wenn ich nicht springen muss, dann ist auch gut. Ja, ja, ja. Ich würde das nicht so... Haben so einen gewissen Abstand. Beziehungsweise, warte mal. Du kannst auch die Sachen natürlich nicht so... ...nah an das Ding so machen. Also, du musst bald deine Körperteile hier machen. Ja, aber mach lieber so einen Abstand dazwischen. So, dass die ein paar Punkte haben, wo die durchkommen vielleicht noch. Aber sowas würde die auch generell nicht abstrecken, glaube ich. Kommen wir jetzt, Loco. Ich glaube, wenn sind das die Köpfe. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, diese Köpfe aufzuhängen, macht die eher noch aggressiver. Aber das ist doch gut. Ja, natürlich. Mila, guck, was sagst du dazu hier unten? Guck mal. Boah, ey, guck mal. Boah. 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 Voll das dicke Lager, ja. Ja, ich werde die hinten Regale hintun. Guck mal. Hier. Hier kommen vier Stück hin. Was, jetzt nur voll? Ja, du hast hier unten, ganz, ganz unten hast du noch Holz um die Erde. Ui. Ui, Möbo, guck mal. Aua. Ui, Möbo. Warten wir mal hier so ein Dings dran? Ja, die kommen trotzdem an. Oh, jetzt müssen wir nicht mal mehr da Dings zubauen. Was ich mir die Zeit vertreibe gerade. Aber wenn das die doch aggressiver macht, ist es ja noch besser. Also, ich kann dir sagen, bei dir wundert mich das am meisten. Aber rein theoretisch müsste ich ja jetzt so, ne? Dass du was gefunden hast, was dich beschäftigt. Aber das ist so auch meine Aufgabe. Das mache ich auch gerne. Weil da musst du richtig viel von machen. Und du musst zwischendurch suchen, kämpfen, bauen. Das ist alles. Ja. Oh. Vor allem muss ich noch. Brauche ich noch. Hm. Vor allem musst du noch lernen, Pinsel. Lernen. Junge Padawan. Padawan. Es schneit, es schneit. Guck mal, wie gut die hier sortiert werden, Mila. In der Ecke. Ich kann nicht, bin gar nicht da. Scheiße, in unserem Lager regnet es rein. Guck mal. Was denn? Darf ich das machen? Was machst du denn da? Hm. Ähm. Ein Abwehrmechanismus. Mit den Köpfen, oder was? Ja, ja. Und dahinter stehe ich... Wer machst du sowieso da schon die ganze Zeit? Ja, aber dahinter stelle ich dann noch ein Trockenregal, wo die Gliedmaßen hängen. Aber Mila hat gesagt, vielleicht kommen dann keine mehr. Wer kommt nicht mehr dann? Nee, die kommen nicht mehr da durch dann. Vielleicht. Die Bösewichter. Aber, oh Mann. Und dann haben wir ja gar nichts mehr zu kämpfen. Das hier geht nicht. Hier muss ein Boden hin. Hier muss ich Wälder fällen. Oh, ich bin hingefallen. Boah. Wie nennt man so ein Dach? Der Bomber könnte uns das jetzt sagen. Was für einen Boden müsste ich denn bauen? Was sagst du da? So was. Guck mal, warum weißt du so was? Die Bösewichter. Oh. weil wir in einem haus wohnen mit dach ok sorry du model in duisburg gibt es aber nicht ich glaube das ist ein schönes dach ich glaube das ist schön weil ich hier baue mila kannst du gebäudeschaden noch mal an mann kurz ja warte du kannst ja auch mit c rausnehmen das trockene stelle kann ich aber nicht abweißen ok ich glaube ich hab gedupt man braucht nicht unbedingt ein haus aber je länger du lebst quasi umso mehr wellen kommen die deine base angreifen das wollen wir jetzt testen wir haben die story durch das war lustig finde ich hab die ganze zeit ein ohrwummler von das stimmt ich hab die ganze zeit ein ohrwummler von das stimmt ja jetzt wieder flacher genau das hört sich eh vor aber warum woher kennt warum kann ich den jetzt nicht aber der kann bleiben das sieht ja ganz cool aus jetzt wird's jetzt wird's glaube ich bisschen tricky warum kommt denn diese dreibeinige gar nicht mehr weil du hast die bestimmt verhauen ich werde mir ein letzter flacher aber ich muss noch etwas wollen das er Coffee ich hab jetzt schon schon aber du hast es einmal schon ich und jetzt so flach und ich glaube dann noch ein flach und dann wieder schräg bei einem baum wie viele dinger kommen da raus unterschiedlich kommt doch an wie dick der baum ist sozusagen so vier bis sechs drei bis sechs ja wie ne oma kleine 0 ich verstehe nicht wenn der oma will hier jetzt oder hat mila war das nubsi 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 war das nubsi stamm bestimmt der ganz klein und man sagt ich soll dich fragen ja die reden schon wieder anders mit mir ich verstehe das nicht wir können noch ein tisch bewundern ist gleich schlafen schlafen aber jetzt schon oma ich soll jetzt kein gerades dach dort machen sondern in der mitte noch einen fiedelstamm drauf aber dann geht das ja wieder schräg runter obwohl eigentlich doch ihr habt recht ne boah war das gerade krass mit dem blitz also noch mal alles abbauen und hier dann so ein viertelstamm ne und wir müssen haie machen haie machen und peichern versteht versteht mich aber ich verstehe dich nicht hallo es fehlen noch zwei einer ich ja komm jalla bin am laufen ich sehe nix weil ich so lange gebraucht habe halt nur das sagt der der als letztes ankommt immer noch dunkel bei mir ist dunkel jetzt ist dunkel hallo ich habe dunkel aua ja warte mal also warte ich soll jetzt warte ich genau oh die oma gibt mir mal anleitung ne ehrlich fühl mich wie ein kleiner junge das ist denn hier los also also oma den quasi weg jetzt hier den jetzt zur hälfte und dann hier runter ne so drei viertel meint die bestimmt oder also einen kleinen rund also ein stück nur runter ja oder also hier oben die spitze nur weg oder was da noch ein bisschen drauf aber das geht nicht ach so ne ich glaube das funktioniert nicht doch funktioniert doch ich doch doch aber nur so einen kleinen so einen kleinen baby dings ja genau ein baby booby ja was weiß ich was nupsi ist alter ich kenne nupsi hustle jo das ist ein rapper so jetzt oma ne ganz richtig ich hab's verstanden ich bin nämlich gar nicht so doof ich aussehe komm halt molmieler stimmt dann ist das oben so abgerundeter boah das sieht dann echt aus wie so ne scheune ich hab schon wieder gedupt ich hab doch irgendwie nicht gedupt loko wir sind übrigens gleich fertig mit dem haus ein bisschen noch brauchen wir ok ok ich muss nur kurz nipsi hustle machen ich hab's verstanden doch ich hab's verstanden Ich weiß sogar, wie wir heute sparen können gleich. Ich weiß nicht, wie wir heute sparen. Oh, das riecht hier voll nach Subway bei mir. Ich brauche zwei Nipsis. Eine liegt hier unten. Oder lag. Bei mir kommen zwei Mutanten, die hier eigentlich in der Höhle wohnen. Brauchst du Hilfe? Überdenkt. Hast du keinen Shotgun mehr? Doch, doch. Nein, die heißt Nipsey. Nipsey Hassel. Okay. Okay. Was machst du denn da, Pinsel? Ich habe alle im Griff. Nee, hör auf, das Holz zu klauen. Wir brauchen das. Das habe ich selber geholt. Hast du gar nicht. Habe ich 10 Euro, guck im Stream. Aber was baust du denn da? Was wird das für eine Plattform? Für die Gestelle, aber irgendwie... Oh, was ist das? Quatsch. Mit Stummelchen kann ich mich anfreunden. Okay, und jetzt muss ich das erstmal verstärken. Hä? Hier mal runter. Was passiert denn? Mal geht es und mal nicht. Aber ich habe hier noch relativ viel. Ich muss jetzt natürlich zu meinem Ort, wo ich die abschicke, relativ weit immer hinlaufen. Vielleicht hier wieder runter, ja. Hier war falsch. Mal gucken, ob wir die Stämme hier rauskriegen. Mal gucken, ob wir die Stämme hier rauskriegen. Mal gucken, ob wir die Stämme hier rauskriegen lassen. Ich hab mir neue Rüstung gemacht. Wir müssen in 10, 15 Minuten müssen wir eben speichern. Jawohl. Ach, schon wieder Holz gespart. Ich bin so ein Fuchs. Ich bin wieder so spät. Ey, wir haben nur eine ganze Etage hier oben, ne? Jesus, Maria. Warum geht das hier nicht zu? Das ging doch vorhin zu. Ich verstehe mich. Pinsel, der Bauprofi. Jetzt ist so ein bisschen weniger Duisburger Ostviertel, sondern mehr so ländliches Viertel. Ja, die Oma hat geholfen und der Chat beim Dach. Ja, schön. Schön. Danke. Schön. Hä? Aber warum? Das verstehe ich nicht. Warum kann ich die nicht rausholen jetzt? Aber das würde gehen. Aber das ist doch ugli. Das muss nicht schön aussehen. Das muss einen Zweck erfüllen. Aber wenn ich mir immer so eine Plattform baue mit den Dingen, dann geht es. Weil auf dem Boden geht es nicht. Ja, aber guck mal, es ist doch gut, wenn manchmal welche durchkommen. Dann haben wir auch mal so ein bisschen was zu kämpfen. Ich kann dir eins sagen. Der Flickflack, Florian, kommt hier eh durch. Ist ja egal. Ich will nur was zu tun haben. Ich hasse bauen. Das ist alles. Ja, dann mach weiter. Der macht das schon. Wir können uns später wieder abreißen, Mila. Okay. Ich setze mich hier an Feuer. Mach mir ein bisschen bequem. Wir sind unter Wasserhörnchen. Guck mal. Unter Wasserhörnchen. Boah. Nein, der lebt auch noch. Du warst ja letztens schon hier, ne? Hallo, meine Freundschaft. Dir geht es gut. Ähm, Ködis? Jawohl. Ich will ja jetzt nicht für Ärger in der Gruppe sorgen, ne? Ja. Aber Florian, äh, Florian, ähm, der Kevin hat gerade das gemacht, was wir immer machen. Was hat der gemacht? Er hat mich so von der Seite so angeguckt, während ich hier so voll im Abstand auf der Bank zu ihm sitze. Ja. Und er hat mich so angeschaut und ich schaue zu ihm und er hat ganz schnell weggeguckt. Vielleicht hat der keinen Bock, dass du den angehutscht. Ich sag dir, der steht auf mich. Meinst du? Ja, ja. Deshalb blutet der auch immer aus den Ohren, wenn er dich sieht. Weil der mich in den Pyjama gegangen hat. Hallo, die ist da. Meinst du? Meinst du? Ja, safe. Der denkt so, wir haben was am Laufen, aber na-ah. 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 Ich will ja nix sagen, Mila, aber ich habe ohne andere Hilfe ein richtig krasses Dach gebaut. Ähm, aber du hast schon gesagt, dass Oma dir geholfen hat. Nee, oder? Ein PvP? Nee. Das hat verschiedene Bäume. Ich raste gleich. Komm nicht ehrenlos aus. Das ist aber schon. Ich bin wild. Was ist dich jetzt? Ah, weg. Aua. Ah, aber steuert. Nee, der hat mir ein Dings vom Kopf geworfen. Holz. Ähm, der Hattori fragt, ob der mitmachen darf. Hattori? Hattori. Der Hattori? Du weißt, ob wir... Ja. Ja, meinetwegen, aber wir sind am Bauen heute, ne? Ja. Boah, dann weiß ich, der ist ein bisschen stream. Kannst du ihn einladen, wenn du willst. Ja, klar. Was ist das hier für ein Baum? Weg. Der nervt mich, der ist buggy. Boah, jetzt sucht der wieder die Fehler woanders, ey. Typisch Pinsel. Hier, das geht nicht. Das ist buggy. So, wir müssen mal... Boah. Ich verstehe halt nicht, warum ich die nicht rausbekomme. Während ich alle anderen rausbekomme. Das ergibt keinen Sinn. Oder hat jemand dafür eine Erklärung, warum das so ist? Ich rate sie gleich aus. Liegt das vielleicht damit zu sein, weil ich hier hinten, oben, keine gestützt habe? Ja. Mit dem geht's. Ihr wollt mir erzählen, liegt nicht am Baum. Hier. Mit dem geht's. Ihr wollt mir erzählen, liegt nicht am Baum. Pass auf. Dem? Der will auch nur zum Bauern helfen, hat er gesagt. Wie geht's nicht? Dann ruhig komm. Ja, ja, hab dem gesagt. Riss der aus. Von anderen. Wettler wild wie ein Fuchs. Wow. Wut auslassen. Voll schick das Lager, ja. Oh, fuck. Oben fehlt ein Loch. Oh, muss ein Loch an der Decke, ne? Ach, so ein Zufall. Hilfe. Jetzt geht's. Ich kotze. Hilfe. Oh, komm. Das Buggy, ich kotze. Jeder spielt nicht, glaub ich. Hm. Guck, deswegen... Ich sag, es ist Buggy. Man kann noch zwei Stöcke nehmen. Warum kann ich nur einen nehmen? Warum schmeißt du den anderen automatisch weg? Äh, Buggy ist das Stück Holz. Hier, da kann ich's reinnehmen. Aber wenn mir da gefallen. Bullshit ist das. Buggy. Hier, geht nicht rein. Aber wie sieht denn das aus? Zum Erzähl, was ihr wollt. Ihr habt keine Ahnung. Oh, schnell. Wir müssen speichern. Boah. Buggy, die Holzkacke hier. Schmeißen und Wasser hier. Tschüss. Speichern, Loco. Komm schnell. Ich komme. Insel, komm. Geh doch schon hier. Ich hab nur einen Halbstamm genommen, Lazarus. Guck. Hätte, mit dem geht's. Werde's sehen. Ach, so ein Zufall. So ein Zufall. Buggy. Scheiße. Ich sag's ja. Ich war noch nicht da. Ah, noch, noch halb. Noch ein Runder, ne? Oder? Hallo. Ne. Das ist gut. Das ganze Brett ist da. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es alles dasselbe sein. Also der Disconnect war jetzt schon? Oh nein, das ganze Holz ist jetzt weg, ne? Ja. Hallo, Hato. Geht. Gebauen wir. Und der Binsel macht nur Scheiße. Der Binsel verzweifelt. Der Binsel ist schon. Der ist Buggy. Das ist Buggy. Ja, hab ich. Hast du einen geholt? Ach, irgendwie irgend so ein scheiß No-Name für 200 Euro. Fuck it. No-Name für 200 Euro. Es gibt einen richtig guten bei... Ach, scheiße, hätte ich dir sagen sollen. Bei Ikea soll das einen richtig guten geben für, ich glaube, 120. Ich wurde eh gescammt von Amazon. Also da stand der... Ja, wirklich. Da stand Amazon Prime, der kommt am nächsten Tag an, Alter. Und dann schreiben die mir ja Montag. Und dann kommt der trotzdem auf den Freitag an. Da denke ich mir so, ihr Leute, lauft euch. Nila, kannst du mich noch... Ah, nee, warte. Ich bin noch nicht aus dem Spielhaus, Mita. Ach so, okay. Und dann ging die Shisha heute noch mal kaputt. Ja, ja, super. Ja, ich will den Shisha rauchen hier und eine ganze Stange kippen, Alter. Junge, du rauchst immer nur Shisha, du. Ja, naja. Irgendwie muss man es Leben mehr erfahren, ne? Das ist mal mit was Gesundem, so ein Apfel oder so. Ja, das ist auch. Und jetzt kann man nicht mit Apfeltabak, Alter, rausstecken. Du hilfst mir, Hattu, oder? Ich versuch dir zu helfen. Oh Gott, den kann man nicht mehr helfen. Aber es kann noch mehr zur Verzweiflung führen. Ey, mach mein Gebilde nicht kaputt, dann stech dich ab. Junge, was du da gebaut hast, ne? Ey, ich versuch dir einfach die Statik zu erklären, damit du das raffst. Und bitte bau nicht irgendwelche Bäume bei uns in der Nähe ab. Nee, niemals. Nö, hast du schon wieder den halben Dings da weggerotzt? Nee, nur zwei Bäume habe ich in der Nähe, weil ich gucken wollte, ob es funktioniert. Zwei Bäume habe ich in der Nähe. Egal, zwei Tagen spielst du eh nicht mehr und dann löscht mal das, was du gebaut hast. Das heißt, du baust jetzt alles umsonst. Das ist mir bewusst. Irgendwelche Regeln, die ich beachten muss beim Bauen nicht tun. Ja, fick dich nicht mit Curtis an, der fick dich dreimal. Ich bin Baumeister vom Mainhaus. Ja? Wenn dich mit Curtis anlässt. Ich mach gar nichts. Und hier duken wir es, denke ich mal, auch nicht schön gesehen, ne? Haben wir ein bisschen mal gemacht, aber das ist ja auch irgendwie doof. Ja, jetzt machen wir nochmal. Jetzt gehen wir abholzen. Jetzt haben wir auch eine Kettensäge. Ja, stimmt. Bist du schon mit der Story durch, Hato? Tatsächlich nicht, nee, aber ich hab's ja jetzt bei euch gesehen so ein bisschen. Mit einem Arbeitskollegen spiel ich das, da sind wir bei Tag 35. Wir haben da auch so viel rumgegümbelt, haben sehr viel gebaut, aber wir haben auch sehr viel dupliziert, sag ich mal. Aber kommen gar keine Monster, gell? Doch, die kommen. Ich muss auch dazu sagen, in dem Spielstand von meinen Arbeitskollegen, da haben wir auch Munition dupliziert. Wir haben so viel dupliziert. Ach, schön. Also wir rennen da richtig ab. Ja, Hacker. Hacker-Seiter. Aber das sind so Dinger, die sind in Vs1 schon bekannt gewesen, wie man da im Multiplayer was... Okay. ...pifizieren kann, an Gegenständen. Oma, muss ich jetzt komplett runter oder nur ein? Boah, es leckt gerade. Bei mir auch. Ja, wahrscheinlich will ich hier rein sparen, mit dem Helikopter. Hm, das sieht irgendwie weird aus. Das sieht weird aus wegen rechts. Ich bin weitersparen. Und ich bin ganz glücklich. Ich bin ganz glücklich. Das sieht schon. Ich bin ganz glücklich. Es ist einfach. Nee, ich will das nicht breiter machen. Das sieht wack aus. Dafür brauchst du jetzt drei Stunden, was du hier machst, Pinsel. Hä? Das war buggy. Ich schwör's dir, es ging nicht richtig. Deswegen muss ich hier improvisieren. Außerdem muss ich oben hier ein Hot... Das ganze Holz ist weg, ich komm. Das ist doch kack noch. Immer am Heun. Ja, nee, da hast du eigentlich das Gerecht. Immer Ärger kriegen. Warum hast du denn die Stämme auf den Boden gehauen? Ja, damit die nicht nach links weiter runterkullern. Fängt ja schon an, dass ich hier nicht mein Dings hinbauen kann. Dann bau doch heute weg. Nee, es geht zu mir dann nicht. So, jetzt brauche ich wieder alle Körperteile. In Hoffnung, dass es funktioniert, Loco. Hm? Hast du mich grad gehauen, du Penner, Alter? Hast du ja auch. Nee, hast du. Nee. Hab ich nicht. Doch, hat er. Ich hab's gesehen. Also, ich weiß nicht, aber... Ein Baumstamm? Ich glaube, ich könnte dich noch unterscheiden zwischen einem Baum. Oh, nee, Loco. Unser, unser, unser... Oh, bitte! Oh! Unser Hinrichtungsaltar ist weg. Ja, ein Baum draufgeklatscht. Hier gibt's keinen Upkeep, Jodi. Jungs, das leckt die Scheiße. Oh, gut gemacht. Die FPS-Scout ist richtig schlecht. Ich war aber die ganze Zeit... Ah, der benutzt echt Batterie. Boah, ich liebe dieses Zugehörer. Welches? Wenn das so knackt, das heißt... Oh, meine Knochen. It is what it is. It is what it is. Hey, die rollen ja sogar da hin. Scheiße. Durch. Ich glaube, das reicht erst mal wieder, oder? Aber Loco, die rollen hier durch, ne? Naja, hab ich noch gut gesehen. Gerade... Gerade runterrutschen. Nee, die kann ich eigentlich. Einer muss an der Base stehen, Curtis, wenn du das machst. Ja, dann geh ich schon noch. Machst du das, Loco? Was denn? Die Stämme? Ja, ich hab hier hinten noch viele zu liegen. Ich schmeiß die jetzt erst mal nach vorne. Dann warte ich noch so lang. Dann mach ich das so lang. Aber hier müssen Monster jetzt kommen. Ja? Ich will ja nichts sagen, aber er hat schon wieder getan. Äh, äh... Die kämen ihn? Ja? Der darf das nicht. Sag dem das. Hör auf damit, Junge. Dir gefällt das doch, sei ehrlich. Wenn die Männer dich umgarnen. Umgarnen. Äh, Red Devil Dankeschupfel, du bist auf dem 58. Monat. Lass mich dein Gummibärchen sein. So klebrig, süß, so niedlich, klein. Dann darfst du mich. Das soll was heißen, bis du in Endlichkeits dabei bist. Oh Gott. Weißt du nicht, ob ich das noch länger mitmachen kann hier mit euch? Oh Gott. Muss das so sein jetzt oder noch kleiner? Sobald um das Haus herum soll noch stehen bleiben, ja. Das war's, denke ich mal, ne? Hast du alles? Mhm. Okay. Noch kleiner oder so kleiner? Das geht halt schon... Mida. Was machst du? Ich hab grad getrunken und jetzt mach ich nichts und geh auf Klo. Nee, das muss kleiner. Bist gleich. Okay. Das machst du so. So ist das. So ist das hier auch. Das ist die gleiche Größe. Guckt. Wo krieg ich denn Monster her? Das gibt's nicht. Lauf im Wald rum. Also. Eee. Hör auf, Pinsel, ich hau dir Du Arschgeil Lass es sein, du Troll Sonst gibt's auch Small Bitte nicht Geh weg, du brauchst mir nicht beim Dach Geh deine Dings da bauen Bist du ein Penner, ne? Warte ab, wenn wir wieder im RP sind Ne, warte, lass mich nur kurz erklären Keils Maul Ich wollte nur, dachte so, gut, dann schmeiß ich die hier vorne Ach egal, was soll ich mich hier verschwenden? Ja, komm mal, das ist aber wirklich Oh ja, oh, 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 oh Du wolltest doch selber was bauen? Ja, mach ich auch Ich mach das übrigens super gut Wollte ich nur schon mal Ja, ja, deshalb kommst du zu mir und bewirfst mich mit Schneide, Junge Da war alles im Griff Tschüss, Mila Und der Pinsel ärgert Doch, mach dir wohl Nicht kaputt, Mama, Mila Oh, boy Oh, boy Oh, boy, oh, boy Jo, jo Jetzt kurz pinkeln, dann kann ich Köpfe farmen Schön, schön, wirklich schön Ja, aber guck mal, Mila Ja, aber guck mal, Mila, von vorne Hier fehlt ein Dach Guck mal von vorne, bitte Das sieht ein bisschen komisch aus Wir müssen, glaube ich, das Haus noch ein Stück erweitern Also von vorne Richtung Wasserfolge Ja, weil wir auf der linken Seite halt auch so Ja, ja Auf der rechten Seite so Terrasse haben Oh, oh, oh Da ist die dreibeinige Wo? Direkt vor mir Steht an meinem Lager Steht sie Ja, jetzt ist sie weggerannt Jetzt hast du sie verscheucht, Mila Ach, komm Ist er hochgeflogen Warte mal, weg da Da sind die Gliedmaße Oh, nein, Mila Alles gut War so ein Kollen-Typ, weißt du Von dem kann man nichts sammeln Aber der ist hochgeflogen wie ein Angel Hast du geguckt, Mila? Ja, ja, wie gesagt Also links muss halt auch so eine Terrasse noch hin Sonst ist das natürlich weird Aber das da so Zwischendurch so eine kleine Aber ich will links keine Terrasse Ja, aber dann ist das ja klar Dass es weird aussieht Oder du nimmst es so hin Aber ich find's dann ugli Ne, ich lass mir was einfallen Ich hab auch schon eine Idee, was ich da machen werde Ja, wieder fünf Stunden da rum Genau, ich mach so ein Vordach Ach komm, halt mal Virginia kommt wieder Vagina Vagina Äh, Loco, kannst du Kannst du mal ein Brett schicken Also ein Holzstamm Ich will gucken, ob das da durchpasst Und Moment Der ist ein Prozess von Anfang Warte mal, warum kann ich? Kommt, wenn wir Glück haben, aber der passt nicht dadurch, doch geht, das heißt wir können da oben das Dings auflassen, wie so ein Fenster, okay, oh ich hab Scheiße gebaut hier, war nicht. Hups, Kuss für alle. Was hab ich so schneiden? Hoppala. Ich versteh nicht, warum ich die nicht rausholen kann. Hä, der gibt keinen Sinn. War ich auch schlagartig dunkel geworden? Hallo Onkel. Das wollte ich doch nicht. Ich hab schon wieder gedupet. Oh, bei mir ist Flickflack Florian. Ja, Forrest. Was ist hier mit was zu tun? Greift er dich an oder will er hier hin? Er greift mich an. Ich komm zu dir. Oh, wie wählt der denn aus? Ja, 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 der hört viel aus. Anders geht's nicht, Rato. Ich hab ja gesagt, wenn, dann müsstest du eh vom höchsten Punkt ausbauen, bloß das sieht dann halt scheiße aus, weil du dann untenrum viele Barten oben hast. So sieht das jetzt so von der Seite aus, als jetzt in der Treppe, na? Ja. Zum Beispiel. Du bist ein Opa. Oh nein. Was ist jetzt los? Was war das? Was war das denn, Alter? Was war das? Ach, der braucht Shisha irgendwie. Ach so. Hat man das gehört oder was? Nee, hat man nicht gehört. Überhaupt nicht. Scheiße. Ich hab doch schon Empfindlichkeit hochgestellt, oder? Weißt du was? Geist? Bald wieder Heilzeit, Freunde. Schurre Freunde, bald wieder Heilzeit. Oh, jetzt kommt die Chantal wieder. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aua. Wo sind die denn? Wo sind die anderen Bretter? Ja klar ist das Schiech, da ist keine Bock, der hat doch kifft nicht, ich kenn den doch. Hä? Weggedubed. Ist doch krank, wirklich. Weiggebackt, schon wieder Buggy. Hallo, was sagst du? Sieht geil aus. Was hast du gesagt? Hast du den nicht verbaut? Ne, jetzt hab ich's. Hi. Hi. Wir treffen uns in der Küche. Ja. Die Pinsel kann stehen. So, hier ist es frei. Warte, können wir dann noch so einen Stuhl dazu bauen? Ja, rechts und links noch einen. Ja, warte. Ne, du machst das nicht. Hier, so. Ja, und der Hacker kann sich neben den Opa setzen. Na klar. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, da wir alle bestanden sind. Ja, ja. Boah, ja. Wir haben ja schon durchgespielt und eigentlich kämen wir hier gerade so langweilig. Stimmt der mir dazu, oder was? Sicher, sicher. Wobei ich sagen muss, hier fehlt noch ein Radio in der Küche. Ja, ja. Ja, ja. Arbeit. Arbeit. Eigentlich können wir den Hatto und den Pinsel los schicken mit Kevin zusammen. Die sollen ein Radio besorgen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, wir gehen einfach hin und sagen zu dem, nimm das mit, du Wichser. Wir müssen nur zu einem Dorf, wo ein Radio steht mit Kevin zusammen. Und Gliedmaße. Wir brauchen Gliedmaße nicht. Und wer holt uns hoch, wenn wir sterben? Wir sterben nicht. Ich hab ne Pumpgun. Ja, ich hab aber Angst, dass der mir in den Rücken schießt. Ja, das kann passieren. Der wirft doch manchmal mit Steinen auf dich. Dann hör auf, extra langsam vor mir zu laufen und nicht die ganze Zeit zu bücken. Dann passiert das nicht. Oh je, okay. Alter Blocker. Du Cockblocker. Komm, wir gehen ins Bett, hier ist super dunkel. Ja, okay. Wir schlafen mit allem in einem Bett. Hallo. 30 Euro Game, by the way. Okay, ich bin am Schlafen. Ich hab mich weggedrückt. Mila, wir brauchen hier viel mehr frische Viech. Frische Viech. Okay. Aber der, warte, 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 warte. Achso, okay. Ja gut, wenn ihr sofort ist, dann... Tompeln sie. Lass auf die Jagd gehen. Muss noch was saufen? Äh, ja, okay. Weißt du was? Weil das so... Das sieht ja absolut... Hä, wo ist denn das Holz jetzt schon wieder? Das Holz pissig. Okay, wir können. Ja, ich folg dir, du warst ja hier, ne? Ich bin am besten hinter dir, glaub ich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo ein Lager ist, aber ich weiß gar nicht wo. Eigentlich ist beide scheiße. Kannst ruhig hinter mir, aber nicht anfassen, nur gucken. Ja, aber das Problem ist, wenn ich hinter dir laufe, verwirren wir uns ja beide. Wenn ich vor dir laufe, schießt du mir in den Rücken. Wenn du im Hintergrund läufst, krieg ich eine Haarschlage, oder was denkst du dabei? Ich stütze das jetzt einfach hier, dann sieht das schöner aus. Let's go, let's go. Warte mal, wir müssen doch den Typen mitnehmen. Ja. Ja, stimmt. Bruder, ich raste aus hier. Wer hat denn... Also seid ihr safe sicher, dass ihr ein Radio nehmen könnt? Nö. Perfekt. Warte mal, ihr wisst das gar nicht? Doch, im Chat meint einer, der kann das nehmen. Ja, aber im Chat sagten die auch, man darf kein Feuer am Haus machen. Das stimmt, hallo Mauli. Nein, ich küsse nicht mit dir. Du bist gemein. Gefährlich. Aber wenn wir den jetzt mitnehmen, dann sammelt er keinen Fisch mehr. Ja, ist ja egal, wir haben ja hier an den Ständern, haben wir ja Fisch. Ja, wir haben einen Ständer. Wir haben einen richtigen Scheiß. Geiß Sau. Warte, ich brauche Nipsey Hustle hier. Und am besten noch einen. I have a, I have a Idee. Äh. Ja. Guck mal, Mila. Ich hab hier Nipsey oben dran gemacht. Hast du den jetzt mitgenommen? Nipsey Nupse? Ja, bloß der geht immer seinen eigenen Weg. Ach, der ist noch bei uns. Der spawnt irgendwann bei uns. Hoffentlich. Hallo, Papa Pinguini. Hallo, Papa Pinguini. Oh, der zeigt mir ja so. Hast du ein Messer ja, ne? Ja, und was soll denn Nipsey bewirken? Ja, das sieht cool aus. Ja, aber... Ja, aber... Oh. Moini. Erstmal oben am Dach. Guck mal. Ein Lager finden von mir. Hinter dir, Mila. Ja, ja, ja. Achso. Hinter mir. Oh. Oh. Der stirbt hier jetzt erstmal. Oh. 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 Ist so, ne, Oma? Da ist ins Wetter. Aber weißt du, was das Problem ist? Oh. 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 Hier jetzt kein... Warum kriege ich denn jetzt hier keinen Dings mehr dran, ne? Keine Stütze, ich kapiert nicht. Versuch mal einen Kopf abzumachen, das ist wichtig. Weil meiner ist weggebackt, wie immer. Hab ich ja einen Brunner gebaut, aber... Vielleicht da noch einen? Oh, oh, vorsichtig. Ah, ne, da ist er. Noch kein Kopf? Nee. Ansonsten nimmst du Arme mit. Die können wir dann ans Gestell hängen. Ist egal. Erstmal gucken, wo hier so ein blödes Lager ist. Warum, Alter? Der gibt gar keinen Sinn, Alter. So, Leute, die stellen sich hier tot nach. Ach, das ist kein Ganzer mehr, ne? Stimmt, ihr habt recht. Ihr habt recht. Darauf hätte ich schon eher kommen können. Muss denn so einer sein hier? Chat, ihr seid die Besten. Ihr seid immer schlau. Der Kinkau. Wie viel Holz brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen. Warte, du, du, so meckern hier, Junge. Was ist denn los mit dir? Sag mal. Guck mal, was ich hier für eine Lichtung gebaut habe. Was ist schon schlapp, oder was? Sonst aus der Lichtung. Das ist ein Neger. Du bist geil vom Tabernakel, du Fregelow. Pass auf, wie du mit mir reden willst. Boah, ist das nervig. Warte mal, eigentlich kann der Pinseln, der hat dir ja gleich helfen. Dann komm ich auch wieder. Wobei? Mit dem Holz, Junge, mit dem Holz. Mann. Manni. Also, ich hab was im Fluss gebrochen. Kann sein, dass die Dinger oder Föße sind. Muss mal gucken. Hinter dir. What? Hinter dir. Das sind nur die Kleinen. Ein bisschen Provenout, aber nicht mehr viel. Ehrlich, nicht mehr viel. Und deine Follower, Alter. Da ist ein Cop. Hab einen. Schlagslane. Du musst jetzt nur ein Lager suchen. Ich bin zum Frühstück. Blöder, Verschissener. Wo noch endet. Wieso gibt's den Nachtschicht außerhalb von GTA? Hast du schon mal gesehen, wie ich Hogwarts gespielt hab, Junge? Den Stunden-Streams, Alter. Kevin, nein. Darf sie sterben. Schattenbund immer mit seinen neunmal klugen Fragen, Alter. So eine Krawatte krieg ich da. Kann man Calvin eigentlich eine Waffe geben? Nee. Ja, ihr ärgert mich auch nur. Was soll ich zu euch? Was Nettes? Was ist denn das hier für eine Pommes? Das will ich doch auch meinen, ne? Wo ist denn der hin jetzt, der Kevin? Alter, der Langsgörber, Alter. Der ist richtig weggerannt. Woher kommt der wieder? Ich hoffe. Ja, der kommt wieder. Ich wollte ja nur sagen, dass ich da 10 Stunden Streams gemacht hab. Du Pentero. Das sieht jetzt wahrscheinlich von außen richtig ugly aus, ne? Der liegt noch im Kopf, guck mal. Mit der Holzbummens da. Hast du? Ja, voll. Echt? Ja, schön ist der nicht, ne? Wie, aber der... Okay, dann nur drei. Dann lassen wir wieder ein Stück offen. Scheiß drauf, Digga. Ja, ist drauf, Digga. Ist das? Wenigstens bisschen Durchzug, Digga. Ja, aber für die Viech, für die Viech. Ey! Unsere Regale gehen hier leer. Hey, das ist gebackt. Wenn du da was reinstellst, dann ist das wieder da. Ah, warum? Okay. Uh, Digga. Hey. Ach, guck. Hier, so, ja. Dann war denn da drei, dann haben wir hier. Eins. Drei. Äh? Wir müssen ein scheiß Lager finden, aber ich weiß nicht, wo uns ist. Pass mal auf. Ne, wir müssen hier schon mal gehen. Nila sieht gut aus, guck mal. Was ist denn hier los? Hä? Das stimmt doch gar nicht, was ihr mir da jetzt fehlt habt, Chat. Ja, ey! Habe ich den zu kurz gekloppt? Oh, boah. Das kann ja gar nicht sein. Was soll den Kevin halten, bevor der abnüttelt? Wo ist denn der? Ja, ja, ja. Chat hat mich schon wieder angelogen. Ey, Calvin rennt richtig nach Hause, Alter. Aber der kommt doch gleich wieder, oder? Ja. Aber der gibt gar keinen... Das ist Sinn. Ich muss halt nur aufpassen, weil der Mann gegriffen wird. Aber der ist unbesiegbar. Nein, nein. Hördis gesagt. Den kannst du halt aufheben, ja, aber... Hördis hat gesagt, unsterblich. Außer wir können den töten. Ja, aber ich kann den ganzen Stamm nicht platzieren. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Nein. Ja, aber der darf nicht bogen. Siehst du ein Lager von denen? Nee, ich renne hier gerade zu so einem Punkt. Ich hoffe, dass da was ist. Ja, aber die Punkte hat sich abgeklappert. Ich weiß ja nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Boot. Kann der Kevin überhaupt durch? Aber der sucht sich seinen eigenen Weg. Ja, wir machen erstmal den drauf. Das habe ich hier erst ja nicht gesehen. Sag mal, Jungs, ich will nicht, dass ihr den Kevin allein lasst, ne? Wie müsst ihr, der Herbst sieht cool aus? Ja, die Heine nicht zu diesen Aufgang. Mein Gott. Wenn ihr meinen Jungen da alleine lasst, ne? Dann raste ich aber aus. Das nervt ja, dieser Wind. Also am schnellsten kann ich dir sagen, wie wir ein Lager finden könnten. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Bugs. Nee, indem du mich einfach tötest. Ich lasse mich gefangen nehmen. Nee, so geht das nicht, Jungs. Den siehst du auf der Karte, wo ich bin. Und da wird es sicherlich auch ein Lager sein, ne? Nee, das geht so nicht. Als es auch hier war. Meinst du, bei dem grünen Punkt hier oben ist eins? Nee, sah nicht so aus. Leider. Ja, wie? Ja, bei Sofa, Alter. Du, Alter, hast du mir gesagt? Ja, Sofa, Alter. Aufsteht, ich hab. Oh, nee, warte. Kevin, folg mir. Gib dir erstmal ein Befehl, dass er dir folgen soll. Nee, ich... Ich hab jetzt keinen Zettel, den ich in den Ohren schmeißen kann. Schon wieder fünf... Aua! Am Verdruseligen bin ich hier. Aber der ist doch gestützt an der Stelle, Pasi, glaube ich. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir trennen uns. Wir trennen uns jetzt. Wieso? Weil ich Schluss mache. Warum? Weil ich nicht mehr will. Ich ertrag das nicht mehr. Du musst doch nicht eifersüchtig sein mit Kellen. Du schaust ihn nicht. Nee, krieg ich Blumen. Warte, Junge. Hilfe. Du hast so einen Mental Breakdown, Alter. Guck, der ist gestützt. Rechts und links. Deshalb macht er dir eigentlich keinen Sinn, dass ich die überhaupt gar nicht hier abbauen kann. Oh, Mann. Der zur ersten Lager findet es cool. Die kann ich wegmachen. Vielleicht auch am Strand oder so. Kann doch nicht sein, weil ich so weit wie schon gerannt bin. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe gerade eine Idee. Nicht, du Goggler, oder? Glaub auf die Karte. Komm mal mit. Mach mal dein... Hier, hol mal dein Handy raus. Mhm. Siehst du auf dein Handy diese weißen Punkte? Diese ganz kleinen, die aussieht wie ein Pixelfehler. Das könnten vielleicht Lager sein. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach meinen Monitor an die spuckt habe. Ich glaube, es ist wohl er, mein Kumpel. Ja, es könnte passen. Treffen wir uns bei dem Punkt, der da bei dir ist, Mann. Ja, ich guck sofort, shit. Fog hast du nicht, shit, ey. Ey, warte mal, zwei reichen hier. Stütz erst in der Mitte, ey. Ist da eins? Ich will hier noch keins. Junge, will der mich prallen? Du bist doch direkt davor. Aber ich kann nicht mal hier ein Dings machen. Das geht nicht. Das ist doch zum Mäuse melken hier. Oh Gott, hier ist so ein Riesenkeule, Digga. Mach den weg. Okay, warte, ich komme. Aber ich habe noch vier hinter mir. Ja, das ist super. Aber keine Sorge, ich bin CSGO. Ich habe nur einen Stock. Was soll ich machen? Ich habe deine Rücken. Ich komme jetzt retten. Oh Gott, der hat eine goldene Maske. Oh Gott, der hat Bock auf Calvin, Alter. Das ist Calvin, okay. Da hat Calvin in den Gesicht getreten. Hey, das geht nicht. Das geht nicht. Ist da ein Radio, wo du bist? Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade andere Probleme. Das kann am Regal liegen, da hast du recht. Vorhin habe ich das die Auge stützt. Und das Regal war da. Oh mein Gott, Alter. Der hat mir richtig... Oh, okay. Hilfe, Hilfe. Ich habe mich ausgenockt. Aus dem Leben. Hey, warte. Ich habe dem vier Headshots gegeben. Oh, gib mir mein Sperr wieder, bitte, Alter. Danke. Noch ein Headshot. Oh, ich glaube, der ist tot. Nein, doch nicht. Jetzt ist er tot. Das Ding ist, ich kann das Dach auch nicht einfach mal abreißen. Das geht nicht. Der rennt weg. Komm, guck mal, wie gerade wir hier. Digga, machen wir so. Gott, guck mal hier. Die haben so eingefesselt. Kannst du befreien. Dann kannst du den da drücken. Das ist ein Motor. Das ist ein Motor. Das ist ein Motor. Vielleicht kann Kevin ein Motor mitnehmen. Kevin, du wolltest eigentlich treffen. Gott, hier ist aber kein Radio. Jo, der geht. Oh, der wird tatsächlich nicht schade. Oh, der wird tatsächlich nicht schade. Camila, was fabrizierst du da wieder? Das Graue, die Kings von mir sind Wasser. Na, ich schau einfach, was ich hier so bei mir habe, ne? Dann sind da ja vielleicht trotzdem im Lager, oder ne? Aber... Wie? Das ist okay, Kevin. Abwehrsystem bauen und mit Kevin Radios holen gehen. Je, das können wir ja natürlich jetzt nicht machen. Dann kommen wir nicht mehr runter. Aloe Vera, habe ich gefunden. Da ist noch ein Lager vor mir. Den brauchen wir auch nicht. Den auch nicht und den auch nicht. Da kommen wir sie näher und zu dir. Und den auch nicht. Das ist doch kein Radio, ne? Ach, Mann. Lass mal den Weg hier folgen. Da kommt noch irgendwie sowas. Äh, Flickflack bei mir. Braust du Hilfe? Ja. Okay, ich komme. Kennst du den Inger? Ja, wir sind weggefahren, gespawnt. Feuergruppe. Aber hier ist auch kein... Aber diese kleinen weißen Dinger sind im Lager. Ja, hast recht. Oder Tümpel. Jetzt I have a question. Shit, Alter. Jetzt müssen wir mal... Das wird nicht einfach. Oh Gott. Das wird überhaupt nicht einfach. Oh, ganz viele. Ganz viele. Wie willst du das denn machen? Hä? Ach, der Helm hat das alles... Nee, das kannst du, glaube ich, vergessen. Der Helm hat alle Schüsse abge... Alle Schüsse getankt. Ja, jetzt ist ich schon bloß tot, Alter. Ich bin tot. Oh mein Gott. Was ist... Oh Gott. Die natzen mich hier am... Ui, 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 dat zit. Ich hab sie. Aber einer lebt noch. Ja, ich wollte hier in Holzlager reinklatschen, aber... Ich kann das Fundament nicht setzen, das ist das Problem. Brauchst du eigentlich mal Medic? Tato? Äh, ich hab hier gerade, oder? Sag ich dir gleich. Ja, cool, ja. Gebe ich dir mal was. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe. Oh, was, oh, du hast mich abgeschossen. Das ist so klein wahrscheinlich, ne? Nee, ich war das nicht. Einer hinter dir. So, warte mal, ich... Ich hab noch zweimal Heilung, ich kann hier eine kriegen. Einmal hab ich noch... Oh Gott, hin! Wir sind zu klein. Ui, 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 ui. Da kommen schon wieder welche. Ich fresse diesen Wesen, Alter. Aua, 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 aua. Ich bin hier noch, blöde Penner. So, hinter dir. Oh Gott. Erwin lebt da noch, der ist weggerannt, ne? Ja, der ist abgedüßt. Oh, ich bin schon wieder lowlife. Ja, nice. Oh Gott, hier kommen zwei. Von oben kannst du nicht runter wohnen. Wie soll deine Freundin ruft nach dir oder? Hilfe, Hilfe! Ich hab meinen Freund gehört, die hat Hilfe, Hilfe gerufen. Warum kann ich das hier drauf stellen? Alter, hier sind richtig viele, Mann. Krank, guck dir das mal an. Aber nicht ohne. Okay, gute Nachrichten. Was denn? Virginia hat schon mal vor mir getanzt. Das ist gut. Ich kam schon mal ein bisschen näher. Doch, man muss drunter bauen. Sonst schwebt das in der Luft und damit werde ich nicht zufrieden. Das ist eine gute Nachricht, Mila. Hey, hab ich dich getroffen? Ja, ein bisschen. Hast mich ein bisschen angeschlitzt. Alter. Die trauern sogar vor ihren Verl... Ja, ja. Snack dir irgendwas, Alter. Ich brauch auf jeden Fall noch... Ein nach links. Ein nach links und dann könnte man eine gerade Mauer runterziehen. Gute Nacht, Parsi. Ein nach links, Mann. Hier ist erste Hilfe noch drin. Boah, ist das ätzend. Wie weit die weg sind. Hier ist auch, was du meintest. Hm. Oh. Achso. Das piept hier so. Komm mal mit. Das piept nicht mal in drunter. Eine Schaufel. Oh. Ich hab gedypt. Finsel, du hast noch eine Schaufel, ne? Eieieiei. Ich glaub ich da seh, wenn du jetzt hier irgendwas aushebst. Andere Idee. Film mal hier. Guck mal, ob du hier was buddeln kannst. Ich muss das seh. Ne, warte, komm mit. Was soll denn hier was sein? Hier. Naja, das seh ich sogar, wenn du was ausbuddelst, ja schön. Andere Idee, Chat. Andere. Andere. Andere gleiche. Ne? Ja, ja. Graub aus, graub aus dem Boy. Hier ist was. Guck mal, da liegt ne Shotgun. Schrautflinte, danke schön dafür, Mensch. What the fuck? Habe ich die jetzt auf kurz, in der Kurzweise ne Shotgun besorgt? Ich weiß von nichts. Das ist ja krass. Das ist blit. So. Das wird nicht funktionieren. Äh, fuck. Weißt du, in dem Spiel hab ich schon 40 Radius gefunden, aber dann wenn du so wirklich brauchst, nix. Und da drauflegen kann ich auch ja nicht, da brauch ich n Querdings für. Ne, du kannst kein kleiner drauf. Den mach grad aus. Ich müsste erst so n Querbald machen, dann geht dat. Hast du Munition für die Pumpgun? Äh, Drei Schuss. Aber. 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 Andere. Idee wieder. Na, hier geht dat nicht. Scheiße. Ei, 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 ei. Der rumrennen muss, in diesem blöden Radio ey. Ich höre ein Radio Hier gibt es eins, wo wir jetzt hinkommen Idee I have a idea Und zwar Ich brauche einen Nibbel Und hier ist Shotgun Money Hier, guck mal Nimm Gegenstand Gart mal, wer hat das denn jetzt abgebaut? Hast du jetzt? Finger weg von meinen Sachen Der kann tatsächlich ein Radio nehmen, Mann Wird bekloppt Mach weg, mach weg, mach weg Im Radio jetzt hier, du Verklappen Nimm Radio und folge mir Okay, das Wow Wir haben Wondermusikpinsel Ja, warte mal Das ist doch ein großer, oder? Oh, ist das dumm, Alter Anderer Sender Ich brauche Hultz Wir haben oben noch, da war ich noch gar nicht Geht nicht Radio kaputt Schauen wir halt jetzt auch Mit mir schnell an viel Holz Ja Geil, jetzt erst mal zurückbrennen Wie weit sind die denn weg von uns? Ein bisschen Ich schicke jetzt eine Ladung Per Express Das ist erst mal Richtung dieses Es kommt was Das sollten wir schaffen, bevor es dunkel wird Sonst müssen wir uns selbst ein kleines Ding bauen Hab ich ja alles dabei Ja, aber wenn du sehen würdest, was ich für eine Lichtung hier geholzt habe Ich muss schon über zwei Seilrotschen jetzt das Zeug erst mal hier hinschicken Bruder, wenn du wüsstest, was ich hier gerade am werkeln bin, Alter Damit wir dieses Dach richtig schön bekommen Ich habe mir gedacht, kannst du keinem erzählen, Alter Ich packe hier halt meine komplette Intelligenz aus Dafür, extra nur dafür Weißt du, wie weit wir rennen mussten, um ein Radio zu finden, damit der Dude endlich ein Radio herbringt? Mann, ihr wisst schon, dass hier um die Ecke ein Radio ist Ja, Loco, mach Pause, ich Guck mal hier Bruder Ist okay, Loco, ist okay Ja, ich mache jetzt hier die Lage noch leer Hier ist auch ein Radio, liegt mit dem Arsch Ich bin hier richtig am werkeln, Alter Oh Gott, Junge Ja, ich habe auch gewerkelt, aber für Pinsel Für Pinsel Für Pinsel Für Pinsel Hey, I'm so sick of love songs, Alter Ich zieh aus Ich zieh aus Mit reicht Ich zieh aus Wasserfall Ich zieh aus Wasserfall Dann kriege ich, wenn es da bleibt, okay? Der wird das Radio weggebracht Jo, wo ist denn sein Radio her? Ja, deshalb haben wir euch da hingeschickt, Jungs Der hat gerade hingezeigt, wo der nächste Gegner ist Hat der das Radio bei dir noch in der Hand? Nee Wo ist denn das andere Radio, was? Keine Ahnung, ich kann es auch nicht mehr gerade annehmen bei dem Ey, nur wegen dem Kackdach, Alter Wo ist das? Hier war doch gerade noch ein Radio, wo ist das denn jetzt? Ich glaube, dass dies wohnt Wollt mich doch verarschen Ich stech den gleich ab, den Scheiß, Dude Das war super Ich bin seine blöden Arme und Beine noch Kannst du dran machen Aber Curtis hat mich doch nach dem Bugto geschickt Die Bäume wachsen nicht nach, aber der Host kann in der Conflict die Bäume respawnen lassen Geht mir eine Protzdeckung Wie jeden hat mit dem Häuschen Boah, die sind die ganze Zeit gefühlt auf den selben Spot, die zwei, ne? Ja, die kannst du in den Tonne kloppen Ja Ja, das funktioniert jetzt nicht Oh, wir müssen mit dem Stock aufmachen Oh Gott Jawohl Komm, wir schlafen Hey, das wird eine ganz skaffte Oh Gott, das wird so skaffte, Alter Ne, nicht Haia-Bubu-Zeit, das Holz, warte Da muss eben einer helfen, das Holz zu holen Oh, Scheiße Ich sehe gar nichts, Alter Ja, Mila ist gleich beauftragt, mal ein paar Dings zu bauen Was? Ein paar Fackelis Ne, die sehen ja nichts da, wo die sind Woher sieht nichts Kinomoto, vielen lieben Dank für die Wieser im fünften Monat Ah, pack Das ganze Holz da ohne Schleppen, Alter Komm Ah, ne, warte, speichern ist das Holz da nicht weg Laber ich Da ist es auch nicht Du sollst schlafen Ja, ich hab Ich bin verwirrt, okay? Wir haben halb zwei, Alter Und ich kämpfe hier um halb zwei gegen die Physik des Spiels Ja, nice Wollen wir schlafen? Ja Und alle pennen hier, außer Oma Und der Chris Und der Robby Und Alpino Alle sind nicht da, wir müssen schon wieder suchen, Alter Und wir haben schon wieder kein Viech Och Mann Ja, weil die die ganze Zeit da unterwegs sind Die spawnt denn ein scheiß Radio Das Problem ist, wenn wir das Radio zurückbringen Und das de-spawnt auch Das ist ja auch für ein Arsch Okay, ich hab hier einen ganz gewaltigen Fehler gemacht, Chat Du hast zwei planlose, losgeschickten Radio zu holen Ne, das ist eine Beschäftigungstherapie Wie viele sind das? Oh mein Gott Okay Ich zünd die an Aber ich will jetzt ehrlich sein, ja? Ja Ich würde speichern und ausmachen Ja, wie Ja, wie Es ist halb zwei Ja, wie Ja, wie, wie Ach, Mama, bitte nur ein bisschen Ja, oder ich schick dir den Speicherstuhl Nein, wir können, wir können ruhig Aber ich will jetzt Aber gib noch kurz fünf Minuten Ja Ich will nur gucken, ob das überhaupt funktioniert Ich brauche lieber nochmal ein Zelt auf Ja, bevor sie ausmacht, speichere wir nur einmal Nein, die speichert doch nicht einfach aus Macht nicht einfach aus Das connect Kann man den Behälter bringen? Ich bin 31 Was habe ich denn hier eigentlich schon wieder Was habe ich denn hier schon wieder Oh mein Gott Falsche Richtung Wir müssen auch hier rüber Wo ist denn hier eigentlich der Calvin hin, Alter? Juh, der interessiert mich nicht Loco, warte Er hat ein Radio weggepackt Er hatte einen Job und packt ein Radio weg Och Mila, ich wollte doch meine Base da bauen Ich glaube Calvin ist down, Alter Ich weiß mir den zu, Loco Warte, ich kriege den ran Okay Warte, wir müssen ja Wir müssen ja gar nicht bis hier hin bauen Nein! Habe ich gemacht, Alter Gott bestraft mich schon wieder Oh mein Habe ich jetzt schon wieder irgendwas nicht verstanden? Das Frühstück Hä? Oh Gott, wie hatte ich das gebaut? Ach nöööööööööööööw Man kann ja sagen, nimm das Radio, nimm den Gegenstand und gib ihn mir. Aber warte mal, das wird so... Ja, ich weiß, wie ich das gebaut habe, aber ich suche gerade ein Holzding. Und ist denn noch ein Lager, Hato, Dings? Ja, ich muss eh was trinken, sein. Das war doch der Nibbel hier. So, dann haben wir hier so. So, was ist denn jetzt los? So, dann haben wir hier. Dann machen wir das so. Das ist falsch. Nee, warte mal. Aber wir brauchen den hier. Oh, hast du mich gerade erschreckt, Hato. Was willst du? Mit deiner Goldfratze. Was schmeckst du, Kasper? Aua! Oh, boit, oh, boit. Jo, jo. Langsda, dankeschön. Du bist am 36. Monat. 31 in Folge. Echte 31er, dankeschön. Ich würde sagen, ich tue ihm das Holz in den Dings und dann können wir speichern und ausmachen. Oh Gott, Hato, 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 Hato. Ich würde auch den Tygner so mitleiden. Wir sind hier unser Spezialist schon wieder. Ja, wir können noch mit... Das Problem ist, sobald ich das hier abmache, fällt das hier zusammen. Weil das hier, dass ich da überhaupt noch einen drauf mache, ist nur wegen dem Ding hier. Das heißt, wir müssen die Plattform da oben auch erweitern, dann geht das nicht anders. Scheint aber nicht mehr heute, Alter. Ich gebe auf. Da schicke ich zwei Leute los, ein Radio besorgen, Alter. Das geht nicht. Wir hatten gerade... Ja, ist doch nicht schlimm, wenn es nicht geht. Dann geht doch einfach weg da. Nein, er hat ein Radio gehabt, aber das ist weggebuggt. Das ist weggebuggt. Dann haben wir noch ein zweites Radio gefunden. Und das Radio ist auch einfach weg. Aua. Aber das ärgert mich. Wack in die Wack. Fühlt sich jetzt auch anders aus. Das war halt okay, wir können speichern, Mila. Oh, warte. Mila? Ja. Wie ist das in der Küche? Was sind schon wieder da, Mädchen? Sag mal. Was sind schon wieder da? Warum speichern? Könnt ihr ein Zelt bauen bei euch? Ja, machen wir gerade. Späuchern, Späuchern. Ja, ja. Wo ist denn, Hattel? Wo bist du denn? Wie gespeichert. Mach der Pinsel hier, Alter. What the fuck, Junge. Bist du krank, Alter? Warum? Der hängt dir den ganzen Menschenfleisch auf. Jetzt habe ich Fleisch wie Dings gesetzt. Wart mal, guck mal. Boah, das sieht schon... Irgendwie sieht das komisch aus. Das sieht irgendwie weird aus. Das sieht irgendwie komisch aus. Warum? Das wird schon. Warte auf das Endergebnis. Stimmt. Links ist eins zu hoch. Ja. Da ist eins. Oh, Junge. Oh, da... Nie wieder. Komm, wir speichern. Habt ihr gespeichert alles? Speichern. Hast du? Ja, ja. Aber komm, wenn es richtig aufgebaut wird, dann sieht es richtig cool aus. Ja. Okay. Bye-bye. Okay. Gut. Shit. Wie machen das für heute aus? Was ist denn morgen? Was ist denn heute? Sonntag, ne? Äh. Ganz egal, ob ich heute komme. Ich habe immer zweimal in der Woche frei. Wir machen aber auf jeden Fall entweder heute noch ein und bauen das Haus zu Ende. Und ab nächste Woche gehen wir dann wieder in die Pommes, wenn wir nichts anderes anfangen. Oder wenn wir nichts anderes finden. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend noch, eine gute Nacht. Schlaft alle gut. Bleibt gesund. Lasst euch nie anquatschen. Hände über die Bettdecke. Ne? Ihr wisst doch, was da abgeht, Alter. Kennt euch doch. Da brauchte mir hier nix erzählen. Guck los, hier. Die Hände bleiben unten. Hände. So. Gute Nacht. Bis später oder spätestens Mittwoch wieder. Mit RP dann. Kuss, kuss und vielen lieben Dank für den Support. Bye-bye. Winke, winke. Amila, willst du auch noch Tschüss sagen? Luka auch? Hat du Schiss lang noch? Tschüss Gute Nacht, chat, bye-bye Gute Nacht, chat, bye-bye Gute Nacht, chat, bye-bye